ok das könnte das könnte vergessen das wird nix mit den Diablo-Dinger hier erstmal kurz die VODs löschen die VODs die VODs die VODs die erste halbe Stunde und das ging halt vier Minuten weg damit weg mit dem Scheiß das funktioniert leider nicht mit OBS kann nur sein dass ich nur die Probleme hab vielleicht auch andere ich weiß es nicht Metallkopf vielen lieben Dank für den Primes aber im 22. chillen wir nur eben kurz 2-3 Minuten machen wir hier reden geben wir Pommes gerade ich nix verstehen auch Technik da wünsche ich keine Ahnung ich weiß es nicht auch gute Lied gute Lied na abend mark Platz frei Peter für dich let's go denke man liegt an der hohen Ramos das kann gut sein was haben wir denn hier alles neu hey Alter ruf mal was schickes Neues dann zieh du los jetzt aber nee nee wäre auch zu einfach wenn man einfach mal was normales laufen würde nie Glück hey Hogwarts Leaf Alter Hogwarts Leaf geil 10 Minuten Spielzeit Diablo 4 nach 95 Minuten Wartezeit und wieder gekickt worden 131 Minuten oh oh was ist denn hier das ja man Alter der sieht fresh aus nicht schon wieder hier die Godzilla Pommes Alter die Ninja Turtles Junge wo denn los ach Peter Klaus ich mal gern Platz für dich wann hast du denn das Selfie gemacht als du aus der Dusche gekommen bist was für ein Selfie Alter was what are you talking about der King Kong also so 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 ich hoffe dass er nicht an meinem System liegt ich bin ehrlich hey was grabli hey was grabli Ab in die Teamspeak-App, Junge. Kurz Steam-Ding anmachen, haben wir. Rage MP. Was machen Sachen? Gerade Diablo versucht, die Beta zu spielen. Mit Stream funktioniert nicht. Jetzt gehen wir Pommes. Hallo, Kastello. Und hallo, Lars, übrigens. Los, starte. Tag, Venom. Ja, du warst vorhin schon da. Ja, das wird nix mit der Diablo-App. Schade, schade, schade. Geht nicht? Ja, doch, aber OBS stürzt immer wieder ab. Keine Ahnung, warum. Und ich hoffe sehr, dass er nicht an meinem System liegt. Aber das werden wir jetzt gleich sehen im Punkt. Loco nicht da. Oh Mann, nicht da. Keiner stellt irgendwann ein. Stiche in my heart. Dachte, ich mach heute mal ein bisschen eher den Streamern, Alter. Nix, Junge. Nix funktioniert. Hallo, Kostochter. Geht ab, Slavik. Wofanen, wofanen. Geht ab, Slavik. Ich würde spät bis kurz und das gönnen durch. Inchallah. Ich weiß nicht, ob wir Peanut irgendwann mal hier auspacken. Keine Ahnung. Erst mal Curtis. Mit denen sind wir noch nicht durch. Was ist denn das? Haben die eigentlich mal wieder neue Klamotten rausgebracht? Wie cool ist das bitte? Jetzt sag ich Fortnite und trinke Ola. Last layer vielen Dank für den Preps im 21. Monat. Couscous. Hallo Dr. Chuck. Ey, Bruder. Eigentlich müsste ich schlafen gehen, ehrlich. Eigentlich müsste ich einfach wieder einfach ins Bett gehen und... Morgen, morgen ist neuer Tag, Alter. Junge. Morgen ist neuer Tag. Morgen wird alles gut. Alles verflucht heute wieder. Was macht Peanut aus? Kenne Chardicht. Ähm... Boah, ich kann es gar nicht erklären. Weiß nicht, vielleicht kann ich den Chat-Land erklären. Irgendjemand. Und Lars, vielen lieben Dank für den Preps auf dem 33. Geh auf, zog Diablo mit, Jungs. Nein, Mann. Ich hab schon Bock auf Pommes. Es ist aber nur ein kurzer Crash passiert. Häufiger mal nach meinem Eindruck. Gibt's noch Peanut-Videos auf YouTube? Da kann man sich genauer gucken. Hallo, was gut. Aber welches Game wechseln wir jetzt? Aber geht nix, irgendwie statt wieder neu. Ich werde auf jeden Fall die Tuning-Karre verkaufen. IC, das weiß ich, weil die fährt sich wie Müll. Ich will die nicht mehr. Ich hoffe, dass wir dafür was kriegen. Ja, das muss man gesehen haben. Kann man nicht erklären. Peanut ist halt so wie Curtis, nur... Anders? Lieber und frecher? Irgendwie so? Ne, ist Nulli. Absolut Nulli. Nulli wie ein Pinsel. Und hungrig. Genau, hungrig auch. Peanut hat Hunger. Aber den haben wir bisher nur einmal rausgeholt auf Unity. Gibt's meine Polizei-Besperrung eigentlich hinten noch? Ja, ist mein Feuer auch nur da? Schön. Nifty, Nifty. Ja, stimmt. Bei Nifty habe ich den erschaffen. Da habe ich zum Engdarm. Was ist los, Vater? Die Fresse. Stimmt, auf Nifty habe ich den zum ersten Mal gespielt. Welches Mal gehört es doch sehr gerne eine Mischung von Vater, Lerner, Freunde, Liebhaber. Luke, ein bisschen Dulli. Eigentlich ist Curtis Crime-Charakter, aber ich kann das hier nicht so ausleben, wie ich das gerne hätte. Hallo? Wizard, vielen Dank für den Primes auf dem 31. Merci. Da haben wir Chinky Mila. Nightblade haben wir oben. Wollen wir den wieder? Wo ist denn der? Da. 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 Porsche haben wir verkauft, Bruder. Wir haben die Tuner-Karren gekauft. Wir haben einen richtig dicken Komoda-Breitbau. Der war am Anfang auch richtig cool. Das kann sein, dass das Fahrverhalten sich wieder ändert, wenn man ihn tunet. Das werden wir wahrscheinlich heute testen. Aber der ist am Anfang ganz anders gefahren. Ach, scheiß auf Porsche. Spiel ein bisschen leiser machen. Okay. Ein E-Auto. Welchen denn? Jetzt erstmal gucken, ob es neue Klamotten gibt. Ja, was geht ab! Mila oder Leo? Ja, was redet ab? Jo, raub! Jo, hopst du rein, steh vor die Tür schon. Ja, voll schiesse, ne? Jo, wo ist heinen, wo ist heinen? Wie aus? Übrigens, gestern warst du ja nicht Mila sondern Lea, ne? Hast du mich geknutscht? Karo, Maro, Faro. Hörst du mich zu? Karo, Ficharo, Minaro, Uvaro, Pai, Papaya. Free Shawwakadoo. Free Shawwakadoo. Free Shawwakadoo. Ja, Mila, wegen den Karren, wegen den Komodos. Ich hab mein Geh noch. Schau, wie ich rede. Nein, nur wegen dem Komodo und meinen Dings. Gibt echt nicht gut, ja. Ja, komm. Komm, wir müssen den Komodo noch tun lassen. Beim Bobby Bibi Banks. Aber das ist nicht das, was ich wollte. Ja, ich weiß, das fährt komisch. Wir haben uns noch einen anderen Motor eingebaut. Ja, das ist pure Bullshit. I can tell ya. Kann man gehen mal holen. Last night I was peeing in the toilet but I landed in the bathtub. Oh, da steht er. Ja, dann haben wir doch geparkt hier. Geparkt. Komm, find ihn mal. Ach, schick. Yesterday I was peeing in the toilet. I landed in the bathtub. Wer hätte damit nun gerechnet? Weißt du, was das Problem mit der Karre ist? Ähm, die schlittert. Das fühlt sich an, als wäre die Suppe leicht. Ja, you right? I'm telling you. We're shizzled. Yeah, for sure. Mmh, for sure. Riech mal meine Finger. Hm. Und dann fühlt die sich aber auch... Am letzten Nacht in deinem Pumbo gepugelt. Und dann fühlt die sich aber auch mega schwer, Ningui. Hm, die fühlt sich halt komisch an. Und das ist... Nuh-uh. Nicht das, was sie mir gesagt haben. Die haben gesagt, jo, der wird ein bisschen langsamer sein. Yo, Bo! Ich rufe jetzt Bobby an, okay? Oder willst du den Bobby anrufen? Nö, würde ich nicht. Ich fühl mich verarscht von denen. Nö. Okay, klingeln nicht. Okay, klingeln nicht. Meint sich so Mr. T anrufen? Hm. Ja. Ja. Scheiße, hab den Namen vergessen. Hacker. Stimmt. Hm. Wie das Pony. Oh. Klingeln nicht. Komm, fahre mit meiner Pelle die machen. Okay. Aber sag mal. Wie geht's dir? Ja. Ja, mir geht's gut. Aber du hast mir gestern Schräger gejagt. Hm. Warum? Na, weil du besessen musst. Hm. Na und? Mein, hä? Äh. Du musst tanken. Oh, boit, oh, boit. Ich mein, Kasi, bin ich ja jeden Tag bei Anders und das liebst du doch an mir. Ja. Hm. Hm. Ne Karo. Mal bin ich Gampi Müller. Und dann bin ich Happy Müller. Und dann bin ich zu. Ja, manchmal bist du komplett gestald an dir. Ja. Manchmal machst du mir Angst, weil du bist besessen von Geistern. Ich bin eben weltoffen. Hm. Das hat nix damit zu tun. Hm. Äh. Griekusch. Ich judge nicht, warum wir tot sind, weißt du oder nicht? Stimmt nicht. Symbol. Äh. Und hier ist jetzt Taxi, Taxi, 5 Dollar. Ich judge nicht, weißt du? Hm. Weiß ich nicht so genau. Sieht nicht aus wie ein Taxi. Äh. Aufladen. Inhalt. Oh, das ist so... Oh Gott. Oh mein Gott. Ja, was soll ich machen? Die Karre fährt zu scheiße. Shit. Shit, man. So eine Müllkarre. Ja, jetzt. Ja. Ja, das Handling wurde auf jeden Fall verändert. Oder das Tuning greift so hart in das Handling rein, das... 2-230. Bitte Vorsicht, da kommt ein Korver. Eine Korver. Eine Korver. Eine Korver. Ja, woa. What you doing? Eine da. Wir haben verfolgt. Okay. Ähm. Versuch dir einfach loszuwerden. Das sind bestimmt Koppers. Versuch ein BAMS Superbrems Gas geben Manöver. Das ist doch wirklich Putschein. Wir müssen los. Das ist ein Habbefähiger. Oh, mein Baby kommt. Die kommen ja gar nicht hinter uns her. Ja, das ist gut. Guck mal nach hinten. Ja, da sind sie. Ich sehe sie. Das ist wirklich Putschein. Ich glaube, die haben Sirene angemacht. Ich hoffe, dass wir schneller sind. Ja, die haben ein blau-rot Licht. Mirjö. Baby Boo, du kannst nicht in den Knast. Du musst auch irgendwann mal irgendwo ein... Ich sehe die gerade nicht. Schnell weg. Ja. Up in the north. In the north. Die Karin fährt sich so scheiße. Ich glaube, wenn du in der Stadt jetzt so schnell fährst, ist das nicht gut, weil die Polizei ist für gewöhnlich recht aktiv in der Stadt. Vor allem jetzt, wo du wirst, mich kanzukrieren. Okay, ich meine ja nur, jetzt gerade, wo die wissen, dass wir hier unterwegs sind, könnten die recht aktiv in unserem Umfeld agieren. Himmel. Karin, wechseln die Karin, okay? Okay. Ist hier ein Gardage? Weiß nicht, wir laufen mal mit dem Tick-i-li-li-li-li-lala. Lulu. Ich glaube nicht, dass du den Bann noch bekommst. Wenn die kommen, schieße ich. Dann muss ich auch in den Knast. Wird mich nicht wundern, wenn die uns verhindern. Mich auch nicht. Ey, die hatte ein perfektes Handling, Alter. Junge, der Taka und ich waren so begeistert von der Karin. Keine Ahnung, was da passiert ist. Vielleicht Juni, ich hoffe. Okay, also, also die Karin ist ziemlich schnell, aber die fährt sich halt um Kurven beschissen. Der Much. Der Much. Selbst, das war ja nicht mal eine Kurve, die eng zu überwältigen ist. Ich würde ja Roxanne rufen, aber kein Bock. Weil die hat sich um nichts gekümmert. Mir nichts. Scheiße, und jetzt habe ich den Schinken-Mila da stehen lassen. Wir nehmen einfach meine Karin. Okay. Okay. Stimmt. Wir sollten den aber, wenn das, äh, der Spoiler und so nichts bringt, sollten wir die alle wieder verticken. Oder? Ja. Aber, Worte, aber mein Auto ist gut. Ne, deins nicht. Ich meine den Komoda und mein. Ja, ja klar. Natürlich. Warum auch nicht? Ja, why not? Why not? Hallo Dieter, hallo Bodo. Wenn die Polizei kommt, halte ich den Waffenkopf und sag, dass du meinen Schmeisegeisel bist. Vielleicht haben die eine Tiefgarage, ein Garage mal. da steht doch so ein Typ, oder? Meinst du nicht, dass der was mit der Pfohne? Wo? Oder kümmert er sich nur um die Artways? Ich glaube nur um die Artways, oder? Äh, wir haben gerade Diablo gezockt, aber funktioniert mit OBS nicht. Fresh immer. Ich glaube, der macht nur Artways. Vielleicht unten? Komm, wir gehen gucken. Mhm. Kann mich aber auch. Hm. Schogo, danke schön für den Wissab M41. Merci. Und XXX, danke schön für den Wissab M47. Und? Ja. Okay. Du fährst? Okay, aber wenn die uns verfolgen, dann, ich bin nicht gut darin. Warum sollten die uns verfolgen? Weiß nicht, wo ich dein V bin. Wir haben uns wahrscheinlich nur verfolgt, weil ich so schnell gefahren bin. Und du bist da nicht schnell gefahren. Doch, wir sind 240 gefahren. Ach so, da haben die schon vergetan. Ja, da waren die schon hinter uns. Ähm, warum geht das nicht an? Weiß nicht. Äh, Bambucho, danke schön für den Priced-Up Massen. Also, es ist voll. Na, du musst den Schlüssel drehen. Ja, kein Scheiß. Geh doch. Du Idiot, was denkst du, wohin ich bin? Kann ich nicht beurteilen, wo du, du, wohin ich dafür gespielt. Soll ich versuchen? Ja, versuch du mal. Hab ich Schlüsse von der Kau? Weiß nicht. Jäger, komm. Ich versteh das nicht. Okay. Wo darf ich sie denn hinbringen, Mister? Na, sollen wir mal zum Paletti-Shop fahren? Vielleicht haben die paar neue Sachen? Nee, haben die nicht. Ich hab schon geguckt. Ich hab aber vielleicht Herrenmode. Ach, die Männer schon wieder. Ich guck mal in Weenheit. Hast du Pinsel mal angerufen? Nee. Wie cool ist das bitte? Jetzt zuck ich Fortnite und trinke Ola. Hm. 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 Mein Auto sieht echt cool aus. Ja, aber das sieht fresh aus. Ich loo it. Loo it. Und der Koopa hat mir geschrieben, ich muss 6.000 Dollar zahlen. Why? Wegen meiner Strafe. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Oh, man. Hey, Koki, Dankeschön. Du bist ab im 20. Warte, wo sind wir? Warte, wo sind wir? Ah, ich weiß jetzt, wo wir sind. Ich weiß wieder, wo wir sind. Okay. Ah, ist in Ordnung. Ich tange mal eben den Schieb. Warum funktioniert mein Schüssel aber nicht mehr? Ich weiß nicht. Ah, jetzt. Alles gut, das war ein englischer Schlüssel. Kai. Oh, 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 digga. Das passiert auch nicht allen Tagen, ne? Ja. Ich ruf mal bei Pinsa an. Okay. Oh, klingelt. Doch nicht. Hat kurz geklingelt. Oh. Super, genau nicht dran. Oh, hello. Oh, 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 boah du fährst mit dings na ja warum das tut mir im ohr dem motor warte mal wo ist der laden haben die geschlossen vielleicht ist sind ja auch wieder da vorne war ja auch geschenkt Ach, die kann doch nicht... Na, hier. Alter, gib mal die Bass. Hammer. Was ist denn? Boah. Hier, rein, bitte. Okay. Ich glaube, noch nicht, Kyo. Okay. Weißt du noch, als wir Nachrichten hatten? Moini. Da wollte er flexen mit seinem Lambo. Ich habe im Rückspiel geguckt. Und dann fährt er auf einmal in so einem Bürgerschleich drauf. Und dann die ganze Karte klappert. Wie kommt der jetzt vor uns? Der ist rechts und dann links und dann rechts gefahren. So, die kann aber jetzt, wir haben wie ein Rasenmäher. Mann, äh, ja. Ich mache gleich raus. Jetzt geradeaus, okay? Ja, okay. Und jetzt auf der linken Seite gleich. Weiter geradeaus. Hier. Pangenwurz. Pissen, Pissen, Pissen. Pissen, Pissen. 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 Kommst du nicht? Ich gucke kurz. Okay. Okay. Nix neues, ne? Nix neues, ne? Nix neues, ne? Nix neues, ne? Weißt du, wo wir mal hinfahren können? zu Pappelwilder. Pappelwilder? Ja. Weil der Dings hat mich angerufen vor ein paar Tagen. Sind ich noch sauer auf den? Ob wir sauer sind? Nein, du. Egal. Ach ja, soviel zu ich rät mich wieder mit dem. Das hab ich gar nicht gesagt. Voll die Zicke warst du. Du bist ein Zicke. Hühnerkacke. Zicke, Zicke. Kannst laufen. Nö. Doch. Warum? Nö. Doch. Nö. Kannst laufen. Boah, okay. Du bist keine Zicke. Du bist eine kleine Babykatze. Mhm. Diese Leila wollte mich gestern knutschen, aber ich wollte nicht. Mein Name ist Leila. Meinst du? Wo war denn? Ach nee, nicht hier. Weite noch. Blink. Ich wollte nur gern vom Bruder. Hier. Hier sitzt du. Hier ist es. Da ist es. Da ist es. Da ist es. Ja, ja. Ja, ich bin manchmal ein bisschen verrückt, nicht wahr? Aber meinst du, die chillen noch hier? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Auch nicht. Und scheint haben die Graffitis weggemacht, Wilder. Also, tja. Mit Seife. Seifi, Malfi. Also, ich bin gar nicht. Ich habe keine Ahnung, wohin. Vielleicht ist er back in the north. Sollen wir mal vorbeifahren da? Ja. Ja. Scheint noch sehr ruhig zu sein, Alter. Ähm, das war... Wo war das denn? Hier. Ich suche meine Enkelin Mila. Sie hat mich einfach in einem Pflegeheim gesteckt und hat mir nie eine Postkarte geschickt. Oh nein. Mirtel Morgen. Oh Gott. Deine Oma suche dich. Die hat bei Weenheit geschrieben. Mirtel Morgen. Oh nein. Ah, nicht gut. Das hast du mal deine Omi gemacht. Ich kann das erklären, okay? Wir müssen die suchen. Oh Gott, du verstehst nicht, wie... Ich schreibe dir. Oh mein Gott. Wie soll ich das denn erklären? Das musst du deine Omi erklären. Ich habe sie ja ganz vergessen. Ich kann nicht schreiben. Die Polizei sucht mich. Du musst sie schreiben. Bei all dem Film. Mila, deine Omi. Die ist aus dem Pflegeheim ausgebrochen. Die rennt jetzt irgendwo rum. Wir müssen die suchen. Scheiße. Die darf auch nicht einfach so auf Menschen. Du musst ja schreiben in Weenheit, dass sie zum Tag kommen sollen. Doch, ich lasse mich doch mal in Ruhe anwenden hier. Ja. 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 Ich will deine Omi auf den Arsch schleppen. Auf die Pampfer. Auf die Pampfer. Sehr traurig. Geschalldämpft. Oh. Hier. Warte mal. War das die Omi, die beim Barbecue auf den Grill geschissen hat? Ja. Ah, deshalb wurde die ins Pflege eingesteckt, ne? Die hat doch zwei Flaschen Rissi getrunken. Man, sie ist verrückt, Mann. Ja, sie ist verrückt. Ja, sie ist verrückt, Mann. Ja, sie ist verrückt, Mann. Ich bin schon so vermisst. Dann mache ich ihr noch ein Emoji. Ja, hier. Oh, Mann. Aber warum geht mein Bild denn nicht mehr an, Dings? Siehst du mein Profilbild? Ne, meins wurde auch gelöscht. Oh, mich. Wie cool ist das, bitte? Jetzt sag ich Fortnite und trinke Ola. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich muss erst mal die Bilder hier alle noch machen. Mustard, vielen lieben Dank für den Wies ab dem 20. Mit Avon, Digga. Und mein Drip, Dankeschön für den Wies ab dem 24. Alter. Zwei Jahre, vielen lieben Dank. Und Stone Campy, Dankeschön für den Prime 6. Vielleicht kommen die kürzlichen Meter. Ne, ist irgendwie... Also entweder falscher Ort, falsche Zeit. Oder ist nichts los in der Klientenwelt hier. Hast du mal hier geschrieben, Nuinard? Ähm, ich hab geschieben, ja, ja. Muss ich... Privat oder hast du unter Ihren Post geschrieben? Unter Ihren Post. Ist der da beworben, nix? Alter. Hä, ich hab da doch geschieben. Und... Alter, gelöscht. Ganz viele haben keine Profilbälde mehr. Ja, ich hab neu gemacht. Nur, ich hab kein Bock. Hab von uns beide. Damals in New York, ne? Ne. Ne. Vielleicht fährst du zum Park. Vielleicht spazierst du im Park. Ja. Aber die... Könnte ja überall jetzt sein. Ist irgendwo ein Event. Nicht, dass... Hab ich nix gesehen. Die ist doch verwirrt und quatscht jeden an. Wenn die Leute jetzt mit der herumfahren und die irgendwann anfängt... Du weißt schon, komisch zu werden. Soll du? Ich bin nicht komisch. Ach man, ich folg dem Gippe, Ass. Ich hab neu. Ne, nur nichts auf die. Vielleicht weiter. Vielleicht nachher. Ja, okay, dann nicht. Hab ich doch. Dich aber nicht. Ja, was kann ich denn für? Wenn du schon wieder schielst. Steig aus. Boah, was? Ich kenne dich ja. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Mann, du schielst nicht. Ist okay. Nee. Nee. Komm, jetzt müssen Romy suchen. Die ist verriert. Ich weiß noch nicht, ob ich die Upload zocken werde. Ich hab vorhin ja die Beta gespielt. Mal gucken, wann das released wird. Bin mir nur nicht sicher. Gibt es hier... Kennst du hier ein gutes oder mittelgutes Pflegeheim? Ich weiß nicht, ob es hier eins gibt. Warum bist du dich schon wild ans Pflegeheim stecken? Na, weil ich mich so um ihr Wohle gehen sage. Die kann sich die Pampers teilen mit Pinsel. Oh Gott, Pinsel wird so auf sich stehen, dass genau ihr Wohle schiebt. Oh nein. Okay. Alter, da drüben ist ein Café. Meinst du das hier? Oh, hey, ich weiß nicht. Vielleicht macht die Yoga eine Unterwäsche. Seit wann hat das Café da drüben geöffnet? Ja, das ist schon ewig. Warte mal, das ist ein Klamottenladen. Oder? Ich? Das ist gar kein Café. Neue Patty-Stoch? Ist das nicht dein Omi? Nee. Viel zu jung. Ich kann mir keine Meinung bilden zu D4. Meine Oma trägt auch Klamotten, weißt du. Safti, Dankeschön für den Prime 25. Und trinke Ola. Mann, lauf. Moini. Tag, Sam. Habt ihr eine verwirrte alte Frau gesehen? Ne. Außer mich keiner. Okay. Dankeschön. Na, gerne. Oh, kein Problem. Habt ihr ihn noch nicht gegangen wolltet? Na, ich weiß nicht. Naja, bisher noch nicht. Geht. Vor 25 Monaten waren wir noch mit Unity unterwegs. Boah, jo. Die Zeit vergeht wie im Flug, Mann. Und wir haben fast ein Jahr da gezockt. Ich glaube, 9 oder 10 Monate. Oh, Mama. Oh, Mama. Oh, Mama, Töte. Was ist denn? Was ist denn mit dem Boden hier, Alter? Oh, Mama. Oh, Mama. Mama, bist du irgendwo hier? Ja, wieso haben wir die jetzt finden? Das ist eine Frage, die echt gut ist. Das musst du dir echt lange überlegt haben. Oh, Mama. Warte mal, aber was macht die in Los Santos? Die muss ja mit dem Flugzeug hergekommen sein. Wir hätten keine Tok Toks drehen sollen. Scheiße, deshalb hat die uns gefunden. Ja. Aber ist doch nicht schlimm. Ich magle die, Umi. Die hat Eier. Oh, Dr. Hähnchen. Hallo? Warum muss ich den Tilt nur ändern? Bitte. Na, na. Oh, Gott. Wo ist sie? Ich kann die Schossflug kaufen. Ich komme. Ach, du Scheiße. Okay, pass einfach auf, dass sie nicht mit... Ist Grintiff Auto. ...Karlien wirft, okay? Ich bin unterwegs. Was machen die oben in Sensors? Ja, will sich ein Drift Auto kaufen? Warte, wir müssen vorher den Schinkenieler holen. Komm, du Scheiße. Oh, ich hoffe, dass Game... ...Dingsdach nicht Game of Thrones, Liberty und so rauskommt. Ich will irgendwas zocken, und das ist... Ich habe hier gefüllt, 4 CFPS nur. Oh, f... Malte! Wir müssen den Finkenieler holen. Wo ist der denn? Na, bei uns zu Hause, im Papas. Oh, mein Gott. Mir fällt gerade mal auf, dass ich total verwirrende Scheiße manchmal habe, Alter. Was habe ich denn da gesagt? Ich hoffe, dass Trone Liberty bald rauskommt. Ich habe hier gefühlt, du fielst dir fest. Hä? Also, bei mir im Schädel kiekt das manchmal richtig heftig, der Junge. Links, links, falsch! Oh, Gott! Na, da vorne! Da, links! Was macht denn die am Zughafen? Mann, das habe ich doch gerade gesagt. Bissst du mich nicht zu, ne? Mich nicht zu! Mann, oh! Wir können nicht so schnell, wenn die Koppers mich anhalten. Dann muss ich in das Gefängnis. Die da Leute mit Finkallen bewirft oder so, dann kommen die Koppers da auch rein. Aber in welchem Fluchhaufen ist die denn? Na, in 10 T-Shirts. Ich glaube, da, wo man auch diese Autos holt. Die ist billig, Karren. Oder mein Gehirn ist die ganze Zeit, Matsche, Alter. Ach, schau mal Gott. Ich glaube, da, wo man auch diese Zeit ist. Ich verstehe nicht, warum in der Distanz Bäume Tastenbäume angezeigt werden und die dann verschwinden, Alter. Hä? Oder ist das die Lot? Aber Dr. Chicken ist bei dir. Okay. Oh, oh. Oh, oh. Aber wo? Da vorne, oder? Nee, das ist ein Schumer. Ja? Du musst jetzt Tampfer sein. Hast du gehalt? Ja. Servus, servus. Oh Gott. Mama, hey. Du hast mich einfach rettet. Du hast mich... Warum hast du mich alleine gelassen? Ich habe ganz vergessen. Du weißt doch, Top, Top. Ja. Ivan sagte, wir müssen uns beeilen und ich kann nicht zurück, wie bei unserer Könnten eingefroren waren und... Du kannst mir wenigstens ein bisschen Geld für mich. Ja, es ist gerade echt super knapp. Darum wollte ich auch fragen, hast du vielleicht ein bisschen Geld für mich? Hey, ich habe mir gerade ein Auto gekauft. Hey, ich habe mir gerade ein Auto gekauft. Ich habe kein Geld. Ich habe mir gerade ein Auto gekauft. Und ich habe mir gerade ein Auto gekauft. Ich habe mich einfach... Du bist ja so... hier ja wir übernehmen jetzt den flughafen hier sind heute neue leute eingereist dann gibt es immer so einen kleinen wochenmarkt interesse an die haben sie drogen leider gottes nicht nein das war eine hinrichtung ja eigentlich würde ich dir mit dem gehstock überziehen aber ich glaube das ist ein bisschen reich ich hab mein auto steht da jetzt hier also wir waren reich doch du zack hat uns gefeuert traurig wir sind auf der suche nach einem job gott hier sind 7000 dollar damit die runde dankeschön wir haben siebentausend dollar bekommen wir können jetzt ein neues flugheim suchen ja ich geh nicht mehr zurück in ein flugheim unsere gang ist gerade um ein mitglied gewachsen ich habe einen kumpel einfliegen lassen das top schotter das flughafen der ist gerade gelandet hier wo bist du ich gucke jetzt nicht auf meinen auf der last wo denn noch taxi taxi ok wir sind in duigst in der nähe von reiki des kios und so ok bis dahin und ich nehme immer noch lsd wir haben sie gestern auf wo wuiasca dr chicken die läuft eigentlich das krank aus ja ja ganz gut nur es gibt keine verbrechers mehr in dem staat deswegen also wird jemand mehr angeschossen es gibt keine verbrecher mehr irgendwie sind die alle irgendwie ja pinsel ja der pinsel ist der einzige patientin wir die ganze zeit haben die treffen wir ja total auch nicht ne wenn er lust schießt ne wer trifft der denn also leistet die polizei gute arbeit wenn es keine verbrechern mehr gibt wie cool ist das ja klar also für alle brügelei 18 polizisten ja doch das ist gute polizei arbeit oh gott und 15 mediziner weil wir auch nichts zu tun haben ja warum steht doch hier oben um wir sind nur noch bis nächste woche da franzisco dann reißen wir aus nein ja nein ja seid ihr bescheuert wir übergeben das baker was denn ich hab nicht zugehört die wollen abhauen ja warum ja weil ich hab einen neuen job bekommen auch male schlagersänger schlager und ich bin voll und ich bin voll und eure autos lasst ihr vom paletti mit verschiffen und alles ja klar natürlich ihr seid so dumm nicht uns verlassen bitte nicht ich kann mir zwei sattler und ein scheiß scheppereck voll mit drogen geben aber die kaufe ich euch ab ich habe 7000 dollar ja wenn ihr drogenlos sein wollt mein og kauft die ne ja die will ich dir mal schenken ne ich hab die einfach immer eingelagert wenn Leute mir geschenkt haben ja ok dann also wir übernehmen alles was ihr habt alles illegale ich sag dir eins ok wir bunkern das jetzt alles bei der oma in der buge ich kenn dich und dein beuteschema dann machst du dich einmal ja ich mach mich mal den schimmelrück fertig und dann rufe ich euch an oder und dann mach ich den abholen oma du hast jetzt die haus wir wohnen mit 17 leute in einem haus oh wie gut das muss ja in welcher sein ja der ganze täglich stehen ja katzenpisser eww warum das na weil ich dahin pisse aber du bist doch kein katze doch miau 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 komm wir gehen den ojap holen ajo du wo pack ich denn jetzt mein auto hin bist du neu hier ja ich bin neu hier hast du heute mit dem flugzeug gelandelt ja ja wieso hier bittschön oh alter ajo du abhauen ja das ist schon ein bisschen schade ne weil sie werde ich auch vermissen und das ist jetzt halt wirklich auch eins und das ist ein konflikt mit mir selber jetzt ajo du abhauen ja es kommt bestimmt neue leute die auch lustig sind oder so ja genau aber nicht so wie wir alle hast du uns nicht vorall das bei care übergeben bei care kickers willst du es wirklich haben ja kau bei care überleben glaube ich auch so ich dachte ich soll die schiedsrichterin werden das auto heißt so ja was also denk mal ich habe nicht verstanden was ich habe nicht verstanden was das ist nichts mehr illegales machen darfst weil da gucken die ganz genau hin und dann kommt das die und jay und doch 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 ich bin das übernehmen ja hazel und pierre ja das johol dann fangen wir bei hazel will dann ja die beiden sind für beide krankenhäuser zuständig also könnt ihr euch einfach wieder im bäcker anstellen oder so wie wurde hallöchen schatsam ne wir machen doch wohl nur eine abschiedsparte dann ok ja ok machen wir ja kommt auf meine liste ja der tief war ja der tief war ich bin nicht kürzer ja sag ich doch war doch ein heißer tipp oder ok wir müssen unseren ogs abholen mit treffenden späternummer dafür sind wir ja am vorkar genau für solche sachen komm mal hör auf zu flirten ok was mach ich denn jetzt mit meinem auto scheiß auf den auto wir sind reich aber guck doch mal wie hübsch das ist die bummskarre da ja du klar ja park die kurz weg wohin na irgendwie da hinten hin oder so dahin hin ok ich hol dich ab da wie cool ist das bitte äh dancer dankeschön für den prime 37 und krono danke auch für den prime 30 und auch für die dank schluss des prime 68 schneider willst du nicht mehr mit mich reden doch aber du hast gesungen ich hab zu gut du warst zu stürmen und zwar ohne dass die ich will nicht dass dr chicken nach malo zieht aber nicht das doch auch ich lass den jetzt schreien schreien es auf die karo er ist auf die mühlkarre ich hol die nach hier ab ja wir holen die nachher ich hab's ja ich hab's ja ich hab's ja ich hab's ja Ja. Aber da hat doch ein anderer Mila geantwortet. Nein, das war dein Mila. Nein. Umi, wie kommst du eigentlich aus dem Fegeheim? Ich habe vor Gericht gekämpft, dass ich wieder für mich selber so kann. Ich habe bewiesen, dass ich noch fett bin. Und dann durfte ich raus. Scheiße. Das hat jetzt aber eine schön lange Dauer ab. Keine Einzige ist mal gemeldet. Umi, hast du Mila gefunden? Durch Tok Tok? Ich wusste ja, dass ihr noch los anders seid. Scheiße. Scheiße. Jetzt habt ihr mich wieder an der Backe. Yippie. Aber hauptsache, ich kann das nicht mehr machen. Ich habe keine Lust des Doppelboden in die Luft fliegt. Was? Ja. Na, Oma, du gehst... Also hier in Los Angeles ist alles anders, okay? Es kann sein, dass wir dir nachher eine Wasserpistole geben. Und dann gehst du in den Job rein. Und hier ist alles umsonst, Oma. Wasser, ich bin schon angekommen und habe mich mit Leuten unterhalten. Und dann kam so ein Pastor oder Priester, keine Ahnung, was das war. Und dann haben die auch von Schäppchen machen geredet. Die wollten gleich loslegen mit dir. Und Mila war gestern besessen von einem Geist. Oh, Scheiße, von was war ich? Gar nicht wahr, es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr. Du nackst dazu, du nackst dazu. Ich habe dir das schon mal gesagt. Du musst einfach mal zu einem Schamanen gehen. Aber ich bin eben einfach wilderufen. Boah. Hey, du Friseur, wo fangen wir hin? Wir fangen unseren OG abholen, unseren Boss. Ach so, wer ist denn euer OG? Pinsel. Achtung. Ha, ihr Scheiße. Und ich bin Zack und OG. Genau. Wir sind super reich und super berühmt. Boah. Das ist ja schon cool. Ich bin ein bisschen stolz auf euch, ne? Das ist doch aber eine Feuerwehr. Aber hier ist ein Taxi, Taxi, 5 Euro. Ah. So, noch ein Taxiunternehmen? Ja? Ja, wir sind da. Das ist aber eine hässliche Karre. Ich bin hier. Wo? Da, wo die Limo steht, bin ich. Keim Schlange aus. Hi. Hi. Ja, Timmy, wir hatten Scherf getötet. Ja, was geht ab? Boah, du siehst cool aus. Hi. Oh, danke. Wir haben ein neues Mitglied für Euro-7-Pinsel. Ja, meine Nana. Milas Nana. Warum schenkst du den Arsch aus, Alter? Hä? Ich hab dir was gesagt. Ich gucke doch nur, ob, ob, also, halt, also, wegen Gängen, also, um, unterwegs. Wir kommen sofort wieder, wir müssen kurz viel per essen. Ja. Und, Pinsel, der Cooper hat mir geschrieben, ich muss 6.000 Dollar zahlen. Okay, das kannst du mal 50.000 leihen. Ich hab, ich hab grad 7.000 Dollar verschenkt. Ich dachte, du hast nur 2.000. Nein, die hab ich, Dr. Chicken Holder und seine Frau. Die, die fliegen aus Malta. Und seine Frau hat einen ganzen Tribbrik voller Drogen. Der gibt er uns. Was? Ja. Die wollen uns ihre Drogen verkaufen, günstig. Das haben wir auch generiert. Aber wir kippen von euch. Ich muss unbedingt eine Rauche. Auf die Lunge, da würde ich aber nur... Ich hab, ich hab nur einen Plant. Ja, Oma. Boah, danke schön. Wer waren die anderen da gerade, deine Karre? Taka und? Weiß. Weiß? Mais. Mais, wie Maus? Oh, jetzt ruft Piepern. Heute brennt ich an. Hallo, wie... Heute brennt ich nix. Hallo. Gut, und dir? Warum steht das Auto dankbar? Da steht mein Taxi, Taxi. Ich hab neugn Mitglied in mein Gang. Ich hab nen Knackausch. OG Myrtle. Das ist OG Myrtle. OG Model, ja. Magnum, vielen lieben Dank für die Primes ab dem 33. OG Model, mein neuer Zugang in der Ging. Und sogar noch abgegradet auf Stufe 2, vielen lieben Dank. Und Woosa, danke für die Wissam 7. Ähm, bist du hier? Nennst du vorgelesen? Nennst du, Dankeschön. Wo bist du? Hey, du rufst aus New York an. Dann komm her. Was labert da? Wo ist New York? Nennst du, dann komm. Okay. Dann sag Bescheid, dann will ich am Hafen einsammeln. Oder wo? Okay, was dann? Wie kommt aus New York mit dem Schiff? Okay, was ist hier eigentlich mit dem Taxi-Taxi? Gehört das nicht mal dem Sandro? Nein, das gehört Fox, aber Fox, die sind alle kerminell hier. Okay, und was ist mit Jörg und so? Wer ist Jörg? Na, der befahl ja auch bei Taxi-Taxi. Und Kafka und die anderen alle? Weiß ich nicht. Weg. Und die habt ihr das so benommen? Fox, glaube ich, ja. Aber nicht alle arbeiten hier, weil hier ist oft ein Meeting-Point von uns, der Truppe. Ich verstehe gar nichts. Okay, und ich soll 6.000 Dollar zahlen an den Kubas? Äh, nee, du musst, genau, du musst es 50.000 bezahlen. Und du stehst auf der Liste. Ja, aber können wir das nicht so tun, als hätte ich das bezahlt? Hast du keinen Kontakt noch? Äh, das läuft über die UJ, und die UJ, da kann ich nicht helfen. Okay, die können mich mal aufschlägen. Was mit Jean-Luc? Kann der da nichts machen? Genau, was ist mit... Ah, der ist doch krank, hat die Pinsen gesagt gestern. Ja, der ist krank. Gott, der hat uns seine Herpes, please. Und die Oma will jetzt zum Friseur, oder kommen die Piep jetzt her? Ähm, die Piep ist noch auf dem Schiff, den müssen wir, den hol ich nachher ab. Okay, dann fangen wir zum Friseur. Okay. Und dann machen wir heute Business. Ähm, okay. Gehen wir ein paar Motherfucker ausräumen? Ja. Wir brauchen nämlich Geld wegen deinen Schulden. Ja, das stimmt. Ja. Also, und, 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 Freunde von mir, die wollen, ähm, die wollen, wie sagt man? Oh, die, ähm, oh, hab ich vergesst. Was, was wollte ich sagen? Irgendwas mit Freunde. Doch, gar keiner. Doch, du hast uns. Willst du jetzt einsteigen, oh, wo? Warte mal, lass mich kurz überlegen. Ich hab's vergessen. Ich auch. Ah, jetzt weiß ich, die, die wollten ja, also, Warten kann man leer, wir haben einen Masterplan. Ja, aber steigst du in die Kar jetzt ein? Nee. Warum? Ich brauch einen Juggler. Warum? Na, weil ich noch Kuba und Curtis und alle kommen. Ähm, wir sind doch schon da. Wir sind doch schon im Auto. Wir gehen doch nur zum Friseur kurz. Aber Kuba, Kuba und Bobo, meine ich. Der Friseur sagte mir, irgendwo oben bei, was weiß ich, 70, 44 oder so. Ja, wie? Wir fallen noch mal los. Ah, es gibt noch einen, achso. Oder wo ist aber das dein? Ähm, also ich hab bei diesem, ähm, Gottes Willen, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber da hab ich angerufen. Und er sagt mir, die sind bei 70, 44. Und wo ist das? Ähm, muss ich gucken. Ähm, eigentlich müsste ich kurz zur Polizei. Ja, bei, was ist denn da, Rockford Hills? Ach, da. Ja, das ist doch Meldose. Ja, was brauchst du nicht? Soll ich dich kurz aufwerfen, Pindel? Äh, ja, ja, ich vermisse ein Auto und die haben das, aber ich weiß dann wo. Und ich weiß dann, da wird sich eh wieder keiner zuständig fühlen, also dauert es vielleicht kurz. Ich rufe dann an, wenn ich fertig bin. Ja, gutes Personal ist sehr selten. Ja, ja, das ist alles voll, voll eifen. Ja, komm, du kannst laufen, die suchen mich. Okay. Das ist gar nicht. Boah, ja. Oh ja, okay. Ja, aber das ist dumm. Ganz schön verplant. Ja. Eigentlich ist es Mila, Audrey. Okay. 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 Aber wir dürfen das nicht sagen. Wann zoll da rum? Wenn das da super lange dauert, dann könnt ihr auch erst mal was anderes machen. Ihr müsst ja nicht mit mir warten. Ich hasse das, aber warten. Deswegen. Aber vielleicht ist eben nur die Praktikant da. Ach, du heilige. Überall diese scheiß Lichter. Was hast du gegen die Lichter? Na, überall. Die sind overused. Na und? Sind doch schön. Finde ich. Ja, sieht so aus, ne? Ich kann man eh nicht reiten. Hä? So, wollen wir bei dir mal drüber gucken, ob du es wechseln haben? Ja. Wie gesagt, ich kann mich nicht entscheiden. Willst du mich retten, oder ist das schon vergeben? Ich kann mich nicht retten. Wir müssen mal gucken, was du am besten. Ja, ich glaube auch. Oh Gott, das dauert jetzt drei Stunden hier. Gebt mir mal eure Telefonnummern. Meine bekommst du nicht. Hallo Lena. Oh ne. Ich ob sie. Hab ich wohl gelöscht. 6, 5, 6, 7, 4, 0. Was? 6, 5, 6, 7, 4, 0. Ihr wolltet euch die Haare machen? Die Oma will sich die Haare schmeilen lassen. 6, 7, 4, 0? Ja. Hab ich. Am besten vorher anrufen. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt hier noch dauert. Ja, das dauert Tage, Gülder. Da ist ganz schön viel los. Ja, die sind immer gut, du suchst. Ja, ich kann mich melden, wenn ich hier durch bin. Tut mir egal. Sagen wir mal wieder los, die Müller. Weil die haben ja auch das im Nurren. Okay, dann bist du gar nicht, Oma. Ja, bis dann. Und lass dir die Rückenhaare rasieren. Aber die halten so schön warm. Nimm mich mal ruhig. Nimm mich mal ruhig. Hey. Dann können wir direkt mal ein Ding holen. Nimm Wurfenschein kurz. Waren das nochmal? Wissen ich. Großartig, wirklich. Das ist durch Pfalne jetzt. Hier. Die nicht dein, ist die? Nee, die haben nur... Die haben uns den Laden getauscht. Oh, wehe, die haben abgeschlossen. Egal, wie fand's, soll die man dann nirgendwo machen. Vermisst du eigentlich Miss Emeka? Meinst du, Miss Emeka und Luis, die sind zu Hause? Ich glaub' ich glaub' nicht. Oh, du meinst du, sind die abgehauen? Vielleicht hat Woldio getötet. Dann würde ich ihn ja töten. Außerdem sind wir so gut befreundet, dass ich ihre geisterliche... Ja, ge... P... 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 Vielen Dank, Mom. Du Arschloch. Ich hab sowieso nichts getan. Mich voll in den Pfund gestellt. Nö. Wohl. Wohl. In your way. Hey. Soll ich die 6.000 Euro zahlen gehen? Ich dachte 50.000. Ne, 6.000 Euro. Aber wollen die dich dann nicht auch im Knast stecken? Ich weiß nicht. Weiß auch nicht. Oder bin ich Gangster? Weiß ich nicht. Weißt du was? Wir legen es drauf an. Wir fahren einfach auch dahinter, wo Pinsel ist. Und wenn die mich anquatschen, dann sag ich, ich hab keine SMS bekommen. Ja. Und dann zahle ich einfach. Dein Handy ist kaputt. Genau, das sind Co gefallen. Ja. Hat gebubbert. 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 Get庭organisation. Mit meinem Leben in pieces. Dies mein erstes zurück. kannst du mein nasa schlug ja da steht ich habe super probleme junge ich raste aus alter nee gar kein bock auf knast rp alter dankeschön für den freien einfluss ich habe trotz nicht gedacht hallo das ist mein onkel ja ich will mich nicht anstecken rödelmasen mumpf und ich bin mir morgens selbst auf den sack getreten oh ja schwanegg schmerzen die dame dort im gesicht inke flach pfeife arschloch da könnt ihr auch mal was von vertragen ein bisschen den schminken und sie ein bisschen weniger dann sehe ich aber genauso scheiße aus wie du deswegen schmink ich mich lieber auch noch ein hässliches hatte der typ nicht mal mit seiner schwester ja ich warte um mein auto ja 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 kann sich nur noch um stunden handeln guck mal schon aufgeführt wenn sie da ein neues feedback haben können sie es gerne zugeben also sind sie am telefonieren ich bin am telefonieren ich bin gleich bei euch ach ihr wollt den scheiß tricoli haben oder ich brauche polizeiliche hilfe polizeiliche hilfe werden dr chuck erst dann vom berg springen lassen ja das ist krank und ich werde gesucht ich bin noch vor angst ist da wie bitte mr green ich bin nicht mr green ich rede gerade mit mr green gottverdammt am telefon na warum tun sie das telefon nicht am ohr jeder hat die gleiche aufmerksamkeit weil ich laut spreche an habe ihr hört doch was mr green sagt mhm genau deswegen ist es nicht am ohr so entspannig daher auf mich anzutanzen entschuldigung er wird ganz schön verstellst ja er arbeitet ja auch hier schon fast ein jahr 2 3 ja 6 31 du was 31 30 mom stinky yesterday was pin in toilet in 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 pieces ich glaube der pinsel arbeitet mit der Polizei zusammen ähm das müssen wir den Kupa erzählen naja ich hab den letztens auch verraten an die mhm voll möhre sogar warum tust du sowas also eigentlich war das ja nicht ich sondern leer ja 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 darum würde ich mir nicht direkt die schuld zusprechen okay es war ja mehr und weniger mein Kübel hm hm das ist langweilig t Alaska bet es beste freier mal hot b t mal 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 Du D- Du D- Du D- Du De heолн' complet Da ist der Bobo Der Bobo Achso, solange ich Let's Go heiße, dann wird mich verschrieben. Komm, das ist langweilig. Hallo, Bobo. Hallo, Bobo. Schön, dass du hier bist. Dankeschön, ich, Boss, ich geh mir einen Kaffee ziehen. Macht mir Angst, Elfino. Alter, ich sehe ganz netter. Hat die auch was Geld ab? Ja, aber es geht bei euch ab. Ja, wir warten mal wild auf den Pinsel, den scheiß Kriminalen. Der hat eine ganze Karre voller Drogen. Ja, und wollten wir nicht noch Schäppchen machen? No. Ja, ich will auch Schäppchen machen. Ich hab keinen Bock mehr rumzustehen. Nee, ich auch nicht. Ich kriege Wasser in den Beinen. Keine Ahnung, was mit Lück ist. Na, der ist am telefonieren mit Mr. Green. Mr. Green? Mhm. Ja, auf Lautsprecher. Ja. Habt ihr euch schon mal Bobo Skin angeguckt? Lord Jesus, warum? Wieso denn? Ich trink Kaffee. Keig mal? Nein, sag ich nicht. Okay. Hör auf. Ich gucke. Lass das. Mach doch mal die Hand weg. Nein, hör auf damit. Du musst den killern. Du musst den killern. Damit könnte sogar Joris ein Feuer machen. Hör auf jetzt. Ich gucke. Ich geh am Rucker. Pensel, weißt du wegen deiner Karre? Ja, mein Jola. Ja, damit willst du doch eh wieder nur Kriminalität machen? Ja, deswegen mache ich den. Ja, Schöpchen wollte mir doch. Aber soll ich dir mal ehrlich was sagen? Nö. Wenn ich gemein sein will, fahre ich Elegy. Elegy. Und wenn ich nicht gemein sein will, fahre ich Jola. Und wenn du richtig gemein sein möchtest, dann nimmst du den Guardian. Dann nehme ich Gob oder Guardian. Sollen wir sonst schon mal draus fahren und Bullock gleich abwarten? Ich weiß jetzt nicht, was Bullock... Ich glaube, der wartet darauf, dass Luke fertig telefoniert hat. Ja. Oh, ich hasse den Luke. Ja, absolute Telefon, Tante. Ist der mal noch bei der Doha? Ja. Arbeitet seit einem Jahr hier, hat noch nie den Fall geklärt. Ich glaube auch ganz ehrlich, dass er zu den Sait-Tänzeren gehört. Ich glaube auch. Der tut, glaube ich, auch immer nur so. Verdammte Sait-Tänzerin. Und ich wette, seine Haare sind gefärbt. Wenn die überhaupt echt sind. Außerdem hat er Spliss. Naja, da wir ja nicht mit dem Krankenhaus arbeiten, kann ich ja verraten, dass der Luke öfter mal beim Dr. Chak war. Wegen Schönheits-OPs. Um Gottes Willen, deswegen die Nase. Nee. Da ist eigentlich ein Radiergummi eingearbeitet worden. Bei dem Buckel. Oh. Wie ist Hans? Ja, wie? Krank? Der Hund? Man ist doch nicht krank, nur wenn man einmal hustet. Doch. Ich habe mich an einen Spuck verschluckt, mon dieu. Das war nicht den Kranken den Osten. Also krank bin ich schon, aber anders. Nicht so, dass ich den Ansteckenden bin. Also hoffe ich zumindest. Und was hast du denn? Ich habe nicht alle Tassen im Schrank. Ich hatte gestern einen Geist in mir. Und vorgestern auch. Und davor den Gästern auch. Und davor den Gästern auch. Und davor den Gästern auch. Hm. Na jetzt ist der Geist wack, weil ich dafür gesorgt habe, dass Dr. Chuck für eine Klippe springt. Großer Warte, was? Wow. Aber doch nicht Dr. Chuck. Doch, doch nicht Dr. Chuck. Doch, der hat die doch getötet. Ach so. Ich will dir nichts sagen, ne? Und ich bin ja auch keine Snitch. Aber ist das da Bobo auf dem One-Hit-Plakat oben? Das ist doch Bobo, oder? Moment. Das ist, das ist Bobo. Das ist halt wirklich Bobo. Das ist wirklich Bobo. Komme ich dem Finderlohn? Hab ich mal ganz kurz. Ja, der steht da draußen. Heißt ja, der, der tauscht Ärmer. Eine Waffe. Da steht Arm. Hier wird gerade vor der Tür einer entführt, beziehungsweise ausgeraubt. Oh cool. Cool, schnell gucken wo. Lauf mal gerade vor. Direkt hier rechts rum. Da haben sie gerade ein Auto angehalten. Mich haben sie auch eben gemacht. Wo? Paschen! Ja, Bobo. Ja? Komm mal kurz melde, bitte. Was ist los? Ich habe mich gerade extra da vorgestellt. Wo denn? Was denn? Aber ich glaube du hast gesucht, Bobo. Guck mal. Jesus. Das ist mein Cousin. Ist das? Ich... Ich... Gott. Kann ihr dich erwischen, ne? Nein, nein. Das bin ich nicht. Das ist mein Cousin. Doch, das bist du. Nein, das bin ich nicht. Ja, auf jetzt. Ich habe mich extra da vorgestellt, damit ihr es nicht sehen. Correct. Nein, Cousin ist nicht tot. Und wo sind die Antworts hingewandt? Na, die wurden da wohl den überfallen kommen. Oh. Aber wo? Oh, Jesus. Oh, Jesus. Alles gut bei dir? Ja, aber warum? Hast du Wooker? Ne, ich habe in Hose. Oh. Oh Gott. Geh mich einstempeln und dann zur Verwahrstelle, ne? Achso. Gut. Oh Mann. Jo, was geht mit denen? Da kommen die, da kommen die. Da ist mein Auto. Da kommen die. Warte, man hat geschossen. Da war'm. Jesus. Er hat geschossen. Gib mir mein Auto wieder. Mein Auto wieder. Ich kenne mich halt, Max. Was war mein Auto? Was war mein Auto? Die benutzen das gerade, weil die hoffen, das andere Auto zu stellen. Die versuchen hier im Namen, ne, weiß ich auch nicht, aber ne. Wir sollten uns mal die Karre organisieren, scheiße. Wir sind doch keine Fußstreife. Da steht auf anderem. Meine Sch... Könnt ihr mich nicht einstellen, damit ich da mithelfen kann? Ja. Gut. Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert ist. Das ist, das ist normal. Das ist völlig normal. Du wurden auch überfallen. Das ist einfach Alltag. Das ist einfach Alltag. Das ist einfach Alltag. Ist das... Lothar, was passiert? Seid ihr unterbesetzt, oder was ist denn hier los? Wisst ihr, was passiert ist? Wenn wir mal zuhören würden, anstatt einfach irgendwie gegen mich zu schießen, kann ich ihm weiterhelfen. Mach ich nicht. Alles klar. Dankeschön, Lothar. Schönen Abend noch. Gern jetzt bitte einmal zur Leitstelle. Da kommen die Karl doch. Hallo? Wir haben ihn leider nicht erwischt. Wir haben... Wir haben es nicht geschafft. Du hast recht, er hat wirklich abgeschlossen. Ich will ja mein Auto wieder haben. Wie? Wunderbar. Danke. Ich frage einfach gar nichts. Wurde nichts. Nein. Weißt du was? Was ist denn los? Du riechst heute wie ein Nerdkon. Ja, ich hab versucht ihn zu kriegen. Du auch. Wie ein umma. Ich hab versucht ihn zu kriegen. Ja, weil mein Oma da ist. Ja, ich muss dich aber nicht wissen, was das ist. Mit Motten denn? Ja. Kann ich dir mal helfen? Danke. Bitte? Nein. Danke. Okay. Wir sollten von der Straße runter. Soll ich mal Kille-Kille machen? Nein nicht, Mama. Oh, ich glaube, der wird eingepackt. Ja? Fick dich, White! Fick dich! Ja? Was geht denn bei euch? Oh, Halloway! Halloway! Das wird immer besser. Alles klar? Was für wilde Schuhe! Die sind geil, oder? Halloway, coole Farbe! Na klar, warte, jetzt steig mal aus! Oh, hey! Halloway! Alter, was denn das für ein langes, dunkles... Brüsshaar! Du wolltest mir was besorgen! Was denn, besorgen? Ach, ne Wumme! Guck doch, ich hab keine! Ich hab auch keine! Aber du, du kannst was besorgen! Genau! Was hast du gesagt? Halloway! 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 Ach, was ist das? Ein Stoi, sag's euch! Schön, dass ihr wieder da seid! Ja, weh, wir waren weg! Danke! Danke! Mein Pausenbrotgeld?! Als ob du das überhaupt gemerkt hast! Du hast mich nicht angerufen, Wayne! Ne, mich hat er auch nicht angerufen! Obwohl sie sein Leben gerettet haben! Weißt du noch, Penzel? Ja, Spitzel, du hast mich doch auch nie angerufen, du hast! Du steck's dir hinten in deine Tatndippe! Hahaha! Mann! Was gilt bei euch heute? Wir haben gerade den Archegas unten in die Fresse gehauen! Ähm... Das ist cool? Ich weiß was... Bobo, komm mal zum Beispiel! Wir haben gerade Verbrecher gejagt! Wie haben Verbrecher gejagt? Ja, aber wir haben den nicht wirklich gejagt! Nee! Wir sind aber arbeitslos! Und wieso jagt ihr da einfach einen Verbrecher? Wir haben Langeweilung! Wir waren gerade ums Elf und dann haben wir von dem Mann, der beklaut wurde, sein Auto geklaut und haben geguckt, ob wir da hinterher kommen. Weil der hat alles verloren. Und mehr. Und fast seine Schuhe. Aber vor allem sein Job. Job. Habt ihr schon gehört, dass Dr. Chuck gestern vom Berg gesprungen ist? Ja. Ich war besessen für ein paar Tage. Genau. Von der Frau, die Dr. Chuck umgebracht hat und dann wollte die sich rächen und dann hat die für ihn in meine Stimme gesungen und dann ist er einfach runter dem Berg gekullert. Weil er belebt. Ach Gott, sei Dank. Ich hab schon gedacht, mit einer der besten Ärzte der ganzen Scheißstadt, wir waren hier aber angegangen. Dr. Chicken haut aber nächste Woche ab. Ja. Warum haut der ab? Der hat einen neuen Job auf Malle oder so, hat er gesagt. Ja. Auf Malle? Und seine Frau haut er auch ab. Der will nach Alaska? Ja. Ja. Der will Schlagersänger, oder so, hat er gesagt. Der will Schlagersänger werden? Ja. Das ist so schrecklich. Es passieren nur schlimme Sachen. Warum will man denn Schlagersänger werden? Ha, piss dich, du Arschloch! Ja, piss dich, du Arschloch! Ich knallsch ab. Ja, wir haben keine. Unsere Knarren wurden uns abgenommen, als sie auf Cops geschossen haben. Oh nein, ich hab meine Knarre schon. Ich nicht mehr. Ihr habt auf Cops geschossen? Ja, oben vor drei Wochen. Deshalb war ich hier auch im Exil. Ich hab mich versteckt. Weil die Cops suchen mich. Ich nicht. Die Cops suchen mich auch wieder. Dann sind wir am perfekten Ort. Das ist so clever, dass das schon gar nicht aufhängt. Kein Knallt, kein Knallt. Was denn hier los? Kein Knallt. Nix ist hier los. Wir werden überfallen vom Way. Eskalation, Eskalation, Eskalation. Wir haben los. Schieß auf die Reifen. Achso, okay. Wir haben so viel Langeweile, dass wir nur Quatsch machen. Jetzt in der Deckung, Nila. In der Deckung. Gute Polizeibeite. Den einen hab ich im Kopf. Nein. Achtung, Achtung, Achtung. Achtung, Achtung. Bitte nicht schießen. Oh nein. Help. Willst du bitte beiseite treten? Ich hab Termine. Danke. Ich trete sie gleich mal. Okay, viel Spaß. Entschuldigung. Lodo. Lodo Kuh. Stell dir mal vor, der ist so langweilig, dass du so machst. Und Piu, 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 macht's. Ja. Kann man so einen Pencil und einen Bobo. Okay. Das ist doch schon mega cringe gerade. Hab ich nicht gesehen. Ich hab einen Tumorblick. Kannst du deine Stirn gucken? Ich hab mal ein Bestes gegeben. Warte doch, komm nicht. Ja, mit einem Spiegel. Oder Selfie-Kamera. Mit einem Shooting-Kamera. Kamera. Kamerouni. Ich dachte, ich bin für ein Haftgefee gesucht. Dann war ja nicht. Wo ist er denn? Empfohlen. Ja, wo ist er denn? Oh, Boit, oh, Boit. Oh, Boit. Danke für die Wiese am 22. Freunde. Alter, nur weil ich grün nicht weg habe, heißt das, dass ich so aufgehört. Hast du die Nummer? Ja, ja. Okay, ich muss kurz mein Auto holen. Wie hältst du mal herkommen, musst du Bilder abhauen. Schlag dich gleich zusammen. Manometer. Du scheiß Fabrikser. Was soll ich denn machen? Ja, wohin? Ich muss mein Auto auf der Verwahlstelle holen. Ja, dann sag doch, dann komm mit. Okay. Gleich qualmt es. Arschloch, du. Arschloch. Arschloch. Deine Karre qualmt. Was ist das? Steig rein, Milo. Bei mir ist alles schick. Der Chat pennt wieder, Alter. Ganz so knicken. Naja, schwer zu erklären. Heute haben wir das Scuffed-Stream. Penzel, dein Reifen ist gepasst. Nein. Boah, ich hab so doll zugetreten, dass der ein Luft umschwungte. Ich bin auf dem Weg. Penzel, du hast den Patten. Nein, mein Auto. Ich stehe jetzt vor der Polizei von Wahlstelle. Ich bin von da ein Minute. Oh Gott. Okay. Ja, sie ist langweilig. Super. Boah, er tut weh im Herzen, Ludi. Jetzt fühl ich mich unter Druck gesetzt. Was kann ich machen, um den Content zu retten? John Luke, ich suche meinen Jugola. Darf ich rein? Heimgeknallt. Ich kenne den Code nicht. Das ist jetzt schwierig, ne? Ihr müsst warten, dass ihr da rein könnt. Das dauert noch kurz. Wie, aber wir sind schon drin. Nein, wir sind nicht drin. Wir stehen noch davor. So. Wir müssen jetzt kurz warten, bis Lügen mit Telefonieren fertig ist. Ich brauch schon mal einen Abschlepper. Ich kann schwören, dass Blatt... Ist das immer noch ein Trip von Gästen? Bin ich drauf? Frag mich mal. Hau mich mal. Erste an die Drogen. Gleif mich. Was passiert dir heute schon wieder? Gehört da eins zu euch? Oder dir? Ja, der Jugola da vorne, wo Mila dran tritt. Ah ja. Warte mal, wie ist die da reingekommen? Das stimmt. Aber warum ist die über die Mauer geklettert? Nee, ich glaube, die passt hier durch. Ganz schön Kraft in den Ballen. Ich glaube, die passt hier genau durch. Aber wieso? Ah, Lee kommt. Warum? Wieso hast du auf den Autos? Ja, dann geht's euch. Meine Ahnung. Warum? Weiß nicht, aber es ist ja sowieso schon kaputt. Weiß hat einen Latten. Mila, kein Bodyslam machen auf die Karre. Bobo, guck nicht dahin jetzt. Ich darf gucken. Mia, denk dran, du hast einen Rock an. Guck mal, der Pino schielt schon. Das habe ich im Seiltänzerinnen-Kurs gelernt. Okay, bei uns im Keller, ne? Ja, in der Art. Tja. Was machst du jetzt? Ich weiß nicht, ich habe Angst auf einmal. Kannst du einen Flickflack machen? Nee, ich habe Angst. Mach ein Salto. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Ich kann mich nicht mehr bewegen. Spreng einfach runter. Ich weiß nicht. Komm, ich fange dich mit meinen starken Armen auf. Okay. Ich mache nämlich Bodybuilding. Weißt du, der hat Dynamit in der Hand und wir sind fangt. Oh, okay. Großartig. Puh. Richtig anmutig, den Salto-Tänzerinnen-Sprung. Du musst so einen Abschlepp oder was? Ich habe den Plattenreifen gehört. Ja, also mein Jugolam ist hier doch. Ach, da ist er ja. Guck mal. Müssen wir nur kurz drübergucken, ne? Ja. Obwohl, der hat den Lacken, bitte. Wenn, dann lassen das Auto. Wegen sie es auch an. Keine halben Sachen. Ach, verzeihen Sie, Sir. Sie sind der Profi. Ich könnte nochmal aussteigen, bitte. Ich würde bitte aussteigen, damit ich den Motor anmachen kann. Ja. Guck mal, der fängt den Pinot. Habe ich ein kleines Problem? Abschleppen sind nicht erweichbar. Ja, werde ich gerade mal. Harry, kannst du zu... Ich weiß, du willst mehr in die Presse, aber du kannst es nicht. Bitte, kannst du mein Auto noch flicken? Ich könnte aber was anderes probieren. Bitte, Harry. Nein. Können Sie mal das Fenster runter machen? Jetzt so. Hör einfach alle Knöpfe. Okay. Können wir den vielleicht rausschieben? Ich bin ganz dicken nach vorne. Okay. Er hat sich wie eine Kuh. Ach so. Nein. Was bin ich denn jetzt für ein Mann, ja? Das sind wir noch nicht. Cool. Nein, sieht sie nicht. Bullock darf... Ein Job ist scheiße, Junge. Ich bin jetzt ein Detektiv. Fertig. Jetzt schon. Ich habe ihn aufgeholt jetzt. Ah, ja, stimmt. Der einzige Grund, warum ich Beförderung geil finde, ist, weil ich meinen Ausschneller abzeigen kann. Das ist aber auch alles. Also, Carriere geht um zu leben, ganz klar. Mach mal die Motorhaube auf. Okay. Ah, großartig. Mach du mal. Meine Fresse, kann man die nicht rausschieben? Motorhaube. Jetzt ist es nicht mehr lustig, dann. Ich schreibe ja schon SMS. Kein Pinsel hat gesagt, Office Excusi ist krank. Und sie sind ja gar nicht krank. Ich muss mich um die Familie kümmern. Die braucht ein bisschen Beschäftigung. Lassen Sie die Ski fahren auf Ihre Nase? Wichser. Haben die Bubos Kind schon mal gesehen? Jetzt. Ist doch gut. Wenn das so weitergeht, ist vielleicht die U-Flüssigkeit leer, ne? Carriere hat gestern gesagt, wenn du da einen Stock zwischenmachst und reibst dann ganz schnell, dann machst du Brennholz mit seinem Kinn. Das wollte ich schon mal immer ausprobieren. Ja, die Joges hat ja den Bubo gebraucht. Sine, hau ab. Ja. Hat das schon ein bisschen ehrenlos belauft, ne? Sag ich dir ehrlich. Das soll das erste Mal, dass du jemanden getroffen hast. Warte mal, darf ich ehrlich? Ich geh mal kurz zu dem Tasso Auto. Ich glaube, da liegt irgendwo mein Goldzahn. Ja, der wird ja auch nicht liegen lassen, ne? Der Gold wird immer teurer. Jawohl, mir tut. Was heißt das? Hast du auf den Max gedrückt, oder was? Ich glaube schon. Wie sieht denn da raus? Oh Gott, ich hab ganz, ganz komische Muskelzucken. Au. Au. In 99. Nein, nein, berupt euch, berupt euch, luk das. Ich will auch, auch sie mit Gebrüll. Warum schlägt er auf mich? Wer schlägt denn zu? Warum schlägt sie mich? Ich hab nix zu tun damit. Ach, Lord Jesus. Boah. Ich hab einfach den Kollegen umgeklappt. Ich krieg dich. Was ist denn da? Bleib stehen. Oh Gott. Ich war es nicht. Junge, okay, das ist... Ich muss ehrlich gestehen, das ist einfach pure Langeweile. Was gerade alles passiert? Au. Das ist... Das ist lustig, ja? Irgendwie ist es funny, Alter. Aber das... Einfach nur absolute Langeweile. Von allem. Und das merkt man. Aber lustig ist es trotzdem. Leg dich nicht mit der Pino an. Pendejo. So, warte. Jetzt reicht es mir. Jetzt red ich auch nochmal, alle. Rambazamba, zuck, zuck jetzt hier. Warte mal, mach, werd mal wieder wach. Braucht deine Hilfe. Also wenn Koppers anfangen mit Schirrbchen zu machen, dann kannst du eigentlich schon neue Ziele starten. Jetzt kriegst du das. Was willst du hin? Komm her. Komm her, du Pendero. Das muss alles sein. Ja, ich sag jetzt trotzdem lustig, aber basiert halt alles auf Langeweile. Es ist eins, das hat man nie vergessen. Die Polizei gewinnt immer. Und ich bin nicht umsonst die PD 02. Ich bin der Letzte, der steht. Der Server ist nicht tot, das unterschreibe ich nicht, das stimmt nicht. Weil es sind super viele Leute im MAP, die sind halt einfach nur... Die MAP ist ja auch gar nicht so klein, das darf man ja auch nicht vergessen. Erstmal von der Straße, nicht, dass hier jemand überfahren wird. Die sind einfach unterwegs. Es sind 300 Leute auf dem Server, ich hab gar nicht geguckt. Die sind einfach unterwegs und die machen einfach die Dinge. Du hast geträumt, du hast die ganze Zeit im Traum geredet. Ja, hallo, Mr. Tagger. Einen wunderschönen guten Abend. Wunderschönen guten Abend. Wie geht's? Ja, jetzt will der Gold und ihn? Ist eigentlich ganz gut. Ich hätte heute einen kleinen Mini-Auftrag. Wie sieht's denn aus? Kapazitätenfrei? Aber nicht mit Märty, weil ich wollte gefeuert, als ich ins Sextil gegangen bin. Nee, 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 nee. Ist ein bisschen, ein bisschen, also anspruchsvoller. Okay. Ist das ein Ein-Mann-Job? Nein, 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 nein. Brauchst du mehrere Leute für. Wie sieht's denn mittlerweile mit dem Vertrauen zum Pinsel aus? Das ist mir, ja, ja, das geht schon. Bisher hat er immer die Fresse gehalten. Habt ihr ihn jetzt ein paar Mal gesehen? Äh, das ist schon in Ordnung. Aber, äh, ihr müsst als, äh, Elektriker ins Centripedie rein. Ja, ich denke, das ist kein Problem. Ja? Sind 100k für euch drin? Oh Gott. Ja, das passt ganz gut, weil der Pinsel sehr viel Schulden hat, hab ich mitbekommen. Okay, weiß ich nicht schon. Ja. Okay, dann, äh, komm doch mal zu, ähm, Paletti und Partner. Also, kriegst du hin, ja, hast du ein paar Leute, mit denen er machen kannst? Wir haben auf jeden Fall ein paar Leute. Okay, dann komm doch mal zu dem langen Schiff, wo immer die Autos da ausgeparkt wurden. Alles klar, mach ich. Alles klar, ist gleich. Aber kann ein bisschen dauern. Alles klar, leg einfach auf. Jawohl. Ja? Kann zehn Minuten dauern, ungefähr. Äh, ja, okay. Okay, bis gleich. Bis gleich. Was hast du gesagt? Das hat Spaß gemacht, oder? Ja, wir haben einen Auftrag, 100.000 Dollar. Was denn? Wir müssen als Elektriker verkleidet etwas aus dem Centripedie besuchen. Hey, was sagt das? Das hat der Mr. T uns den Auftrag gegeben. Bist du dabei? Riechseins. Kriegst du es hin? Wie, du hast Riechseins bekommen? Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass der Pinser das nicht hinbekommen wird jetzt. Das wird schon. Pinser, komm ganz schnell her. Pinser, wo, wo kommt der schnell? Ist das gerade wichtig am Telefon? Kein Dank für die Anwalt, du dumme Wichser. Oh, ich hasse den da. Ich würde aber vielleicht noch mal zu Duktyak mein Näschen abchecken lassen. Der kommt jetzt hierhin. Die haben den angerufen. Okay, was? Pinser, komm schnell her. Wir haben einen Auftrag bekommen, 100.000 Dollar. Wo? Wir müssen als Elektriker in den Centripedie rein. Wir müssen irgendwas besorgen. Ja oder nein? Ich habe zugesagt schon, weil ansonsten gehe ich alleine. Nein. Okay. Wir brauchen aber, warte, Bobo ist ja da. Also wir sind zu viel halt. Kannst du noch zwei Leute organisieren oder einen? Ja. Was mit Oma? Oma nehmen wir auch mit. Worum geht's? Was ist los? Wir haben den Auftrag bekommen, 100.000 Dollar. Wir müssen den Centripedie irgendwas besorgen. Wir müssen uns als Elektriker verkleiden. Okay. Ich weiß nicht, wo das Centripedie ist, ne? Das ist nicht dieses Pidie vorne. Das ist ein altes Pidie, oder? Das kann gut sein. Aber da müssen wir jetzt gleich auftauchen. Okay, ich bin dabei. Ja, wir müssen jetzt ein Auto besorgen und dann... Warte, was sollen wir denn da besorgen? Mein Auto steht da drin. Was sollen wir denn da besorgen? Das wissen wir nicht. Wir fahren jetzt gleich nach Paletti runter. Und da treffen wir uns mit Mr. T am Chiff. Chiff. Und dann sagt er uns alles. 100.000, Pinsel, dann bist du schon mal ein paar Dings los. Schulden. Mann, wahrscheinlich schuldet der ihm 100.000 und dann verhält er das mehr. Ich habe den gefragt, der weiß nichts von Schulden. Naja, also es sind viele da, ne? Ja, dann machen wir einen großen Job. Ja, also wir könnten das mit allen machen. Aber müssen wir nicht. Wir nehmen alle mit. Jeder kriegt einen Job. Jeder, okay. Ja, was geht? Bracken. Ja, was geht? Bracken, was geht? Bracken, 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 Blatt. Ja, warum ist es so? Jeben, den du vertast. Isaac. Herr, das ist cool. Ja, was geht ab? Das ist Didi. Ja, und Didi, Didi, die einen da? Das ist Didi. Ja, Mann. Genau, Didi der da. Oder ist das P-Didi? Nein, Didi. Ja, Didi? Ja, was geht? Ja, was geht? Ja, was geht bei dir? Sicher, und bräuch? Ja, klar, Mann. Penzel, die Uhr tech, ne? Ja, kannst du mal einen Reifen, Mann? Ja, woher denn? Aber wir müssen, du wartet, oder nicht? Ja. Der kommt doch mal nicht. Ich warte nochmal. Da muss ich ihn rausholen. Ähm. Da liegt, da... Der Jugeler liegt. Habt ihr Duke-Duk-Duk-Jak erreicht? Kommt der vorbei? Da passt ein Ersatzreifen hinten rein. Eieieiei. Das ist ja um die Ecke. Ah. Da ist er unten drunter, wer weiß. Der ist nicht unten drunter. Na klar, kingelt doch. Oder sind's neben einem von hier? Ja. Sind Sie gerade in der Stadt? Ich bin im Weg, ja? Oben im Norden. Ja. Wir bräuchten medizinische Hilfe am... 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 Was war das? In der Stadt. Ja, aber wir... Ich verstehe schon mit keinem Wort. Hier, du, hier, wegen des... Ja, klar, aber ich will kommen. Ähm, zu der V-A-Stelle. Ja. Ja, ich fliege. Okay, danke schön, es reicht. Okay, Dr. Chuck kommt mit dem Heekoppler. Okay. Ja, im Moment. Äh. Na klar. Kennst du... Kennt ihr euch mit Elektronik aus? Robo? Einer von euch. Was? Kennst du dich mit Elektronik aus? Wie sehe ich aus? Ja, wie einer, der sich mit Elektronik auskennt? Lord Jesus. Du hast da einen Hackerman-Brille an. Ich kann das Beta empfangen, weil ich mit Elektronik zu tun habe. Ich kann Elektro... Ich kenne Kabel... Und Stecker und Steckdosen... Und... 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 Und Strom macht aber... Aber... Und... Und... Und für hast du mir mal erklärt, dass man so Babys macht. Genau. Ich habe alles gegeben. Und... Und ich stehe auch oft unter Sturm. Gut. Wenn sie gewissen, dass ich den Reifen umgeglaut habe. Das ist nicht meine Karre. Und... Wir haben auch Sturm mit einem Licht drin. Ja. Zuhause... Ein Elektronik-Kasten. Da macht man einmal Klick-Klack und dann haben wir Sturm. Ja, das kann ich auch. Mehr bauen nicht. Und... Und... Und dann... Wir haben auch einen Toaster. Der hat auch Sturm... Abel... Abel... Verbindung... Ja, Pinsel, Tick-Tack und so. Also... Willst du doch was loswerden? Oder... Ja, will ich? Nein, warte. Jo, jetzt mach mal nicht so Stress hier, okay? Ja, mach du mal nicht so. Kein Beknall. Kein Beknall. Was ist denn hier los, Mann? Oh, scheiße. Ja, ich bin Didi. Wer bist du? Jo, shit. Du machst unseren OG-Denkst du jetzt erst mal nicht so gedrängelt, der Bedrängnis, okay? Jo, Didi. Ich hab's dir gesagt. Du machst den ganzen Tag schon so Stress, Mann. Wieso mach ich denn immer Stress, Mann, Triple B? Was soll die Kacke? Ich hab keine Ahnung, Mann. Du bist komplett unentspannt, Mann. Pass auf! Weil du meinst das Triple B? Bobby Baby Bangs? Nein, Mann. Billy Bobby Bars, Mann. Billy Bobby Bars. Billy Bobby Bars, Mann. Hey, dann lauf mal schon Taxi in Taxi. Wenn ich jetzt meinen Fingernagel abschnipse, bist du tot. Oh Gott, bitte hin. Was seid ihr denn überhaupt, Mann? Na, ich bin die one and only Tippi Mila Kusch. Ähm, Gönnisch, ich hab die angerufen. Die kommen jetzt alle schon Taxi in Taxi. Ja, das ist gut, weil Dr. Kacke kommt jetzt her. Ja, das ist so unikas, oder nicht? Weil die Oma irgendwie das Buch geschrieben hat. Ja, klar, Mann. Irgendeine Oma sucht ihre Enkelin. Die Oma ist eine Hau. Ich gehe kurz tangen, ja? Alles klar, ich warte hier. Was ist denn jetzt für Winsel, Mann? Ach, das war deine Oma, okay, alles klar. Die, zu Taxi, Taxi, da ist Eingangsbesprechung. Aber ich gehe kurz tangen. Der hat leider kein Geld für mich. Ist gleich was. Ich habe einen Krampfenfinger. Nee, ich habe Ay-Wu-Wu-Wu-Wu-Ska. Ein was, Mann? Ay-Wu-Wu-Wu-Ska. Was ist das für ein krasses Zeug, Mann? Das ist viel krasser als ein Jonny. Ach, viel krasser als ein Bub, erzwein? Na klar, das ist von Altherheimischen, ähm, Altherheimischen gemacht. Scheiße, das klingt echt heftig, Mann. Also, ich weiß nicht. Und ich nehme da mal täglich LSD dazu. Ja, das sieht mir nicht gar nicht an, Mann. Das ist ganz krass. Ah, ich muss auch los. Ich bin mit 5 E-Wulder. Ja, wir trüffen uns doch gleich. Ja, nicht so schnell, Mann. Ja, hau rein, Triple Pipi. Jetzt schau mich auf die Reifen. Ah, 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 ah. Da ist er weg hier, die ficken unsere Reifen, Mann. Hey, Doktor Bizzle, vielen lieben Dank für 10 Euro, Alter. Und auf was wird es doch gesagt, hier? Und Tschuldi, danke schon für den Prime 40. Wir haben, wir müssen, scheiße, wir müssen schnell Elektronika-Outfits besorgen. Okay. Uppdowners, mit Uppdowners. Ah, sehr gut. Wir wollten, ich rufe Doktor Chuck an, ich sag, der soll da vorne hinkommen. Nee, die kommen alle schon ins Taxi, Taxi. Ja, ich sag, Doktor Chuck soll da hinkommen. Ja, ja. Dr. Chuck, wissen Sie wohl das Taxi-Taxi-Hauptquartier ist? Das ist neu. Genau. Ja, kommen Sie dahin. Ist gleich hinter der Vorwahrstelle. Alles klar, ich finde, wir müssen noch kurz, wenn es nicht abgeht. Wir müssen jetzt jemanden losschicken, wir brauchen Dings, ne? Elektronik-Elektro-Outfits. Wir brauchen diesen Overwall. Guck mal, was hättest du hier? Ja, aber wir brauchen das, also wir brauchen bestimmt drei, vier Leute. Nur einen? Ja, genau. Gott, ich bin da! Sehr gut. Jo, piep, 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 komm schnell. Ja, ja, hi. Wir haben einen dicken Job am anderen Land gezogen. Oh, krass. 100.000 Dollar. 100.000? Für was? Wir müssen Centropedy einbrechen, irgendwas rausholen. Geil! Aber wir müssen uns verkleinen als Elektroniker. Oh, okay, das kriege ich hin. Okay, schnell zu Doktor Chuck, wir brauchen einen Verbandeskasten. Zieh mich schnell um. Warte, warte, mach mal rein. Am zweiten Tag hat er mir so ein Motorrad geliehen. Ich hab alles nie wieder zurückgebracht, Mann. Du krank mir wohl den Fressen. Warum? Wir haben uns mit den Bullen gefetzt. Oh, die Dreckskopf, Mann. Will das LSD-Creme? Scheiße, was war... Ich wünschte, ich hätte mal eine LSD-Creme. Ja, was geht? Weil der richtig sauer war. Leute, ich hab grad 300... Ich hab grad 306 Dollar, weshalb wird Volltank? Dankeschön ab dem Tag. Ja, ich hab auch grad 300 Dollar bezahlt. Das gibt dir noch krank. Ist das teurer geworden? Die Wirtschaftskrise, Mann. Ist krank, was das kostet. Vollkommen krank. Bitte schön. Dankeschön. Was machen wir hier noch? Ich weiß es noch nicht. Du hast eine Fresschen oder so. Ich weiß es echt mit ehrlicher Arbeit. Ich weiß es, wenn du das so. Du bist eine Säure. Ich bin ausfügt. Ich bin ausfügt. Ich bin ausfügt zu mir. Haben Sie schon mal gekommen, dass... Ist das Chicken? Abhaut? Ja, aber wer ist denn die? Ja, genau. Oh mein Gott. Ich bin fast unterwegs. Scheiße, wir müssen zu unserer Karre. Dr. Chuck, können Sie uns Dings fahren? Natürlich. Haben Sie zu Pizzei? Guhu hin? Na, zu Pizzei. Oh, ey, ist Pinsen. Ja, kann einer Dings organisieren? So Overwall-Anzüge. Die brauchen mich vier, fünfmal. Aber ich muss für Oma und mich kaufen. Einen Tag. Dankeschön. Einen Abend. Ja, wir müssen die alle gleiche Farbe haben. Ja. Rot oder so. Ähm, warte mal. Ich habe mir schon mal eins, ja. Einen roten hätte ich auch noch rumliegen. Warte. Ja, schön. Das freut mich. Hallo, um was geht's hier, verdammte Kacke? Jo, Schäle, Mann. Ich habe keine Ahnung. Es gibt einen Job. Wie ein Job? Hunderttausend. Hundert... Was? Jo. Scheiße, Mann. Ich gebe euch einen Job. Wofür denn, Mann? Jo, sag ich euch gleich. Wir müssen mir was besorgen. Ja, wo ist Pinsel hin? Ja, geht die Oma abholen. Mit ganzer hunderttausend Dollar. Scheiße, Mann. In einzelnen Scheinen, klein oder was, Mann? Große Scheine. Pennys. Pennys, Mann. Weißt du, der ganz dicke Stoff. Krass. Da ist Pennys, Mann. Aber wir müssen zum Piddy heben. Da ist er, Mann. Ich kann mich doch nicht hinterlassen. Pinsel kommen sofort zurück. Dr. Chuck, fahren Sie uns zum Piddy? Wir sind vorbereitet, Leute. Okay. Ja, und das ist die gute Idee. Davon brauchen wir nochmal zwei oder drei. Ich habe auch einen, warte. Ja, das ist gut. Dann passt das. Der Pinsel hat auch einen. Ich habe auch einen davon. Oh, sehr gut. Das kann man immer mal wieder gebrauchen. Ich steu zwar. Kreis. Und nicht zu ja mal, nur Alperweiser. Ob du gestern, okay. Ich glaube, das reicht, wenn wir vier, fünf Leute fahren. Oder willst du mit? Wieder. Weiß nicht. Ist das Action oder springt ihr nur rein, holt und geht wieder? Ich weiß es nicht. Das soll man gleich sehen. Was haben sie gesagt, Dr. Chuck? Das ist ja lustig, dieses Taxi-Unternehmen. Die haben die Zeit zum Arbeiten, weil sie eben nicht die Dinge machen müssen. Dann shoppe ich hier eben. Okay. Rote Oberweiser. Dann holt für die Oma auch ein. Ja, ja. Haben sie Meldung bekommen, dass Dr. Chicken abholt? Ja, der hat schon gekündigt, aber er will dann doch noch nicht gehen. Also sehen wir, ob er wirklich geht. Und sie haben mich gefeuert. Sie machen Meldung. Ja, ich habe sogar ziemlich viele Leute gefeuert. Und jetzt bin ich arbeitslos. Ja, jetzt bekommst du arbeitslosengeld. Hallo, Amerika. Und am Wochenende ist ruhig eine Stadt. Ja, alle Leute machen irgendwelche dämlichen Partys. Da links, Dr. Chuck weiter. Da links. Okay, danke schön. Okay. Dann später mal. Ja, meldet euch. Okay. Viel Erfolg. Danke. Wenn Sie wollen, können Sie Meldkommen. Ich bin lieber Statist als Main Character, danke. Naja, Sie können es so gucken. Vielleicht komme ich mal vorbei, gerne. Okay, dann sag ich Bescheid. Ich muss aber ganz kurz mal in den Badezimmer auf den Klo. Bis gleich, Schatz. Ich muss aber ganz kurz mal in den Badezimmer auf den Badezimmer auf den Badezimmern 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 Vielen Dank. Ja, kurz trinken auf Klo. Oh, das geht wahrscheinlich in die Hose, Alter. Wie cool ist das, bitte? Jetzt sag ich Fortnite und trinke Ola. Pass auf. Danke. Hast du eingekauft? Ja. Aber wir fahren jetzt eben zu zweit zum Hafen, okay? Ja. Dann holen wir die Infos? Ja. Und wenn wir gleich angekommen sind, kannst du den Pinsel anrufen? Ja. Das heißt in Ordnung? Ja. Okay. Und dann sagst du dem Pinsel, die sollen sich schon mal umziehen? Ja. Und wir brauchen zwei, drei Leute, die die Ableckungsmanöver starten irgendwo oben in der Stadt, im Norden der Stadt von uns. Ein Schöppchen? Ja, genau. Die sollen ein paar Schöppchen kurz und klein schießen und sofort sich wieder verpissen. Okay. Da soll ich schon mal Leute raussuchen dafür. Okay, dann rufe ich den an. Ich hoffe, dass er in die Hose geht, Junge, weil das lustig wäre. Also, Pinsel, hör gut zu. Wir fahren da jetzt eben hin und besprechen das auf schnelle Welle. Zieht euch aber schon mal an und suchen ein paar Leute raus, dass... Ja, zwei, drei. Die, so zwei, drei Leute, die in der Zeit, wie wir da reingehen, die dann irgendwo im Norden der Stadt weiter weg Schöppchen machen oder so. Als Ablenkung. Die müssen nur die Alarmanlage links. Nur die Alarmanlage muss losgehen. Zwei, drei. Zwei, drei. Zwei, drei. Zwei, drei. Ähm, wie viele Elektriker brauchen wir? Na, wir gehen mit ganze Firma, so fünf, sechs oder so. Ja, wir gehen mit ganze Firma, ist egal. Wir machen Betieps, ähm, wir leeren den Betiep aus. Und wie gesagt, zwei, drei, drei. So, so, einen wunderschönen guten Abend. Gehen wir mal noch kurz hier auf Kallo Morales. So. Malzahel. Malzahel. So. Was ist mit Morans passiert? Er hat gestern einen Unfall gehabt. Wir sehen mal an, wer lebt, ne? Ja, das ist der Mr. Banks. Ja, ja. Kurze Frage, meiner. Na, was ist denn mal, ist der Komoda-Breitball noch Dings? Hallo. Moini. Moini. Ist der Komoda-Breitball noch so ein Einzelschlick, so fünfmal? Äh, Barry? Äh, den gibt's nicht mehr, ist so limitiert. Okay. Ich weiß nicht, wie viel er verkauft hat, Barry. Aber du hast ja einen, ne? Ich hab einen, aber ich glaub, wir verkaufen einen Wilder. Echt jetzt? Äh, das ist streng, also die Leute haben da Bock drauf, ne? Also du wirst da gut weg, ne? Also irgendwas mit dem Motor hinten, irgendwas ist da. Also ich hab mir immer noch keine Info bekommen, ne? Also ich hatte vorhin noch mit Roxy telefoniert. Ja, das ist. Dann hast du gefragt, was denn jetzt mal mit Verbesserungsvorschlägen. Du sagst, da weiß ich nichts von, ne? Das ist ja jetzt auch schon, das ist ja jetzt auch erst drei Monate her, ne? Ja, drei Wochen war ich im Exil, weil ich für den Korps abhauen musste. Nichts hat die sich gekümmert. Scheiß auf die. Also ich hab jetzt keine einzige Info zu irgendeinem Fahrzeug bekommen, was geändert werden muss. Deswegen bin ich davon ausgegangen, dass alles in Ordnung ist. Naja, aber Mr. T, bist du den Kurm oder Breitbauer mal wieder gefahren? Ja, was geht? Äh, guten Abend. Ja, dann fahr den mal, dann wirst du merken. Also wenn du das gleiche Tuning hast mit dem Motor, hallo Herr Morales, dann wirst du merken, was wir meinen. Okay. Da hat die Roxy irgendwo reingeschissen. Oder meinst du den ZR? Ne, ne, der ZR ist auch, den verkauf ich auch. Ja, aber ist egal, darum geht's jetzt nicht. Ja, ja, genau. Also ich hab bestimmt fünf Elektriker. Sehr gut. Also wir haben ein großes Team. Also, ähm, kurz gesagt, äh, Centripeedie. Das Einte? Ne, oben, das ist das Neue. Äh, da gibt's jetzt einen Wartungsvertrag, den konnten wir organisieren. Da müssen die Warnlichter oben am Dach, ähm, repariert werden. Ja? Okay. Damit die Helis da und so nicht reinknallen. Und, ähm, da ist eine Beamtin oben. Die, äh, hat eine Tasche für euch. Okay. Genau. Wo ist denn das Neue? Centripeedie? Centripeedie, der schwarze Scheißkasten. Dieser, was im Bunker da steht. Oh Gott. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Okay, dann wird das noch ein bisschen knippen, aber das schaffen wir schon. Nicht umsonst sind da 100k drin, ne? So, und, äh, da sind ein paar Sachen drin, die müsst ihr dann, äh, zu einer weiteren Adresse bringen und da müssen die Sachen bearbeitet werden und die fertigen Produkte, die, äh, können wir dann bringen. Okay, wo müssen die Helis? Ähm, das ist, ach, wo ist denn der Ammonation da von dem Dingens? Von dem Idioten. Oder was? Nee, der uns die, die Dinger bearbeitet. Ach, von dem? Äh, das ist... Ist das 6005 oder ist das 6012? Ah, nee, zwölf ist das. Kennst du nie jetzt hier vorne den Ammonation, der hier auf der Straße ist, wenn du über die Brücke fährst, rechts, auf der rechten Seite deiner Issa? Der Große mit dem Skistand? Äh, ja, genau. Ja, genau. Da müsst ihr im Anschluss hin. Der ist doch zwischen 6001 und 6002, oder nicht? Ich weiß ja, welcher das ist. Und da müsst ihr hin, da ist ein Typ, der feilt uns die Seriennummer aus den Waffen raus. Genau. Die sind nämlich alle registriert und wir wollen die nicht mehr registriert haben. Ja? Okay. Genau, das macht der Typ für euch. So, dann gibt er dem, keine Ahnung, habt ihr gerade Kohle? Ich hab Kohle. Okay, ich glaub, der nimmt so 500 oder 800 Dollar pro Waffe. Jetzt wisst ihr auch, worum es geht. Kann man bei dem mit Karte zahlen? Ich glaube nicht. Okay. Sag ihm mal, wäre mal spannend. Ja, ja, ich fahr mal. Hab ich ein Bargeld mit? Ja, ja, okay, genau. Das ist ja, wie auch eine Rechnung ausstellen, ist ja klar. Genau, also Elektriker, wissen die irgendwie Bescheid, oder müssen wir... Die Cops wissen Bescheid, das ist ein Wartungsvertrag. Das heißt, ihr müsstet da einigermaßen, also im unteren Bereich und im oberen Bereich und vor allen Dingen oben auf dem Dach dann die Lampen da, ne? Bla, bla, bla. Am besten irgendwie so ein Aufklebebad dran und Attacke und rein, ne? Ganz entspannt. Ihr werdet auch begleitet, das Centripedie, ne? Und da müsst ihr halt gucken. Wie gesagt, oben auf dem Dach ist eine Beamtin, die haben wir geschmiert, die gibt euch dann die Tasche, ne? Haben wir ein Zeitfenster? Ja, also bevor ein Copter hochgeht und die Tasche findet, ne? Ne, ne, ich meine, müssen wir das in einer Stunde erledigt haben? Ne, das sollte... Ja, es sollte jetzt schon einigermaßen zügig sein, ne? So. Also, ihr könnt euch da jetzt so, weiß ich nicht, ich denke mal, das Ding ist in zwei Stunden durch, wenn er jetzt gleich loslegt, ne? Oder viel schneller, vielleicht auch in einer halben Stunde. Vielleicht ist auch, keine Ahnung, sind die auch alle rausgefahren? Ja, wir haben hochprofessionelle Leute dafür. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Schon mal gut. Ähm, genau. Wir haben wilde Lerik. Ja, perfekt, sehr gut. Gut. Dann ziehen wir weiter, Mila. Okay, dann ruft einfach an, wenn ihr soweit seid, oder wenn du das hast, dann sage ich dem Typen Bescheid, dass ihr kommt, damit er Bescheid weiß, ja? Alles klar. Ja, und das fertige Produkt wieder hier. Genau, wenn hinterher alles fertig ist, da ist auch ein schönes Schwert drin, das brauche ich. Oh. So ein Katana, ja. Ah, ich dachte, er hat so White-Night-Sachen. Nee. Aber Katana klingt gut. Katana, ja, ist auch schön. Oder Mila, wie macht denn den Ja? Ah, ja. Ja, guck mal. Genau. Eine andere Melone wohl schon zu fest. Sehr gut, sehr gut. Okay, dann gehen wir. Alles klar, bis da Bescheid, ja? Ja, und... Wenn du aber brauchst, sag Bescheid, Wagen oder so, ne? Du, Alter, das machen wir schon. Alles klar, perfekt. Und verächt mal den Komodo, bitte. Ja, mach ich. Dann bis später. Ciao. Mach's, töte. Okay, das wird ein bisschen kniffliger jetzt. Oh Gott. Also doch dick Action machen beim... Dann vielleicht doch zwei Autos los, oder? Lass mal ganz kurz... Wenn wir jetzt Action machen, dann haben wir das PD quasi fast leer. Und wenn dann die Leute kommen, dann werden die die abwimmeln und sagen, jo, wir können euch gar nicht reinlassen. Sind zu wenig Kops da oder so. Wir könnten auch mal den Koffer holen lassen, weil die eh mit jedem quatscht. Ich bin aber überlegen, mit dem Helikopter einfach da oben hinzubrettern. Kurz auszusteigen und dann wieder zu verschwinden. Das wäre richtig Undercover Stealth Shit. Was denkst du? Kommt auf an, ob wir danach nicht einen Heli dann auch im Morsch haben. Weil die quasi von den... Na, das ist ja egal. ...bauten wissen, aber nicht, dass ein Heli kommt. Meinst du, du würdest das hinkriegen, wenn wir verfolgt werden an der Luft? Das Ding ist, wir kommen... Wir haben gar keinen Zugriff auf einen Helikopter. Ja, ich meine, dann müssten wir halt... ...müssten wir halt im Krankenhaus fahren, aber das geht ja auch nicht. Das werden wir uns keinen geben. Ja. Heißt das, wir machen das. Wir schicken jetzt einfach... Du kannst ja mitgehen. Ich muss das bisschen organisieren. Wir suchen jetzt zwar gleich drei, vier Leute aus. Mit dir zusammen fünf. Die Kops wissen ja Bescheid. Und dann schicken wir die da rein. Warte, soll ich mal... Achso. Na, du kannst mal rein gehen, Manuel. Okay. Nee, ich wusste jetzt nicht, ob du meintest, dass ich für Schöpchen oder für... Nee, nee, du kannst mal ins Piddy. Nein. Weil du kannst gut quatschen. Hm. Warte, man muss den Muckwitz lesen. Ja, die ganzen Warnlichter auf dem Dach müssen repariert werden. Hm. Kai. Ja, ich kann nicht mehr. Wo ist der Pinsel? Hallo, hier. Komm mal. Pinsel, das wird doch ein bisschen knüpfeliger als gedacht. Hm? Was? Hör dir zu. Wo sollen die anderen? Die holen Waffenschein, gut. Wir machen aber 1090 Abfahrt. Wir müssen ein Central Piddy. Also Blackrock. Oh Gott. Ja, das ist krass, oder? Was groß ist das, ne? Ja, wir müssen ins richtige Piddy. Die Kops wissen aber Bescheid. Es gibt da einen Wartungsvertrag mit einer Elektronikfirma. Das ist doch alles easy. Ihr müsst, ja, quasi ist alles easier. Ihr müsst hier verklickern, dass ihr da seid, weil, ne, der Kühlschrank des Dings oben defekt. Ganz wichtig ist, die Warnlichter auf dem Dach für den Helicopter-Pad. Die sind defekt und müssen eine Neuheit wählen. Das ist ganz wichtig. Oben. Wir müssen aufs Dach? Ja, ihr müsst aufs Dach. Weil oben nämlich dann eine Polizistin auftaucht, die ist geschmiert, die gibt euch eine Tasche. Und die Tasche müssen wir da rausholen. Das ist erstmal die erste Staffel. Danach müssen wir noch ein paar andere Sachen machen, aber das ist erstmal das Schwierigste. Kann ich dein Bad ausleihen, Terry? Wenn du bei dir drin seid, machen wir Action und dann kommt meine Kops raus. Weckt mein Tattoo besser. Ja, wir müssen quasi erst Leute reinschicken. Ja. Am besten hier, weiß nicht, keine Ahnung. Exklusiv oder so anrufen und sagen, jo, hier, vom Pele die Firma hier. Die Elektronikfirma hat gesagt, wir haben jetzt einen neuen Job, wir machen jetzt Elektronik und Taxi-Taxi-Sachen. Jo, Cooper, wir sind beim Hauptquartier. Beim Hauptquartier? Was hast du mir da geschrieben? Ja, komm, wir haben den Job, beeil dich. Alles klar, bis gleich. Ah, der hat doch kein Ohr. Obwohl, du kannst ja nachgehen, oder? Ich nehme den Cooper mit. Was ist mit deiner Frise? Pinsel. Ja? Sobald ihr drin seid und es schafft. Dann ruft einer von euch mich an und dann schicken wir die anderen los, ein bisschen Radau machen in die Stadt. Was geht? Oh, das ist gut, ne? Ganz wichtig ist, dass wir aufs Dach kommen. Okay. Ich würde aber auch sagen, es gehen schon Leute mit Tasche rein, damit man einfach die Taschen austauscht und nicht, dass am Ende irgendjemand mit Tasche rausgeht, obwohl du ohne Reingekommen bist. So, wer braucht einen Tauscher? Da ist noch eine drin, oder? Ja. Oh. Stell dir hin. Wer möchte reingehen? Also, ich bin tief. Alle die Overrallern haben jetzt oder nicht? Ich bin im Chaos. Ich mach Chaos draußen und dann kommen die Cubs raus. Pass auf. Die sollen draußen zwei und zwei fahren. Also, zwei Autos. Wenn dann einer geschnappt wird, gibt's dann der zweite Auto, der es weitermacht. Naja, ihr müsst ja den Laden nicht überfallen. Ihr müsst ja nur ein bisschen Radau machen. Ihr müsst ja ein bisschen 10,99 machen, sag ich dir. 10,99! Ja, bis dann geht's! Piep, erst wenn die Leute drin sind, okay? Ja, klar. Vielleicht sollten wir dann doch zu viel oder nicht sein. Meinst du, wir können Exkursiv manipulieren? Dass der euch quasi reinlässt und so? Ja. Okay. Dann ist dein Job jetzt Exkursiv anzurufen und zu sagen, yo, heute ist mein erster Tag, weil der Elektronikfirma von Pepe, mit dem das Pedewaltungsvertrag hat. Wie heißt die Firma? Ja, sag einfach vom Pelle. Ja, finde einfach irgendwas. Okay. Finde einfach irgendwas. Alles klar, Lo, ich weiß nicht, ich bin bereit. Und dann sagst du im Exkursiv, du willst einen guten Eindruck machen mit deinen Jungs. Und ihr würdet jetzt kommen und die Warnlichter oben auf dem Dach und so reparieren und den Kühlschrank und die Kaffeemaschine und so. Weißt du, und dann fummelt ihr ein bisschen da rum. Hm? Und sobald ihr aufs Dach kommt und den ablenkt oder so, dann fragt die Frau nach der Tasche. Okay. Ja, dann ruf den an. Kieb, wen nimmst du mit für Radau? Äh, die Kasse, Mia. Na, schon da. Ich hab Bock auf Chaos. Ich hab alles verpasst. Oh nein. Was ist mit der Oma? Ja, Mia hat mir so einen Ruhmroll angezogen. Ab, ich kann auch Radau machen. Ihr wollt ihr zu sechs, wenn ihr zu sechs reingeltet, ist in Ordnung, weil dann sind wir vier. Dann könnte ich Kuba mitnehmen. Wo geht's denn überhaupt? Oder ich organisiere und die drei machen Radau. Ach, da kommen nur mal zwei. Ja, deswegen. Entschuldigung, muss mal durch. Ich bin berühmter. Und ihr geht rein. Wenn das nicht der Kürtis ist, Mensch. Und hallo Kuba, Mensch, grüß dich. Frank Tager. Nee, was geht denn? Okay, dann rufe ich jetzt Exklusiv an. Genau, dem sagst du, du arbeitest heute, bist bei einer neuen Firma, Elektronik, Pele. Und der Chef hat gesagt, du sollst anrufen, ihr habt ja einen Wartungsvertrag mit dem PD. Und ihr kommt jetzt gleich arbeiten und ob er dann mitkommt. Ach so, dann Boss, ich komm mit dir mit. Ich darf dem, ja, mach's so. Ich darf dem sagen, dass ich, dass ich bin. Ja, du bist der Vorarbeiter heute. Okay. Für die neue Firma. Ich hab mich jetzt extra nochmal schlau gemacht, was Elektronik angeht. Das hab ich so gemeint, Mila. Hat jemand was zum Laufen zum Frühstück, Alter? Was war das denn? Na, Kippe hast du oder was brauchst du? Hast du den Tag jetzt so? Geht dir gut? Mila, komm, du musst mehr. Du hast Glück gehabt, okay? Mila, hab da auch noch beim Umziehen. Du siehst krass aus, die, die... Ja, kannst du das wohl gehören, aber... Du musst meiner Oma helfen. Und dann gehörst du dich auch nicht ran. Ja, was denn? Wo hast du die Oma gemacht, also gibt's keine Moge mehr, hm? In der Not frisst der Teufel halt auch... Firma Pele. Du schaffst das schon, Pinsa. Und in dem Folgendes heute ist halt mein erster Tag, wo ich dort jetzt eingestellt wurde. Du bist Vorarbeiter. Und wir haben noch einen Rahmenvertrag mit euch im PD. Und der Chef, der möchte... Der Chef von der Firma, der Herr Pele, der möchte, dass wir unsere Aufgaben erfüllen. Und ich jetzt Vorarbeiter soll dann mitkommen, im PD, die... Und... Naja, wir gucken nach so ein paar Elektrogeräten, aber vorläufig, also falls euch irgendwas kaputt ist, ne, Kaffeemaschine, wer weiß, vorläufig geht es darum, die Warnanlagen, beziehungsweise die Warnlichter, die es oben auf dem Helipad gibt, dass wir die nochmal überprüfen. Und wegen der Leuchtekraft und... Damit Helikopter landen können. Kannst du nicht mit rein? Wenn ihr dann landet und dann losfliegt, dass wir dann halt sehen, wo ist das Helipad. Und darum geht's. Ne, ich kenn die auch nicht. Aber die wartet oben auf dem Dach. Ist das okay, wenn ich dann mit meinen, mit meinen, ja, sozusagen Anwärten, weil ich ja der Neue bin, aber ich soll das halt leiten? Ist das dann okay, wenn wir da reinkommen und machen nur die... wie Lichter oder wenn ihr noch irgendwas habt, wie... Ich bin Rocker, du Huren. Gut. Okay. 15 Minuten, dann können wir rein. Okay. Wir brauchen aber noch ein Fahrzeug, was so... Weißt du, wie ich mein? Ein Bulli. Kann man sich irgendwo Bullis, irgendwie so Dinge leihen? Sollen wir mal überprüfen, ob wir was finden? Okay, dann organisier jetzt Fahrzeuge, damit alle aus der Elektronik viermal reinpassen. Ja, wir haben... Ja... Wie viele sind wir von der Elektronik? Sechs. Sechs. Dann brauchen wir garantiert zwei. Dann let's go. Okay. Kommt jemand mit? Ja, ich komm mit, Boss. Warte. Ich komm mit. Wollt ihr auch mitfahren? Milla Oma? Milla Oma, du's Maman, du's Maman, du's Maman, du's Maman, du's Maman, du's Maman. Sie hat meine Tasche geklaut. Wer hat deine Tasche geklaut? Einsicht nicht so ein kleiner Mann. Milla. Einfach schummidiwupp, ich hab mir die gerade gekauft und weg war sie. Scheiße. Was machst du? Juhi. Piep, wir müssen gleich richtig auf den Putz hauen. Ja, ja, ich weiß. Meine Frage, wie lange dauert das noch, bis ihr da hin müsst? In 15 Minuten können die rein und der Pinsel guckt jetzt eben nach zwei Autos. Damit die davor fahren können. Ja, ja. Und sobald die drin sind quasi... Und auf dem Dach ruft der Pinsel uns an und dann machen wir Action. Oh, du kommst auch mit. Sehr gut. Ja, klar. Also bei mir liegen mindestens vier. Wir machen die Tasche jetzt in einem Kriegsgebiet, sag ich. Also sind wir sechs. Ach so, warte mal. Scheiße, ich brauch die Tasche. Wir müssen danach nur... Eigentlich wäre es schlecht, wenn wir erwischt wären. Pass auf, der Plan ist, wir machen ein Schäppchen, die Leute fahren mit dem Club weg und dann die anderen vier positionieren sich und schießen auf die Köpfe. Die 10er, 90er, alle Köpfe. Ja. Okay, dann kann ich nicht mitschießen. Ich brauch die Scheiße. Vom Dach. Ach so. Ich muss die wegbringen. Naja, vielleicht kann ich backstabben. Werf den guten Smoke. Aber hoffentlich wirft keiner nachher. Sonst ist die Smoke weg. Ich finde, das ist aber noch alles sehr weird. Kann ich mal kurz den Namen von euch erfahren. Die wirst du doch eh wieder vergessen haben, Omi. Spätestens nach fünf Minuten, keine Ahnung. Hallo Omi, ich bin Pi. Ich baller dir gleich sowas von einer mit meinem Stock an den Kopf. Kommt, dann vergiss du ein paar Sachen. Werden wir nicht so frech. Alle am Penny, Alter. Ja, ma'am. Äh. Okay, ja, das ist die... Badjumper dankeschön für den Primestyle im KMP-20. Druven dankeschön für die Weas am 25. Lines dankeschön für die Weas am 31. Und Gillo dankeschön für die Weas am 31. Ich hab mich eben schon vorgestellt. Ja gut. Koopa, hallo. Yo, peace. Yo, peace! Ja. Koopa, ja. Hey, Diddy, was geht? Ja, was geht denn? Hast du mich erkannt? Auch am Geruch, oder weh? Ja. Ich hab doch ein Händchen an. Daher am Handy. Ich bin Mila. Du Mila. Aus der Stadt. Wenn ich komm, dann baust du was? Baust du was? Wir haben Cooks und Speed. Crack and Wheat. LSD und Wheat. Und auch ein wenig Lichtschiff. No. Fair night, Beider. Kennt sich überhaupt einer von euch mit Elektronik aus? Ja, klar. Hyperwelle. Verkabelungsassistent. Ja, geht da einfach rein und dann kummelt am Kühlschrank ein bisschen rum. Kaffeemaschine. Ich mach so ein bisschen installiert Windows neu oder so. Warte, ich guck mir einfach ein paar Elektronikvokabeln raus und dann sag ich dir einfach Na, oben, Widerstand und so ein Quack und Volt und so was. No. Und Watt. Elektro-Umwandler oder sowas. Watt geht, watt geht und so. Ne, watt geht nicht. Der schwimmt mit dem Strop. Den Kästlöschen, ja. Den Kästlöschen und so, die Files deleten. Ja, und vor allem den Verlauf. Hör mal mich um die Kekse. Ich brauche nur einen Onkel. Ich fahr kurz ein Bang-Automat. Alter, bin ich mal gespannt, Alter. Wir sind einfach zu viele. Ich würde auch gern mit reingehen, aber ich möchte den anderen auch das bieten, dass die da Spaß haben können. Das verboggeln hier sehe ich einfach, Chad. Ihr könnt dann nebenbei beim Pinsel gucken, der geht da rein. Okay? Gött, das ist der, der sich immer zurück zurücktut, damit die anderen Spaß haben. Dann nehmen wir 5.000 mit. Ähm, wie ging das denn nur mal? Weißt du nicht, wie viele Waffen da drin sind, Alter, aber das werden wir schon sehen. Na, ich darf ja nicht erwischt werden. Ich muss ja das Zeug zum Ammonation bringen. Muss da mit dem Typen quatschen, Alter. Und dann die Tasche abliefern. Und Mr. Anonymous dann schüpfelten ab in die Lehne. Ja, Trippelbeet, ja, genau. Yesterday, I was pein in toilet. weit hast du nicht so eine coole brille wo man nach hinten gucken kann hast du dir nicht von mickey donalds oder so gekommen ich bin ja kein kopf den kopf hat kein peripheres sehen der guckt immer von oben wo kommst du denn ich bin bei noch anwalt guck mal da kommen die irgendwie ist der eine onkel zu klein wie ein kleines haarigen raupe glaubt ihr der pinsel braucht nur lange die kleine raupen der ist wahrscheinlich schon in der zelle ihr wisst schon dass wir alle heute umsonst arbeiten was der pinsel will die 100.000 wahrscheinlich auf kopfhauen wegen seinen schulden ich kann dem einer auf den kopfhauen mehr oder der teil das auf und sein hat der banküberfall im norden schon aufgeteilt naja aber ich krieg halt die kohle hast du noch ein eis für mich ich teile das in north immer in der reing jacke mina wie macht der sturm ja pinsel ja also ich suche die ganze zeit ich habe was gefunden das funktioniert theoretisch okay aber das ist ein zweisitzer ja du brauchst aber sechs leute war es auch ansonsten fahren wir mit normalen karen dahin und ihr lauft dann da rein ja nee 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 oder wir fahren mit zwei autos davon und ein auto fährt einfach was besser das was für dich ja wenn sie machen weil die uhr tagt wir haben zwei Stunden Zeit hier fang mal onkel eins es gibt es gibt oben im norden so ein boxville elektro boxville ich ding was alter so ein job fahrzeug kannst du eins brauchen weißt du ach so so ein boxville der ist von der elektrofirma glaube ich bei der power station ach du kerbald sagt pinsel das boah dein paar bächer hat aber gläserne geräusche pinsel oder warte mal warte mal es gibt doch diesen elektroniker dings äh minijob da kriegt man ein fahrzeuggestall das ist oben im in der stadt oder wo war das bei der power station bei der power station bei der power station anders nochmal was sind die power station die ist da am east highway äh east highway bei 01 bei 01 was 01 wo warte mal kurz hier bei 701 äh east highway da diese power station wo man immer hin entführt wird von kreativen leuten genau bei der power station 701 aber wo gibt es da so ein mini dribbling beim park das regeln warte mal wo bist du noch bist du noch dort ja bin vor der tür hier hauptquartier also ich hätte jetzt ein zweisitzer theoretisch können wir noch drei davon fahr doch eben dahin aber wir können noch drei nehmen mit bobo dann fährst du jetzt mit bobo dahin die kopf fahren hier schon rum bei 701 das ist east highway ganz rechts oben und wenn wir einfach drei autos nehmen hier von guck mal ich bin direkt davor guck mal ok mach und dann komm her hier guck hinter dir ja die sind auch perfekt ok wenn wir noch wenn noch einer mit käme können wir drei hier von nehmen ja nehm du scheiß drauf nimm da einfach den ja dann sind da drei weil bis wir jetzt zum power blend fahren ist zu weit oder genau ist doch auch egal wir hatten doch eh schon die ganze zeit ja dann auf einer muss da mit ja einer muss mit dennis du warst gestern gut gefahren mann du hast den voll weg gepittet du fährst lieber noch mal heute du hast dich fast umgebracht und hast deine lampe genommen was glaubst du jahre los ja ihre los und dran so ja er lipt warm wo steht ihr eigentlich noch rum ich dachte ihr macht chaos na noch nicht erst wenn die drin sind Die machen doch hier alle schon Chaos, dachte ich. Nee. Warte mal, was ist denn Piepen? Ja, die machen doch Chaos schon. Gott. Echt jetzt? Na klar, deswegen... Nein. Ja, dann ruft Pep mal an. Ja, du kleine Bitch, machst du schon Chaos? Ach, du ziehst du erst mal was an. Ja, wenn das Hauptmesser ist, ne? Ja, der zieht sich erst mal was Frisches an. Wem ist denn der unterwegs, Harry, oder wie? Ja, ja. Ja, und dieser Cooper, ne? Nein, der steht doch hier. Nein, der steht da. Ups. Mann, okay. Entschuldigung, ich bin heute nicht der Schnellste. Ja. Das trotz Brille. Ulo, amigo, que pasa. Bobo, auch da, oder wo ist der? Bobo ist ein Pinde. Nee, Pinde hat doch hier gerade mit Dennis... Was? Was? Hey, bitte nicht schon wieder. Hm. Was meinst du, wie lange werden die da drin brauchen im PD? Das dauert bestimmt ne halbe Stunde. Bis die da... Es sei denn, der Pinsel... Denk mal deine Taschenlack für mich, Mann. Es sei denn, der Pinsel schlau und sagt, yo, lass mich auf dem Dach. Boah, der ist ja schlug. Was? Ist er müde? Mila, schaffst du das? Okay, danke, Mila. Was? Schaffst du das? Kommt doch, Augi. Ja, das sieht doch gut aus. Ich geh jetzt erst mal pissen. Ja, dann beeil dich aber, ne? Oh, da ist Gigachat. Warum geht sie denn jetzt aufs Klo? Das hätten sie doch keine Zeit machen können. Jo. Alles klar, die Autos sind da. Ja, das sind ja nur zwei Sätze. Ah, das ist eine schlimme Farbe mit drei Leuten. Was hat ihr? Mit drei Karren. Die Karren nach hinten, Bobo, bitte. Oh, alles klar. Und Britt Britt, dann schön. Für den Prime 20. Was? Wir da Leute rausholen müssen. Hm. Achso, okay. Auf dem Dach wie eine Polizistin auftauchen, die ist geschmiert. Die gibt einen von euch eine Tausche. Die müssen wir rausholen. All right, all right. Warte, dann brauchen wir ja mehrere Taschen, oder nee? Nee, eine. Wen holt ihr euch da raus? Der geschmierte... Aua! Die Autos. Hey, Leute! Oh Gott, die Bowler! Oh, was geht? Scheiße. Uffi is bitchy. Oh, nein! Nein! Was ist denn mit euch, was ist denn mit euch, Mann? Au! Nein! Nein! Geht da nochmal, doch noch ein bisschen Zeit? Äh, Sushi, vielen lieben Dank für den Prime 19. Hey, bei mir funktioniert gerade nichts mehr. Okay. So, hallo Chat. Server is quits down. Wir warten. Hallo, wie geht's euch? Hallo, Oma, hallo, Teku, hallo, Lena, hallo. Wie geht's, wie geht's, wie steht's, was machen Sachen? Ha, super funny stream, by the way. Ja, ich glaube, ich habe heute zum allerersten Mal VODs gelöscht, Alter. Ehrlich. Jetzt müssen die gleich wieder die Karren neu organisieren. Gut, why? Weil wir die, ich habe die Diablo-Beta gespielt vorhin mit dem Lucky und mit dem Johnny. Und da ist dreimal hintereinander OBS abgeschmiert. Also hatte ich drei VODs. Und dat wollte ich nicht, das kacke. Ja. Was für ein Christoph, Junge. Christoph, 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 Christoph. Mir geht's auch gut. Aber ich habe Hunger. Ich habe richtig Hunger. Aber ich esse noch, ja, warte. Ja, Mr. Maker, wann mal wieder LP bei Mila? Die vermisst ich. Ich starte Rage wieder. Und wo ist Luis, mein bestester Freund? Ich muss mich mental darauf einstellen. Ach, Quatsch. Einfach rein. Fertig. Der Hintergrund ist richtig nice, ja, oder? Ich habe mir auch gerade vier Cent. Boah, ich habe echt Hunger, ey. Arbeit, Arbeit. Ja, ja. Wo kann man das bekommen? Im Discord. Ich lade den kurz hoch. Im Wallpaper-Channel mache ich den rein. Lied hoch. Und Black-Eye ist Dankeschön für Luis im 67. Monat. Er ist drin. Vielen lieben Dank. Outro. Okay. Spot Musik. Vielen Dank. Warum du Fragen? Warum? 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 Von 10.000 Meter Jahren ist das schon der große Wagen, obwohl es den schon seit hundert Meter tausend Jahren gar nicht mehr gibt. Du bist so doof, dein Logik macht keinen Sinn, du Schwornik. Fäck dich! Fäck dich! Fäck dich! Fäck dich! Nein! Fäck dich! Die Autos sind so geklaut! Nein! Scheiße, mein Jugoda steht jetzt hinten. Ja komm, ich kann drei Leute empfahren. Ja dann... Wir brauchen drei Elektriker. Wir stehen doch hier. Ich bin Taktiker. Taktikerin. Weißt du wo das ist? Nuh, sag mir! Ja, wollt ihr reinsteigen? Warte kurz. So, jetzt hab ich Interesse. Was denn das? Fäh mal... Fäh mal... Fäh mal grad... Fäh mal grad... Fäh mal grad... Weißt du wo das alte Taxi ist? Das alte Taxi... Taxi? Da! In nem Industriegebiet? Dahin! Hier links! Boah, meine Nase, ne? Ich hab Schnauz voll! Raub rauf! Immer ist der Lülle in meiner Nase! Immer grad aus und dann gleich links in die Gasse. Hast du schon mal versucht dir den Finger da reinzustellen? Ja, hab ich schon ganz oft gemacht. Aber dann kommen noch mehr Schallen. Hier rechts. Okay. Dann geh die Karren holen bis gleich. Die Schallenproduzenten... Du musst auch raus, Miha! Ui, wir brauchen nur zwei Autos. Nein, drei! Ui! Das sind Zweisitzer. Sag doch einfach, wenn du kein Puck... Hehehehehehehehe! Hehehe! Ach, das ist der Alter vorher! Hukudu! Hukudu! Uiuiuiui! Tangtan! Hallo? 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 Jakub, wie rennst du eigentlich rum? Ja, ich schmeiß mir gerade mein Hoodie über. Ja, aber darfst du nicht mal beim Palettyshop shoppen? Ja, aber ich will jetzt nicht... Hättest du nicht aus dem Trumps Gold o' War? Ich will aber nicht mein schönes Outfit jetzt gleich vermasseln. Frisch außer Presse, wunderbar. Ja. So, die besaugen gerade die Karren. Wir sind dann so um 12 Uhr fertig. Ja, ja. Oder fangen wir an. Oder so. Achtung hin. Ja, was geht ab? Ja, was geht ab? Was hab ich verpasst? Nicht viel. Aber die Karren wurden geklaut. Ja, das hab ich mir gedacht. Aber Pins ist schon da. Und die Oma und Nieder. Ich hab gehört, du warst saui. Oh, boah, ich hab die Sau. Nein, Dr. Chuck. Ach, seid ihr immer noch in der Planung? Welche guten Abend, Doc. Ja, die Autos wurden geklaut. Dr. Chuck, haben Sie ein paar Süßigkeiten dabei? Was für Süßigkeiten? Was machst du? Schau ich so aus, es hätte ich in der Welt, wo es gerade die Süßigkeiten gäbe. Ja, gestern schon. Ich hab gerade nichts dabei. Also, beziehungsweise, alle sind schon gekluckt. Ja, was rückt die Süßigkeiten aus, Dr. Chuck? Ja, die sind alle schon... Dann fahren wir wieder auf dem Berg. Die sind alle in meinem Bauch, es tut mir leid. Dann schlitzen wir dich jetzt auf. Wenn du willst, wir können uns ein Rind trinken, ich hab noch Bier mit. Du hast mich arbeitslos gemacht. Du wolltest nicht mal saufen, Bobo, lass das. Genau, Bobo, du warst gestern betrunken. Aber warum, das war echt, also... Ja, dann könntest du mal in der Praxis kommen, wenn ihr an einer Medikamentenstudie teilnehmen wollt. Ja, der Kuba bestimmt. Aber hat der Geist nicht so gesehen gestern auch an einer Studie teilgenommen und ist dabei draufgegangen? Ich weiß nicht, wovon ihr redet. Moini, guten Abend. Und... Äh, Boss? Bist du das, Boss? Ja. Wusste ich doch, die Dreads sind unverfehlbar. Ähm... Komm mal, fürs Angebot, aber zurück habe ich leider jetzt gerade keine Zeit. Keine Zeit. Nein, vielen Dank für den Wissen im 36. Monat. Ange. Aber vielleicht kann man her... Ja, ja. Ich hab Hunger und ich werde müde. Nicht so gut. Hm, ist nicht schlimm. Wie groß ist unser Zeitfenster eigentlich nur? Hm, da, wir haben Zeit. Da, Bitches, die Ballers sind wieder da. Ihr Goofy-ass-Moderfuckers. Oh, wer hat die denn eingelagert? Wollt. Oh, ne Pipi-Pi-Meer. Oh, Picking-Bud. Was ist das für ein Auto hier? 1, 2, 3, 4, 5 Das ist ein schickes Mieler Es fehlt noch ein Elektriker Kein Auto? Ja, unser Macht er was her oder? Kann noch ein Elektriker fahren, dann geht mir wenigstens keiner auf den Sack Blul Blul Ein Elektriker fehlt noch Team Baller ist bereit Ich bin Frontier Baller Oh scheiße Wer hat die Ballers, Mann, wer hat die denn eingeladen? Das ist mein Homie Scheiße Meine Vater, mein Bär, du Bitch Ich kriege echt Angst Ein Elektriker fehlt noch, wo ist er? Ich bin keiner Wer fehlt denn? Ach, Dennis Dennis? Was für ein Quatschname Ja, Tennis Dennis, ne? Ach, Tennis Ja, Bobo, dein Hosen steilt auf Ich mach das mal Ja, mach mal Tick-Tack, Tick-Tack Ja, ha, ha Ja, wie? Ja, wie? Es fehlt ein Elektriker Tennis fehlt Stimmt Die Baller, die Ballers sind schon ready to go Ja Bin ready, bei rechts rolle ich jetzt gleich Jo Jo, Pi, lass den Palm auf den Rücken hauen, dann hast du einen Buckel, dann rollst du besser Ja Ja Ist wie kleines Kissen Heißt Dennis Kann sein, dass du flickst dann Oder Oh, Dennis ist da Dennis Okay Pinsel, mach mal anrufen, frag, ob ihr kommen könnt Ja, hat gesagt Die fahren jetzt zum Schuhen zum Bili Ich denke gerade, immer so steht, ne? Den Nacken schön bereit machen Aber ich kann immer anrufen Okay, ganz wichtig, nochmal Richtig, Herr Christian Eine geschmierte Polizistin ist oben auf dem Dach, die übergibt jemand eine Tasche Die Tasche müssen wir da raus wollen Nein, die ist geschmiert Die Tasche muss da raus kommen Derjenige, der die Tasche bekommt, sagt, oh, ich muss ganz schnell auf den Parkplatz Aber bitte nicht, ich Ich muss, äh, ich muss unbedingt zum Auto unter Was ist der Werkzeug oder so? Hä, aber das ist doch ganz einfach Ach, alles gut, dann geht einer mit Mit der einfach runter, von wegen, ich muss noch eine Bohrmaschine oder sowas Ja, genau, das ist ganz wichtig Äh, die Frage ist, wie lange braucht ihr, um reinzukommen? Naja, ich Genau, stimmt, warte Sobald ihr drin seid, dann ruft ihr Piepern Und sagt die, ne, ähm, ja, wir sind jetzt am Arbeiten Und dann kann Pieper bloß sehen Ja, wir sagen dann so, äh, wir müssen dem Chef eben Bescheid sagen, weil die Stempelkarten funktionieren nicht Genau Dann ruft Piepern und sagt, ja, die Stempelkarten funktionieren nicht Sollen wir direkt auf Dach? Oder sollen wir vielleicht auch noch so ein bisschen im Gebäude so Naja, guck mal, ihr seid sechs Stück, die einen machen Kaffeemaschine, haben einen Kühlschrank Und dann sagst du zum Exkursiv, ich muss die Warnlichter oben auf dem Dach erbrillen Ja, dann mach Ich mach die Warnlichter Okay, hör zu Dann machen Mila und ich die Warnlichter oben auf dem Dach Und wenn zum Beispiel ihr beiden jetzt oben auf dem Dach seid Da muss einer von euch, wenn Exkursiv oder ein Angangkorb dabei ist, den ablenken Da muss der sagen John-Luc hat gesagt, er möchte bei mir bleiben, weil ich hab ja immer gesagt, dass ich, ähm, dass die mir alle auf den Finger gucken, dass er mein neuer Job ist und so Dann gehst du am besten nicht hoch, oder? Ihr macht das schon, okay? Ja, ja, John-Luc, dann geh ich mit Mila hoch und wir machen das Alles klar Ja, aber wenn schon los bei dir bleibt, ist doch nicht so schlau nach oben zu gehen Popo, lass mich dein Kind noch mal angucken, vielleicht seh ich das nie wieder Doch, wenn der, wenn der so sagt, so Oh mein Gott, hier hab ich einen Fehler gemacht, dann könnt ihr euch das mal angucken und dann Oh, dem Vater fragt, wo ich bin, ich bin irgendwo hier drin, ja Der ist nirgendwo hier drin, im, ähm, so einholen Und dann sind die alle, ähm, Kinder oder so Und ich lass mich nicht zu kompliziert machen, einfach mache Ja, 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 ich will lachen Ja, der wird schon Ja, wir werden dann jetzt, wir werden dann jetzt, wir werden dann jetzt, wir werden dann jetzt, wir kommen dann zurück Ich hab mich armgeräumt, ne? Ja, natürlich, gar keine Frage Okay, bis gleich Hab ich jetzt auch ne Auto? Ja, mitten, hinten Ich komm, gut Didi Au, sauer Jetzt Piep hier Ja, nein, wir sind kein Auto Wir sind kein Auto, der ist ein Auto Ist Eikai da? Eikai? Nein, der ist noch hinten sehr gut dann bin ich da wir sind sechs leute jetzt ja er fällt jetzt womit zu dritt und zu zweit genau okay aber ich fahre nach ich mache ein bisschen overwatch und vielleicht macht backstab für euch du weißt was passiert wenn ich von hinten kommen ich glaube ich bin noch mal pissen bei dir drin seid und du und du denkst ja auch safe jetzt alles rufst du piepern und sagst stempelkarte funktionierten chef dann wirst du nie bescheuert ok ok dann kommt die frontjahrt boll ist das gleich meine glocke ich habe keine glocke ich habe alles vorbereitet sage ich euch ich kann mit kleinen sachen in der hand umgehen das ist gefährlich hier leute ich habe alles vorbereitet das ist bursch khalifa ne das ist denn der mutter fucker nimm die hand hoch hey yo it's breaking blood da bist du das ist ja nimm die klager unter du bist du hast du handschellen an du wixer ich smoke dich gleich und du kannst nix dagegen tun los wir rauben den aus jungs das geht alles immer gut das romio den brauchen wir jetzt gleich scheiße hast du 50 shades of grey gelesen oder warum die handschellen das macht jetzt sogar sinn dass wir den gleichen den 1099 auslösen wir wollen die handschellen los sollten wir das nicht davor machen wir brauchen die wir brauchen die idee der pusht über links weil er über rechts sonst hätten ja dann keine chance sage ich dir man kann aber nur von links pushen wenn man rechts augen klabbert hat er oder ist dein gesicht 4 zu 3 blöder wixer lang blut okay wie werden wir am es jetzt die handschellen los überhaupt nicht glaube ich jedoch wir packen rum hier ein neben vorher schon den kopf hoch bevor wir das ganze startet oder so ich brauche nicht lange du musst erstmal die handschellen los machen du idiot hallo ich ich brauche dritte mal warum der kann noch treten also ich kann auch von hinten schießen das ist doch kein problem wie bist du gerade überhaupt da raus also ich sag dir ganz ehrlich ich wollte da ein bisschen wir hatten eine spaßige nacht ja also ja dann hat er vergessen mit den handschellen abzumachen und ich komme gerade aus takuladen gelaufen genauso wer ist das oh es geht äh könntest du die waffe bitte scheiße man ich bin smoky wie viele autos sollen die eigentlich noch spielen wo kommen sie jetzt alle aus ja genau ok ok danke man wir haben ja so ein blatt den smoken wir gleich ja was geht hat er noch von meinem panto ein schlüssel oder hat melf den einzigen ich erzähle ok alle die jetzt nicht von den kopf gesehen werden wollen ähm bitte mal ähm ja irgendwie gehen von ihr ähm was für ein panto äh sollten wir gehen als ähm wir nicht keine ahnung ob das dein panto ist aber ich kann ihn nicht mehr zurückgeben nein du musst hierbleiben was ist denn jetzt was soll ich denn machen du musst hierbleiben du musst hierbleiben wir holen jetzt gleich die kopf die kopf kommen jetzt gleich und dann äh pushen wir die von rechts und sagen wir machen die handschellen los oder zieh mir los ich muss meine karten wegpacken what the fuck yo romeo was geht warum hast du handschellen an warum siehst du aus wie der größte business gangster oh god sie müssen uns zerstecken scheiße oh god wir werden da nicht schaffen alter wir müssen jetzt erstmal die handschellen was ist denn los wir hätten ich habe die kopf komme jetzt ja ich werde den entgegen gehen oder die hürde entgegen gehen wohin ist die straße mit dem codewort oder so, wenn wir rausstürmen ich hab turn world, ich hab turn world ich hab ein bisschen grüßen, grüßen gemacht hast können wir rausgehen? ok 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 los, hände knallt, hände knallt hände knallt, hände knallt, komm wie ball das vor? hände 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 die sind doch schon ab ok, sehr gut ja, soll ich den motherfucker hier smoken? soll ich den smoken? ich smoken ganz ruhig bleiben stehen bleiben stehen bleiben, ja der soll einsteigen, der soll fahren, du Idiot ja, funk, dass sie abhauen sollen, ne? funk wer soll abhauen? da, die da ja, weg hier, wir smoken Kollegen, bitte fahren sie weg, bitte fahren sie hier grad weg du musst euch fahren, du musst euch fahren, ich kann nicht scheiße ich trage Mac fuck fuck ich werde dir scorpieren schnapp 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 ich werde dir einfach brauchen schnapp ich werde dir vorangehen was geht Ich muss dir kurz mein Ulde hinlegen. Ein T-Shirt drunter. Komm, du spielst doch wieder abholen. Jetzt ganz unauffällig wieder dahin, weil ich mit zu meiner Karre. Hallo, Brot. Jo, brauchst du eine Mitfallgelegenheit? Ja, willst du einen Breitmutterpacker? Oh, scheiße. Komm weiter, du Wexer. Okay, tschüss. Jetzt sagt nicht der, wo sind die Cops denn? Als ob die nicht mit allem an angefangen kommen. Ah, da sind sie. Boah, das ist echt blöd, dass ich jetzt nicht dabei bin. Guck mal, ob wir da hinterher kommen. Hüi-hü-hü-hü. Oh Gott. Hallo Black Moondock. Wir haben gerade... Warte. Schießt ihr auf uns? Wir haben gerade einen Auftrag. Sechs Stück von uns sind gerade im PD als Elektriker verkleidet. Die müssen eine Tasche rausholen. Und Piep und Cooper und so machen gerade Stress. Wir mussten gerade die Cops überfallen, damit die Handschehen von einem losmachen. Und die werden gerade verfolgt. Das geht gerade ab. Und ich bin draußen und versuche zu koordinieren. Und muss gleich eine Tasche entgegennehmen, falls sie die rauskriegen. Und muss die zum Ammonation bringen. Schau, was geht hier ab, Alter? Ich habe nichts zu tun, ich sage es dir ehrlich. Ja, ihr müsst Trouble machen jetzt. Ja, wir können euch jetzt nicht für den scheiß Bullfagen in der Reifen fickeln, das ist ja richtig klein. Vor allem der Karre, Mann. Ja, also wirklich, da kommt mir wieder das allerletzte vor. Ich sage dir, wir müssen noch einen Pounder holen. Ich bin hier eigentlich keiner nachschlug, aber das ist schon wirklich ekelhaft. Wir müssen sie halt wegpippen. Ich glaube, die haben einen Pieperwuscht. Ich höre keinen Dreh mehr. Die sind wieder im Ghetto, hä? Das war das Götterfahrtfahrt. Was sind die Hands? Das hopfst du halt bestimmt wieder. Was sollt ihr anders vorbeifahren, Alter? Wollt ihr mich jetzt mal ein bisschen verarschen? Was ist das für eine Kabel? Was ist das denn? Warte mal. Ja, was ist denn das für eine Karre? Oh Gott! Hier ist wirklich... Du hast hier wirklich nichts zu tun heute. Das ist richtig schlimm. Komm, den ficken wir zuerst die Reifen. Den ficken wir zuerst die Reifen, ja. Was ist denn los? Ähm, für die, die das nicht wissen, Pinsel ist im PD drinnen. Da könnt ihr euch den zweiten Stream auch anmachen. Ja. Ja. Ab die Tasche. Okay. Die sind ja richtig... Hast du zum Purpose? Ich komm zum PD, okay? Ja. Mann, welches Auto ist denn meins hier? Ich komm ja... Boah, das habt ihr aber schnell geklärt. Ja. Hab gesagt, ich muss feineres Werkzeug. Hast du die V geschmiert? Nein. Oh Gott. Mann, warum krieg ich das Auto nicht auf? Vielleicht ein anderes Auto. Warte. Kommst du schnell zu den Autos, bitte? Ich bin jetzt da. Warte. Okay. Ich muss auflehnen, glaube ich. Ich muss auflehnen, glaube ich. Warum? Na, um ans Auto zu kommen. Damit ich glaubwürdig ans Auto gehen kann. Sehr schön. Oh, look, ein amerikanisches Auto. Da bin da. Moinie. Komm, perfekt. Die haben den Bus davor geparkt. Ähm. Steig schnell rein, steig rein, steig rein, steig rein. Einsteig. Ja. American cars. Oh mein Gott. Howdy. Papester. Oh. Oh, cool, cool, cool. Apodati. We can take pictures, pictures. Oh. Count up. Packt euch. Oh. Ihr Wexer. Wunder, schön. Warte mal, aber ich hab den Schlüssel für ein Auto. Ja. Wenn du willst, kannst du bald reingeben. Fahren kurz nur. Warte. Leg dir die Tasche hin und dann. Okay. Hinlegen, ne? Ja, ja. Nicht wegschmeißen hier. Über den Zaun drüber oder so. Ja. So, bitteschön. Okay, ich fahre schnell dahin. Dann kannst du nur Quatsch machen da. Ja. Wir müssten ja auch die Lichter machen. Ja. Oh Gott. Let's go. Tschüssi. Ich hab die Tasche. Ich brauch jetzt ein Zeitfenster für 15 Minuten. Ihr müsst 15 Minuten rechte Action machen. Oh Gott, wir geben grad alles, was wir kennen gleich dir. Okay. Okay. Wir haben schon drei Leute verloren. Okay. Ich brauch 15 Minuten Ruhe. Ey, absolut perfekt. Die haben super schnell die Tasche geholt. Die ganzen Cops, Alter, sind jetzt grad auf... Alter, absolut perfekt. Haben die richtig gut gemacht. Hallo Ninety. Die ganzen Cops sind jetzt grad in der Verfolgungssack. Keiner geht mir jetzt auf den Sack. Jetzt muss ich nur gleich gucken, mit welchem Typen ich da quatschen muss. Was ist in der Tasche? Das wollte ich auch gucken. Oh Gott. Oh Gott, Bruder. Da sind OCs und Tech-9 und Katana drunter. Okay. Oh Gott, Bruder. Boah, das Katana rätzt mich am meisten, Alter. Das ist nicht gut. Ja, bitte? Ja, Mr. T. Ich wollte mir grad noch was besorgen. Bei so einem richtig coolen Laden. Kann es sein, dass der Öffnungszeiten hat? Weil du stehst vor verschlossenen Türen. Was für Öffnungszeiten? Ja, von dem... Von so einem Laden. Da sind die Türen zu. Was für ein Laden denn? Ja, Ammonation. Wie, da sind die Türen zu? Ja, die Türen sind zu. Von dem, wo ich meinte, dass du da hingehen sollst? Ja, der mit dem Ski-Stand hier. Zeig dir in der Nähe. Und da wolltest du dir was besorgen oder wolltest du da was abgeben? Bist du schon fertig oder was? Wir sind schon fertig, ja. Ach so. Ja gut, dann rufe ich den mal eben an und sag dem, dass der mal den Laden aufmachen soll. Alles klar. Ich feld mich sofort bei dir. Okay. Alter, schon fertig oder was sagt der? Äh, ne, nicht Asservatenkammer. Geschmierte Polizistin auf dem Polizeidach. Aber wahrscheinlich sind die Sachen aus der Asservatenkammer. Irgendwie so. Oh Gott, Bruder. Eigentlich müsste man durchziehen damit, ne? Jawohl. Holt sich grad was zu essen, ist sofort da. Alles klar, danke. Gleich. Ja, das ging schnell, weil die alle super abgelenkt sind, ne? Die haben ja die ganze Zeit nichts zu tun, haben die vorhin schon gesagt. Jetzt haben die groß einen Satz auf der Straße. Und im PD sind einfach irgendwelche Idioten. Also nicht Idioten wegen den Menschen. Sondern, ne, keiner kann denen auf den Finger gucken, so. Und exklusiv wurde halt manipuliert durch Pinsel, so. Ja, ich hab einen neuen Job, ich muss da rein. Der Chef will, dass ich das gut mach. Rechnet ja klar, rechnet ja auch keiner mit. Ja. 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 Probiert, Alter. Oder kommt jetzt ein echter Spieler hier? Naja. Naja, hier wird keine Streif vorbeifahren. Das ist... Niemals wird hier eine Streif vorbeifahren. Nicht, wenn die so eine Verfolgung gesagt haben. Naja, behalten können wir davon nix. Ja. Ja. Ich würde schon gerne damit abhauen, ja. Aber du wirst... Dann bist du am Arsch, Junge. Ja. 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 Hallo. Da lag eine Tasche oben auf dem Dach. Mhm. Ja, ja. Hat die runtergebracht? Ja, ja. Ich hab die schon an mir. Hast du die? Mhm. Gut. Und jetzt? Seid ihr draußen? Wir sind auf der Rückseite von dem Taxi-Taxi. Okay. Pass auf. Können wir die Autos wegbringen oder brauchen wir die noch? Ihr wurdet ja nicht erwischt. 6001. Gucken wir schnell. Mit dem Osten der Stadt. 6001 Osten der Stadt. Ja? Kommt jetzt einfach hier hin, okay? Kommt nicht in den Ammonation rein, das ist ein Ammonation. Kommt einfach vor die Tür. Einfach vor die Tür vom Ammonation? Ja, und bereid euch bitte. Einfach hier chillen. Okay. Also im Outfit, so wie wir da rein sind? Ja, hast du noch... Wie viel Geld hast du auf dem Konto? Eigentlich nur 30.000, 36.000. Ja, heb nochmal 10.000 ab und bring den mit. Nur ich? Ja, bis gleich. Okay, bis gleich. Ihr könnt ihr chillen, bis gleich. Guten Abend. Von wem kommen Sie? Von Mr... Namen sind eigentlich Schall und Rauch. Aber ich hab irgendwas dabei. Sind Sie der Besitzer hier? Alles klar, komm rein. Okay. Was hast du dabei? Ich hab ein paar Geräte in der Tasche, da müsste in die Seriennummern rausgefallen. Alles klar. Übernehmen Sie das? Das ist mein Job. Preis pro Waffe? 500. 500? Okay, passt. Soll ich die Tasche einfach ablegen? Ja. Cash dabei? Jawoll. Alles klar. Alles klar. Schauen wir mal gemeinsam rein. Gut. Ich hab nicht reingeguckt. Ich weiß nur, dass ich ein Waffen habe. Ah. Und ich weiß, das ist ungefähr eine Gemüchte-Tasche. Du meine Küche, was ist das denn? Was habt ihr denn da an der Tasche drangehängt? Ist das ein Katana? Jawoll, und das ist sehr wichtig. Das ist ein traditionell Werk. Schön, schön. Alles klar. Dann dürft ihr jetzt 15 Minuten Pause machen, ne? Fahrt mal ein bisschen um die Ecke, geht was essen. Und dann seid ihr in 15 Minuten wieder da, ja? Alles klar. Wunderbar. Kannst du mir direkt die Summe sagen? Wie gesagt, ich hab nicht reingeschaut. Ja, ist kein Problem. Mit dem Katana kenn ich mich nicht ganz aus. Das wird schwierig. Machen wir 5 Riesen. Dann ist gut. Bist du gepasst und dabei? Perfekt. Ich nehm erst das Geld, wenn die Arbeit fertig ist. Aber ich geb ihnen das schon. Jetzt hab ich schon in die Tasche geguckt. Alles klar. Ja klar. Das schaffen sie. 15 Minuten, bis gleich. Bis gleich. Und wie ich in die Tasche geguckt hab, Junge, ich weiß genau, wenn man fehlt. Alter, Wunsch wird geschossen. Jo, Planern da rum, komm nicht her. Wo seid ihr? Nicht her. Oh, da musst du die Oma anrufen. Oma Tödel anrufen. Ich hab nicht ihre Nummer. Wo seid ihr denn? Ah. Auf uns wird geschossen, Gerdes. Ja, wo? Ah. Ja, wo? Pass auf. Scheiße. Das hätte jetzt auch jeder sein können, ne? Aber der hat aufgeschlossen, von daher. Wo ist Milo? Ähm. Ähm. Auf dem wird geschossen. Oh, was? Ja, weil die haben nicht gesagt, wo der ist. Ich weiß, wo geschossen wurde. Das war beim Tacoladen in der Nähe da. Ja, dann lass da hinfahren. Okay. Die wollten zu irgendeinem, äh. Mit dem Auto. Ich wollt grad sagen. Die wollten zu, zu irgendeinem Geldautomaten. Ja, in der South, der wurde eben geschossen, da. Scheiße. Ich bin nicht dran. Ich bin nicht dran. Scheiße. Ich bin nicht dran. Ich bin nicht dran. Ich bin nicht dran. Hier wurde auf jeden Fall grad geschossen. Hier links ist das Auto. Ja, stimmt. Das hat nen Platten. Rechts wird geschossen. Habt ihr Knarren bei? Ich hab ne Knarre, ja. Oh, mal du nicht, ne? Nein. Ah, gegen die Cops. Aber kaum noch Munition. Hier steht Leute. Aber das sind nicht... Nee. Ey, das ist doch der Touribus von eben. Anna, Mila ruft mich an. Warte. Oh Gott. Du Scheiße. Mila. Okay, ist Pinsel auch bei dir? Okay, hier sind überall Schüsse. Hier sind überall Polizisten. Okay, 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 okay. Bis gleich. Wo ist die Mila? Taxi, Taxi. Ja, Pinsel. Hallo? Oh Scheiße. Ja, ein Reinschuh wird geschossen. Ja, die haben uns einen Platten geschossen von der Karte. Was sei denn? Mila ist bei Dax Taxi. Ja, wir fahren jetzt alle zu Taxi Taxi. Okay, aber wer ballert da rum? Weiß ich, das andere Auto ist auch kaputt da vorne. Das weiß ich nicht. Das ist, glaub ich, keiner von uns. Okay, das sind nicht wir dann. Ja, dann treffen wir uns bei Tax Taxi. Okay. Das ist geil. Da wird das Geld abgeholt. Nee, brauchst du nicht. Alles ist gut. Okay. Hallo Knabe. Aber hier sind kann ich auch schon mal umziehen. Da bist du ja, Wilder. Moini. Hab versucht, dich anzurufen und mir deine Leitung mal belegt. Deine Leitung auch. Ja, weil ich mit Pinsel kurz telefoniert hab. Ich hab das letzte Mal vor zwei Sekunden versucht, dich anzurufen. Ja, da hab ich mit Pinsel telefoniert. Moini. Moini. Gute Abend. Super Job, Bobo. Super Job. Ja, auf jeden Fall. Und bei euch lief auch alles glatt. Scheiße. Ich war oben, ne? Ich war oben, ne? Oboh. War ich oben und, und, und Luke und Pinsel sind zu dem einen Licht. Oboh. Und ich bin um der Ecke bei dem anderen Licht. Und da war die V und bei ihr daneben war die Tasche. Und ich so, mhm, I know what to do. I know what to do. Und ich hab ihr so zugezwinkert und sie mir. Und dann hab ich die Tasche genommen und hab weitergearbeitet. Ein Licht. Dann bin ich zu zweit Licht und hab so gesagt, oh, da brauche ich feineres Werkzeug. Das hast du gut gemacht. Feineres Werkzeug. Ja, aber ich glaub, piept halt da ein Mensch schon durch, ne? Die sind am shooten. Ich hab auch ein Ding, drei Stück gesehen, die da über die Straße gepuscht sind. Oh, hat er diese Tasche hingelegt, Omi? Was? Ob er diese Tasche hingelegt hat? Ich hab meinen geholt. Achso, klar, natürlich. Oh, klar. Wo kommt die auf einmal her? Oh, Jesus. Penso kommt jetzt auch. Kraftpunkt ist wieder her. Ich glaub, ich hab wirklich noch neben... Oh. Ach, ist da, mate. Ich tu durch. Boss, geht's dir gut? Wo bist du? Was war jetzt eigentlich in dieser Tasche drin? Ja, wollte ich auch grad fragen. Ich guck doch nicht nach rein, seid ihr bescheuert? Aber es müssen Waffenwesen sein, weil die Seriennummern rausgefeilt werden sollen. Aber bist du nicht neugierig, was da genau drin ist? Weißt du, was das für Leute sind? Für die wir arbeiten? Wirst du schlafen? Ja, nee. Soll ich denn wissen, was für Leute sind? Ich weiß nicht mal... Also... Ist ja grad gesprungen, Mann. Was sind das für Leute? Wie cool ist das, bitte? Leute, wo man nicht in die Tasche guckt. Ich hab Fortnite und trinke Ola. Ja, wo ist Penso? Drinnen. Da steht drin. Da. Da. Und jetzt? Hä? Okay, und jetzt? Hm, jetzt hab ich die Tasche abgegeben. Da wird jetzt grad mitgearbeitet. Und um 50 kann ich hin. Und dann Übergabe. Euch geht's allen gut, ja? Ja, hier wurde geschossen gerade. Wir sind in den Parkhaus. Da sind drei Leute in den Parkhaus gegangen. Das war Parkhaus und Ranchos. Ja, Ranchos. Ja, Ranchos überall. Lass mich im Hut, Didi. Das wird jetzt. Ja, Didi. Bei dir zu Hause sind ungefähr 20 Touristen, ne? Ja, ich weiß, ich weiß. Was? Terroristen? Ach, Chance, Mann. Touristen. Touristen. Ach so, okay. Distanz. Ja, Distanz, Didi. Oh ja, Distanz, Vinsel. Oh, hast du eine Langeweile? Was laberst du uns voll? War nur Spaß. Wie auch immer das war, vergesst nicht, ne? Aussage, von dem der beschossen wurde. Ich kümmere mich selbst. Aussage gegen Aussage. Ey, wir haben damit nichts zu tun. Na gut, ich wollte es nur sagen. Weil wenn ihr was damit zu tun habt, dann suchen die euch. Na, viel Spaß im Kreis stehen. Gegen Aussage. Na, viel Spaß im Kreis stehen. Exakt. Und da wo ist du? Okay, und jetzt? Viel Spaß im Kreis zu fahren. Mit der Tasche wird gerade gearbeitet. Da werden sehr viele Nummern rausgefeilt. Um 50 kann ich wieder hinkommen. Und dann Übergabe und dann kassieren wir die Kohle. So, jetzt aber. Okay. Die Frage ist, wie willst du das Guide aufteilen? Oh, Pirat. Oh. Ähm, Bobo, wie viel hat er dir gegeben? Was denn? Wer denn? Der Cop. Ich hab gar nichts bekommen. Von dem einen Prozess im PD? Ja, ich hab nichts bekommen. Nix. Komisch. Ich auch nicht. Ähm. Das hat sich wohl irgendjemand irgendwie in die Tasche geschickt. 100.000. Ja, wie macht man das? Na, durch alle, die mitgemacht haben, oder? Also, Terry ist der einzige, der im Knast gelandet ist. Ich hab Kämpfe in meinem Bauch hier. Was hast du? Kämpfe in meinem Bauch hier. Soll ich dich schnell nach Hause fahren? Ja. Ja? Okay. Dann komm. Okay. Ich fahr kurz Mila nach Hause. Die X44. Mach das. Nein, nein, die heißen 99. Ich fahr kurz Mila nach Hause. 22. Mila, haut rein. Mach's gut Mila. Bissi. Danke. Viel Spaß. Wenn du kommst, du dann gleich mit? Wohin? Na, Übergabe. Bitte, bitte. Bitte, bitte. Ich komm gleich wieder her. Bitte, bitte. Bitte. Bitte, bitte. Bitte, bei mir hier. Bitte, bei mir noch ein bisschen spielen. Bitte? Bitte. Dann mach der Bobe nur wär mich Flauschi. Ja. Oh Gott. Das haben wir doch schon mit einem Gange gesetzt. Mhm. Bobe hat voll Angst vor mir. Ja. Weil Lea hat gesagt, sie hat sich in Bobe verliebt. Der ist ein komischer Clown. Obacht bitte. Mach dir eine Wärmflasche, ne? Ja, eine warme. Mit warmes Wasser. Jetzt haben wir gar nicht die Karre tut. Und vielleicht ein Tee. Und ein It's Tea Time with Byron. Ein Magentee. Ja, Camilla. Hänchel Camilla. Ja. Du Loser. Du bist voll die Haustür. Dankeschön. Bis gleich. Und kannst du den Zaun gleich wieder aufbauen? Nein. Ich frage den Nachbarn. Okay. War doch erfolgreich. Und älter Brutalo. Dankeschön für den sechsten Monat. Und Tobi liebt dich. Dankeschön für den Prime 27. Longtime Nossi. Hab dich immer noch. Lieb ich dich auch. Dankeschön. Und Kraftmeier. Danke für den Wiesabend 35. Und Stufe 2 sogar. Vielen lieben Dank. Ja. Also wenn es zu mir geht, würde ich jetzt... Da ist eine fette Schießerei. Wir müssen Beep helfen. Ja, dann let's go. Rein da. Push mal in der ganzen Taxi-Truppe. Ähm. Willst du... Kannst du uns unterstützen? Das ist schlecht. Jetzt gerade. Brauchst du jemanden von uns bei dem Gespräch nachher? Nein, ich brauche keinen. Okay. Dann dann... Okay. Dann... Good kick. Let's rein. Let's go. Manni, da habe ich beim Spaß dabei. Sein nächstes Mal gehe ich mit. Nächste Mal mache ich nicht den Koordinator. Okay. 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 Pushen, Jungs. Pushen, pushen, pushen. Samomi. Gigi. Nein, nein, nein. Ich fahre da nicht hin. Was, fährst du da nicht hin? Nee. Ich muss mit Penze pushen. Achso, wir müssen pushen. Ach Gott. Vielleicht ist das Beste, wenn ich hier bleibe. Ich habe schon wieder Bauch-Grampf. Aua. Gib mir mal lieber dein Magazin. Aua. Das tut so weh. Ich kann gar nichts. Seck. Aua. Aua. Mein Bauch-Grampf. Was hast du noch? Seid ihr sicher? Fack, 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 fack. Leute, die Ball hast du in dem Krieg. Aua. Die Ball hast du in dem fucking Krieg. Oh mein Bauch. Geil, Mann, Mann, Mann. Los, Leute. Ich bin in Ranchos. Die Ranchos sind gepeilt. Und in den Ranchos. Gelbe Fleck, sag ich euch. Okay. Ich bin nicht weg. So, die Scheiße. Wir haben Romy verloren. Einmal weniger. Oh, Scheiße. Ich bleibe einfach sitzen. Ich bin nämlich zunächst der Zerp. Mach dir Rhymflaschi. Scheiße, mein Kopf. Sag es euch, das war krank. Ja, Piep, ich muss gleich die Sache machen, aber ich kann nicht. Scheiße. Dann bist du es gelaufen. Ja, push von hier. Wir pushen von hier. Wir pushen von hier, Leute. Ich satze euch. Au. Du Scheiße. Los, Alter, steig ein, Bobo. Hat nur nicht den Knast wohl. Ich glaube, der Bauch auch. Oh, und diese Krümpfe. Alter, geht pushen. Jetzt steht sie da vorne. Oh Gott, Oma. Ja, ja, schön, schön. Ich glaube, Popo will zu uns. Hallo? Ja, wo, wo? Ach. Ich, ich warte lieber hier. Okay, setz dich beide oben auf den Schoß. Achso, hi. Entschuldigung, Omas. Ich, oh. Och, Lord Jesus. Bobo? Hallo? Hast du schon mal wieder auf Drogen? Ich weiß nicht. Ach, wisst ihr was? Ich geh ja von Hause. Ich geh mich aus, scheiße. Okay. Mach keinen Sinn. Ja, gut, Tschüss. Sit hier, hör mal so drauf. Oh Gott, was ist passiert? Ja, die sind verrückt. Achso, hier, da sind sie. Ach, da sind sie. Was macht ihr, Lutschalter? Pusht endlich. Ja, wir sind tactical. Yo, Cops, dahinter im Auto sind sechs Leute mit Knarre in der Hand. An diesen Takuladen. Am Takuladen. Oh Mann, hinter den Autos. Sechs, sieben Leute. Was ist das Arschloch? Passt auf. Naomi, man muss immer ein bisschen Feuer legen. Guck mal, guck mal im Rückspiegel. Guck mal mit Straße. Baby, ja süß. Wie die kleinen Neuschen. Mila und ich verdienen, wenn alle sterben. Was, ihr kriegt Geld, wenn die sterben? Na klar, wir haben die mit dem Teufel. Ui, ui, ui. Aber wir müssen, ich muss kurz jetzt abholen, die Sachen. Oh Gott. Ui. Ach, der ist weg, würde ich sagen. Ich glaube nicht, dass der gesehen hat, dass der in den Dings... Ah doch. Alter. Ich bin super böse. Mila. Mila verpetzt Pinsel auch immer. Ja, so muss das. Geh kurz gucken. Ja. Ich spüre so leichte 20 Prozent, dass das geplant war, dass die Waffen geklaut werden. Motorrad steht. Guten Abend. Bordi. Arbeit ist fertig. Tasche ist hier. Das Katana hängt wieder über der Tasche. Vorsichtig, David. Jawohl. Dann vielen lieben Dank. Alles klar. Gut ein bisschen aufpassen hier in der Nähe. In Rancho sind super viele Cops. Falls sie das umgehen wollen. Ach, danke für den Tipp. Immer gerne. Schönen Abend noch. Nehm so. Und danke. So probiert das Gespräch. Aber wo ist das Motorrad? Ich muss kurz reingucken. Okay, ist alles drin. Willst du telefonieren? Bin da jetzt drin. Willst du das wirklich messen? Ja. Da sind vier Tech Nines drin, vier Uzi's und ein Kantana. Liegt auf der Tasche. Damit kann ich den Tunfisch machen für Sushi. Nichts schneiden. Ja, bitte? Ja, und Mr. Tisch wäre so bereit. Alles fertig. Ich will dann vorbeikommen. Ja. Ne, ne, pass auf. Okay. Also du hast alles klar gemacht, ja? Alles ist klar. So, dann fährst du jetzt nach Harmony. Okay. Harmony, und zwar ist das die 716 Frankys Autogrill. Okay. Und da ist so ein Typ in Schneestiefeln, in der Bomberjacke und in der Mütze. Wem gibst du den Scheiß? Mach einfach nach Franky da. 716? 716, genau an der Ecke ist das. Frankys Autogrill, das ist auch auf der, wenn du so eine Clubcard hast, markiert. Alles klar. Am Ende von Harmony ist das. Auf der anderen Seite von Prisoner, ne? Also, ja, genau. Mach ich. Alles klar, perfekt. Danke. Ciao. Wo ist denn 716? Harmonie. Warte, ich guck mal mit. Hast du schon? Nö, ich bin blind. 717, sag ich. Es gibt 715, 713, 716 und vielleicht dazwischen, zwischen 715 und 715. Wie machst du mich cranky? Ich mach mal mit dem GPS. Ach so, siehst du. Ach, genau. Okay. Kannst du den Leuten denn vertrauen? Kao. Hallo, Halber, bitte kein Wechselgaming, aber Dankeschön. Jetzt dürft ihr mich nur nicht angehalten bleiben. Ja, dann fahren wir nicht so schnell. Obwohl die bestimmt gerade alle beschäftigt sind. Die Leute, die jetzt mit dabei waren, kennst du die schon länger? Nö, ich kenne nur Pinsel. Ah. Aber das sind Pinsel, seine Männer. Okay. Und denen kann man vertrauen, anscheinend. Und Mila ist nach Hause, ne? Ja, hab ich mitbekommen. Die macht sich ne Wärmiflasche. Ja. Ist ja auch schon spät. Ja, stimmt. Das ist nicht angehalten worden. Das stimmt. Wie spielt das das? Ich hab gesagt, wir sind um 12 Uhr fertig. Es ist jetzt gleich 23 Uhr. Oh, dann sind wir schnell gewesen. Du musst mir gleich noch dein Handy nummer geben. Ja. Ich bin echt am Überlegen mit dem Scheiß-Tasche-Absauen-Uma. Meinst du, dass die Menschen, denen du das jetzt gibst, dass die so gefährlich sind? Also, nein, dass die, ich vergessen wollte, was ich sagen wollte. Wir müssen auf den Typen mit der Bombe herkrachten. Und Whirlpool. Na. Guten Abend, willkommen bei Franky's. Wie können wir euch helfen? Ich soll dir eine Pizza hinliefern. Weißt du was davon? Du sollst wahrscheinlich direkt zu Franky, oder? Wahrscheinlich schon. Hat der eine Bomberjacke an? Der hat eine Bomberjacke an, ja. Der hat mir im Telefon gesagt. Da musst du einmal zurückfahren. Ein ganz kleines Stück, wenn ich hier an den Gastank da hinten hinter, da ist der. Alles klar. Danke. Buselig. Bitte, komm, Karol. Da steht ein Panzer, aber ich gehe kurz ab, wenn die Frau rummacht. Jo, wer bist du denn? Ja, aber sind Sie Mr. Franky? Ja, klar, Junge, ne? Ich habe Ihre Pizza. Wie soll ich die Arme die fangen? Ja, sag mal her, ey. Oder ein bisschen Kopf, oder was? Natürlich nicht. Ja, komm, stell mal da hin, Junge. Warte mal, ey. Geh mal zwei Meter zurück, ne? Jawohl. Mach die Augen zu, du hast ja nichts gesehen, Junge. Ich dreh mich um. Ja, okay. Alles klar, Mann. Sieht gut aus, Junge. Sieht gut aus? Ja, ja, pass auf, du gehst mal jetzt hier vorne an die Packstation. Packstation. Ja, ja, ich sag dir kurz, wo die ist. Und dann nimmst du die Schlüsselkarte, die da drin ist. Die gibt's in dem Tacker, ne? Jawohl. Ja, komm, ein bisschen schneller hier, Junge. Ja, so. So, da vorne ist eine Packstation. Da, ne? Das zweite Fach da oben, ne? Da ist eine Schlüsselkarte drin. Die nimmst du und dann verschwindest du hier von meinem Hof. Aber so schnell wie möglich, ne? Packstation, oh Gott. Ja, hier, Junge. Komm mal mit. Ich muss dir zeigen, oder was? Was ist denn mit dir? Da, Junge. Oben das zweite Fach. Die Schlüsselkarte nimmst du mit und dann verschwindest du von meinem Hof, ne? Mach ich, so. Und du hast auch nichts gesehen. Ansonsten such ich dich. Ich hab nichts gesehen. Ja, alles klar, hau rein, ne? Bruder, da liegt ein NPC, ein Toter auf dem Boden. Ja, komm, beeil dich. Hier kann auch gelaufen werden, Junge. Jawohl, Zah. Da liegt eine Leiche auf dem Boden. Oh, mal guck mal. Oh, schnell weg, ja. Ich hab's gesehen. Besuchen Sie uns demnächst wieder. Auf gar keinen Fall. Was zum Teufel. Da lag ein Toter auf dem Boden. Da hat er einen Kopfschuss. Das hab ich von der Entfernung nicht gesehen. Ich hab nur die Leiche gesehen. Oh Gott. Ich hab nämlich was mitgenommen noch. Da war eine Parkstelle. Oh Gott. Ja. Wer hatte ich? Und ich hab was für sie. Das soll ich ihnen übergeben. Ah, sehr gut, sehr gut. Kennst du Helmuths da oben in Paleto? Sag mir nichts, aber wer will ich finden? Das ist die K-Hunter oder so heißt der Scheiß. Aber eigentlich Helmuths. So ein Autohantel. Da sind wir gerade. Komm da ruhig hin, da kriegst du auch die Kohle. Alles klar. Bis gleich. Bis gleich. Sag mir, die sind oben in Paleto. Weißt du, was ich noch viel gruseliger finde? Der Typ da, ne? Der mit dem du da die Tasche da gerade entgegengenommen hast. Den hab ich vorher noch am Flughafen gesehen. Ja, aber weißt du, wo er seine Finger gesteckt hat, ne? Mhm. Ich kann kurz. Ja. Das Leben in Los Angeles ist echt geplansch, Oma. Ja, das haben wir schon die Leute von dem Taxi-Unternehmen tatsächlich gesagt. Hier muss man echt aufpassen. Ja, man soll auch nicht so viel Bargeld mit haben, wenn man hier immer Hops genommen wird. Wo ist die Karte? Ach ja. Die haben bloß die ganze Zeit OBS gecrashed. Oh, ich bin mir. Oh, ich bin mir. Der ganze Stress nur war Pinselgelbruch, weil er Schulden hat. Wo habt ihr denn Schulden? Überall, bei der Mafia, überall. Oh, weißt du. Der hat sich Schulden machen, der hat sich Schulden gemacht. Dann hat er davon Drogen gekauft. Oder anderes Zeug. Und wahrscheinlich liegt der gerade angeschossen irgendwo auf dem Boden. Ich hoffe nicht. Weiß ich nicht, Lanzo. Ich glaube, den Lanz zum ersten Mal heute gesehen. Er hat einfach einen Toter auf dem Boden. Ich dachte erst, der macht ein Leckerchen, aber der sah ganz schön tot aus hier. Ja, der hat einen Kopfschuss gehabt. Und dann lässt er da einfach Leute hin. Also ich meine, der muss ja schon krass sein, wenn der noch nicht mehr Angst hat. Also weißt du, du kommst dann da hin als fremder Mensch. Gibst ihm irgendwelche Knarren und dann liegt er einfach in der Leiche. Na, wir haben nichts gesehen und nichts gehört. Das ist nie passiert. Hallo, Alumi. Aber voll gut. Die Mission war heute richtig gut. So viele Leute hatten was zu tun dadurch. Okay, jetzt du K-Hunter. Jetzt verstehe ich, was du meinst mit den Lampen. Na, Wund. Na, Wund. Na, Wund. Na, Wund. Du bist du denn? Wer haben wir denn da? Gerade. Und ich habe eine Oma gefunden. Eine Oma. Hallo, Körris. Hallo, Omi. Hallo, Oma. Ich kann nicht alle erkennen. Warte mal, warte mal, warte mal. Omi. Was für Omi. Sag mir mal deinen Namen. Merte. Das ist Milas Oma. Da soll man ein bisschen lauter reden, die Oma da. Die kann nicht so laut. Das ist nur Oma. Ich habe Sprachverstärker. So, hallo. Oh Gott. Ich dachte eben, das wäre von Inge eine Freundin oder so. Weißt du? So, na, warte. Und, alles geklappt. Alles geklappt. Okay, komm mal kurz mit hier zum Kofferraum. Zack. Dann gebe ich dir mal eben hier. Alles fresh. Oh, ja. Oh, cool. Ah. Bist du nicht? Komm sofort. Ja, ja, ja. Ja, doch, doch. Ja. Doch, doch. Ja, ja. Ja. Schön. Ist doch immer sein Teller auf, ne? Damit es schönes Wetter gibt, ne? Ich hoffe doch. Ja. Schlecht, wenn nicht. Hey, Lamar, immer Dankeschön für die netten Worte. Sieht doch ganz schön aus, dein Enkel. Und danke für den Rieser vom sechsten Monat. Wollen wir essen, der Junge. Hast du gehört, Kerl? Du musst mehr essen. Du bist gut. Ja, ich brauche mal ein bisschen Brüllenheit, das ist zu holen vom Herrn Morales. Damit ich auch so eine krasse Kante werde. Ah, ja, 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 ja. Gib doch mal was ab, ne? Muss man was importieren lassen aus Dortmund. Aus was? Aus Dortmund. Dortmund? In Europa haben die das beste Zeit. Dortmund ist meine Ecke. Ja, siehst du? Ich habe gedacht, du meinst jetzt die Gelsenkirchen oder so. Ach, du Gelsenkirchen, da wohnt doch keiner. Wer wohnt denn da? Wo ist denn das denn schon wieder? Wir müssen mal ein paar Hochglanzmagazine lesen, Männer. Ach, wir haben scheiß Deutschland, ne? Ja, ja. Alles ist Deutschland. Doch, Mr. Banks haben wir eigentlich nur in den Tuning-Gutschein? Ja, ja. Oder ist der mittlerweile abgelaufen? Nö. Brauchst du noch ein paar? Komm her. Nee, 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 nee. Ich meine wegen dem Komodo-Breitbau. Ja, ja. Der ist ja nur ganz fertig. Wo warst du denn so lange? Warst du im Urlaub oder was? Naja, ich war im Exil. Ich habe auch ein paar Kops. Ich habe ein paar Kops abgeknallt. Hier, nimm die mal. Danke. Ich verteile die, ne? Ja, das ist ein Vorteil, Junge. Auf jeden Fall. Ja, das glaube ich, ne? Ja. Hat er ein bisschen für mehr Luft gesorgt, ne? Oh, klar. So, jetzt aber. So, ich habe da noch eine kleine Karte bekommen. Ach, ja. Okay. Ich dachte, der erste Typ in dem Laden will mich abziehen. Welcher? In welchem Laden? Na, in einem Ammonation. Ja, finde ich auch sehr idyllisch. Ich weiß nicht, der war irgendwie sus. Von wem kommst du? Der meinte, von wem kommst du? Ich sage, Namen sind Schall und Rauch. Ja. Und, oh, kannst du in 15 Minuten wiederkommen? Hä? Dann ist er sofort, nachdem er geprüft hat und nicht bezahlt hat, auf seinen Ball gestiegen und abgehauen. Okay. Und ich dachte mir so, Bro, wenn der mich jetzt abgezogen hat, ne? Ne, das hat er nicht gemacht. Ja. Hat er nicht gemacht. Aber der muss halt rausfallen, alles, ne? Das ist halt das Problem. Der braucht immer einen Moment. Hier, bitte schön. Ah, perfekt. Wunderbar. Warte mal. Ihr kriegt schon mal das erste Bündel. Ich habe nicht so viel Geld, weil meine Enkelin, die mich dann jetzt nicht in New York zurückgelassen und mich einfach anpflegen. Das hat alles geklappt, ja? Ach, alles super. Aber, aber die Stadt brennt jetzt. Wir gucken, wie ich hierher komme und dann habe ich hierher fliegt. Da seid ihr gut reingekommen, da haben die euch reingelassen. Ja, das war überhaupt gar kein Problem, aber wir haben ein bisschen... Sehr gut. Auch schade eigentlich, dass das Schwierigste eigentlich das Einfachste ist, ne? Ja, weil ein paar Angeregungs haben für Trouble gesorgt und da wurde richtig ein Rancho gerade... Da war eine richtige heftige Schießerei, ja. Ja gut, vielen Abend, ne? Kenzer, Kenzer. Erlebt davon, ne? Kenzer Piep. Ja, 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 ja. Ja, sehr gut, alles klar. Ja, vielen Dank für die spontane Sache. Und... Gern. Gut. Dann hab ich mal selbst gekauft, der Schickler. Ja, das nächste Mal bin ich... Ja. Nee, 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 nee. Den hab ich mir selbst gekauft. Das ist Superdiamond 2023 Edition. Was ist da, Köln da? Äh, dreieinhalb. Ja, ja, ja. Was, Millionen? Ja. Ja, ich bin raus. Nee, die hat erst mal... Eigentlich würde ich hier mit Google Stock 1 überziehen, aber dann dachte ich, das ist dann doch zu toll, ne? So, aber den schönen Abend noch, ne? Hat die alles Zettel von mir. Und wegen dem Breitbau quatschen wir nochmal. Ja, ja. Ansonsten verteig ich den. Was ist denn mit dem ZR350? Den bin ich hier gerade nochmal gefahren von dem Besitzer hier von, von, äh, ähm, Car-Mageddon. Nee, Car-Hunter, sorry. Finden Sie nicht, dass der super rutscht? Wie gesagt, ich brauche Anweisungen dazu, ne? Dann wird er geändert. Ja, das sollte Vox übernehmen, aber... Ja gut, dann rufe ich die nochmal an. Alles klar. Ja, das könnt ihr vergessen mit der. Eigentlich müsste Mr. Banks das klären. Er hat wenigstens Ahnung von Autos. Der ist ja mit einem zufrieden. Der ist ja froh, wenn er die ganzen Karren verkauft. Wenn du, was der fährt, ist ein... Was war das nochmal? Ähm, Blister. Nee, Blister. Was ist denn nochmal für eine Karre? Äh, ja. Wo du mal gearbeitet hast. Äh, XA21, ne? XA21. Ja, aber das Ding klebt da auf der Straße. Das ist ja perfekt. Ja, kleben tut der Spritzer auf der Straße, ne? Ich guck mir den, ist ja der Mann, gehört das, ne? Ja, 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 ja. Spritzer. Kuss, kuss. Schönen Abend noch. Bisschen. Komm, Oma, sonst kriegst du auch so Pampers. Nee, pass, ich hab keine Pampers. Die waren aber nett. Ja. Das waren die Auftraggeber. Aha. Das ist Paletti im Partner. Und Tainats, das ist ein Autowerkstatt. Und der Morales ist so die rechte Hand von denen. Ach so. Und der Chauffeur. Okay. Oh, Paletti, könnt ihr noch die Kleider leben? Dem gehört fast alles. Boah. Ich rufe den Pinsel an. Er ist am Telefonieren. Warte mal, hier gibt's doch ne Bank, ne? Ich will nicht mit 100.000 Dollar hier rumfahren. Ja, besser ist. Ich will das kurz einzahlen. Na, Oma, komm mal, die Bodyguard. Ja, ich pisse auf. Sind die über Bankautomaten? Was ist denn das für ne Bank hier? Oh, was ist denn kein ATM? Hallo? Im Schalter? Gar nix. Ja, wie. Krexbank. Kann nicht wahr sein hier. Brauch ich alles in einem ATM stecken jetzt. Ist doch bestimmt ne Tankstelle oder so auf dem Weg. Ja, gibt's vorne. Na, siehst du, hier ist bestimmt ne Bankautomat. Warum nicht kann man eine ganze Bündel reinwerfen? Ja, aber das Kiegelbrücken von gestern ist schon hier. Das Kiegelbrücken von gestern ist schon hier. Das hat man, die, 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 die nach oben gewählt, ne? Das ist schon ein bisschen eklig. Ja, das ist wirklich schon sehr schön. Wow. Okay. Und viele Scheine, Wahnsinn. Superfehle. Okay. Wir können los. Ja. Ach, das sind die von vorhin. So, wir sind fertig. Ja, mit zu. Geld haben wir keins bekommen, Oma. Wir wollen überfallen. Kai? Ja. Irgendjemand hat uns überfallen. Ähm. Nein, das können wir nicht machen, dann bringen wir uns um. So, ich werde mir gerade schon das Ding überlegen. Hast du verrückt, dann bringen wir uns um. Hast du mal diesen Bobo angeguckt? Er ist ganz schön verrückt und er hat irgendwie nur ein Auge. Wir haben seinen Kench. Oh, Gott, ich habe... Scheiße, würdest du sagen, Schusspinsel? Ja. Wo bist du? Wir sind beim Hinterhof von Taxi-Taxi. Okay, ich komme, eine leine Waffe. Aber da... Wir haben übrigens kein Geld bekommen, wir wurden abgezogen. Hä? Ja, wir haben uns abgezogen. Wer? Eben so maskierte Leute. Scheiße, Pinse, kein Geld heute. Fuck. Oh, boit, oh, boit. Jo, jo. Hat das geglaubt? Das können wir nicht machen. Das ist nur ein Peng. Mila pengt mich immer. Alpino, danke für die Wiese am 56. Ja, nimm, danke schön. Wo wohnt ihr denn jetzt? Wir wohnen ganz schick im Mimberpark. Wir haben ein eigenes Haus. Das haben Mila, Penzel, Raven, die wohnt aber nicht mal los, Thanos, und ich haben das zusammen gekauft. Tschin, Tschin. Meinst du, da ist doch ein Platz für mich oder soll ich im Hotel? Okay. Nee, nee, nee. Bei uns wohnen so viele Menschen. Der Momo wohnt bei uns, ähm, der Kufa, Penzel, Mila und ich. Nein, müssen wir uns stapeln. Nee, wir haben eine große Couch, wir haben ein großes Bett, und wir haben einen fluffigen, fluffigen Teppich. Boah. Und Penzel peinnt eh bei uns im Bett immer. Naja, dann gehe ich aufs Sofa, weil auf den Teppich schlafen kann ich nicht, dann komme ich nicht mehr hoch. Der Kufa peinnt immer auf den Teppich, weil der voll erdrogen ist. Hm. Ja, Mr. Mika, der musste kommen zu Mila wieder. Und bringen direkt Louis mit. Inka, vielen lieben Dank für den Primes ab und zu sehen. Love you, bro. Love you, too. Müssen wir da jetzt mit der Schießerei? Sind die da jetzt alle raus? Nein, die sind hinterm Taxi-Taxi. Die wurden aber herunschossen. Oh, wei. Da, siehst du, guck mal, Mila schreibt sogar. Guck bei, Mr. Mika. Da wird Mila sich wieder freuen. Warum hat Mila eigentlich kein Sub-Chat? Schwer enttäuscht, ehrlich. Tut echt weh im Linken-C. Hashtag, äh, baiten. Ich hab mir den Namen vergessen, war so lange nicht auf Twitch. Mila und ich sind arbeitslos. Die haben uns gefallen im Krankenhaus. Ja, hast du vorhin schon erzählt, aber warum denn? Ja, was meinst du? Na, Mila war in Berge und ich war, ähm, ich war im Exil, ich hab mich versteckt bei den Gruppern, weil das Huffefähigen mich. Boah. Weil ich auf Kopf geschossen hab. Ja, ich hab eben grad gehört, das ist also guter Eindruck. Ja, wir sind verrückt. Mila ist auch bekloppt. Wir knallen Kopf ab. Bleib bescheuert in der Bürde. Und du auch, weil die Person in den Knarren um mich. Mit extra Punkten hab ich mal gehört. Jason. Boah. Latz, aber vielen lieben Dank für den Rated Sub an Mila. Was hin? Ja, was geht? Oh, was geht? Was macht man nicht? Wie geht's euch? Was ist denn hier los? Was ist 1 gegen 1? Ja, komm. 1 gegen 1. Ja, komm. Gut, Aska, komm. Komm, komm. Komm, geh sie weg. Ja, was? 1 gegen 1? Komm. Sag mal ab, duke? Ja, pack die Gliese weg. Ganz ruhig von Spaß. Scheiße. Du machst du das nicht mit dem Audi. Fertig, Cooper. Komm. Bitte auf die Fresse jetzt. Ja, komm. Komm, ich hab mich gefeiert. Alles klar, okay. Trottisch, Trottisch, komm, mach doch. Ja, was gedacht, hä? Ja. Ja, komm, schlag doch. Trottisch, Trottisch. Ja, stimmt. Ostern beim Alz. Ah. Ah. Machen wir da. Ja, die hauen sich. Sollen wir Luke und Bulldogger auch noch reinladen? Es ist kalt. Pff. Ich hab mich angerufen. Merkst du, Silberbröt, ne? Kennst du schon, ne? Go stupid, uh. Go crazy. Ah, oh, 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 oh. Svensk, vielen lieben Dank für 6,90 Euro. Ich küsche deinen Bauch, Nappel. Du bist und bleibst der geilste lustigste PSpieler für mich. Dankeschön für die lieben Worte. Danke. Ihr habt einen echt guten Job gemacht, Männer. Hast du eins? Ich sag dir das. Achso, wir tragen rot oder was? Wir haben jetzt Gangkrieg, Curtis. Seit ich das in Drogo genommen habe, ich sag dir das. Okay, let's go. Haben wir doch gerade schon gepusht. Ich brauche noch ein bisschen Munition, Leute. Yo, der ist gelb. Ich brauche noch was. Ich brauche noch was. Ja. Wer ist da? Warte mal, trank. Warum? Rot oder grün jetzt? Ach, das ist eine Mischung, Mensch. Das ist doch egal. Lote, die kein Wurzeln können, sind grün. Lote, die kein Grün sind können, sind rot. Dr. Chuck haut schon mal da ab. Tschüss, Dr. Chuck. Tschüss, Chuck. Oh, danke. Dr. Chuck kündigen Sie einen nicht und kommen Sie da aus, Seven. Kennen Sie der Gangball? Und dann stütze ich den Ochi? Nein, das können Sie nicht. Aha. Na mal schauen. Nein, das ist halt. Sie haben mich arbeitslos gemacht. Ja, nicht nur dich. Sie sind ein Schwein. Ja, ist cool, oder? Ja, ist genau. Ich hab mal zu Ihnen aufgesinnt. Ja, aber ich sag dir mal. Aber jetzt? Ja, aber guck dir mal, wie cool die aussehen kann. Er kann richtig cool sein. Das freut mich. Ja. Hauen Sie ab. Bis bald. Bye-bye. Ja, redest du mit mir? Fuck. Das ist auch cool. Das ist auch cool. Du hast die coole Variante von der. Du dich, klar. Das hab ich von dir erwartet. Ja, ja. Ja, save. Ja, Piep, verdammt guten Job hab ich dir gemacht. Danke, ich sag's dir. Menschen, doch. Ich war der Letzte, der hat auch statt. Jungs, ich geb dem Pinsel nachher an die Kohle und der teilt die auf. Ah ja, warte mal, du hast schon gesagt, gibt keiner. Mann, das war ein Pränk, Alter, ein Pränk, Junge. Meinst du, ich lass mich abziehen? Ich bin zehn im Job. Bro, ich war bei irgendeinem Job-Job, Alter, und da lag eine Leiche auf dem Boden. Warte mal, durch wie viel müssen wir denn teilen? Ja, durch zehn oder so. Wie jeder Zehntausch. Das ist ein Thema, wir haben nix gesehen und nix gehört. Na, mit den Jungs kann man Infos zahlen. Okay. Wir sind elf, glaub ich sogar. Gut, passt, da lag der Leiche auf dem Boden, das war voll sick. Weiß ich nicht. Mann, lass auch. Hat irgendjemand eine Liste geführt? Wir sind jetzt schon, ich kann auf mein Geld verzichten. Aber weißt du, aber Fox war doch gerne dabei, oder? Wie cool ist das bitte? Du hast ja genug. Ich so. Ich so. Vielen lieben Dank für den Pfann. Hey, Roman, war auch ne dabei? Krass, krass. Aua, ich muss kacke, ich muss gleich wieder da sein. Ich weiß es nicht mal. Bopo, geht's heute gar nicht gut, denn irgendwas Fatsches gegessen, sag ich euch. Der Gäste hat's für viele Socken. Redet die ganze Zeit nur vom Scheißen. Also, wen müssen wir jetzt töten, damit wir das Geld bekommen? Ich hab's nicht ganz verstanden. Ich klär's mal, du... Jo, doch, doch, checken. Was ist mit dem Wagen voller Drogen, den du uns versprochen hast, oder sollen wir euch smoken? Wird der Wagen mit der Drogen? Ja? Deine Frau hat gesagt, sie gibt den... Ja, stimmt. Ja? Den würden wir gerne abholen. Den würden wir gerne abholen, ja. Ich frag sie mal kurz, wo der steht, und dann könnt ihr den haben, ja. Alles klar. Wichtige Sachen. Ja, bis gleich. Wir kriegen den ganzen Cheborek Kofferraum voller Drogen geschenkt. Geil, Party. Super, noch mehr Drogen, die bis sie nicht los wird. Was sagen? Hallo, das stimmt gar nicht. Hört mich eine an, der will ja aber nur Blüten. Hab doch keine Blüten. Ich hab Ayahuasca. Warum verkaufst du dem keine Blüten? Ja. Das ist mal zwei Wochen weg, alles bricht zusammen. Du, Günther, ich wüsste mich allein gelassen. Ich hab überhaupt nichts. Ich muss ins Exil. Du hast nicht einmal angerufen. Doch, hab ich. Ja. Kann sein, dass dein Ville aufgelöscht war? Deine Mutter holt eine Futter. Boah, du gehst in der Mutter. Die Oma wohnt jetzt übrigens bei uns, ne? Okay. Wo wohnen wir? Na, im Mopark. Oder sollen wir hier hinziehen? Nee, also, entweder können wir, pass mal auf, entweder können wir zu der 7019 ziehen. Wo ist das? Können wir es dir mal zeigen? Okay. Das ist ziemlich sauber, ne? Ist das Wild Rack? Ja. Warum nicht in South Salaspen? Sollen wir nach South ziehen? Ja, hier ist doch cool. Ja, das stimmt. Aber, also, bei der 7019 war halt, da steht auch Seven an der Hauswand. Scheiß auf O7. Das stimmt. Wir können uns bei Paletti Spraydosen holen und hier bei O7 hinkritzeln. Wie will das denn eine Playboy lau gemacht haben? Okay, aber wo, wo wollen wir da hin? Ja, hier in der Straße. Ich bin blott. Alter, wir wohnen hier vorne. Ja. Direkt dahinter. Da wohnen doch die Leute. Wo ist das denn im rosa Pullover? Ja, gar nicht, oder? Also, direkt hier? Naja, das beißt sich irgendwie mit deiner Arpa. Okay. Ja, hörst du genau zu. Schwarzer Chiburek. Du rufst mich unbekannt an, du Jod, ne? Oh, verdammt. Ey, ich meinte... Ja, hallo. Könis. Schwarzer Chiburek. Hooker Lounge. Bei der Hooker Lounge, da ist so ein Parkplatz davor, so bevor es zum Sand geht. Da steht einer. Wollen wir den aufbrechen? Ja, ich glaube, der ist tatsächlich offen. Und da sind Drogen drin? Ja, schaut mal rein. Okay. Also, sie hätten ihn da hingestellt, Freunde. Sie hätten ihn knappe, wenn ich weiß noch mal auf ist, oder nicht, wenn ich breche den auf, ne? Der hat schon mal gemeldet. Viel Spaß. Hooker Lounge Parkplatz. Genau, Hooker Lounge, da wo man genau bei diesem Parkplatz davor, also nicht ganz am Sand, sondern eins davor bei diesem, bei diesem guten Stein da. Schwarzer Chiburek. Ja, richtig. Alles klar. Viel Spaß. Danke. Pencil. Hooker Lounge Parkplatz, schwarzer Chiburek. Steht da. Kann sein, dass der auf ist, oder wir ihn aufbrechen müssen. Der ist voller Drogen. Let's go. Hat jemand, hat jemand Dietrich? Irgendeiner hat Dietrich. Komm. Wir fahren mit der ganzen Mannschaft dahin. Das Ding kriegen wir schnell hergeräumt. Wenn nicht, reiß mir den Kofferraum auf. Yo, jeez, man hat einer Dietrich. Ich hab Dietrich, ja. Okay, wir müssen eine Karne klauen. Die ist voller Drogen. Let's go. Kannst du mir ein paar geben? Warte, soll ich mitkommen, oder brauchst du nur Dietrich? Ihr könnt alle mitkommen, wenn du wollt. Komm, komm. Komm, Pipi, wir gehen Drogenlager aufboxen. Oh, ja. Bobo. Bobo, immer auf Durchfall, glaube ich. Du musst irgendwo einsteigen, Bobo, komm. Bobo, wir... Ja, Mama. Ich muss nach Hause kommen. Notfall. Alles klar, ich komme. Oh, ey, Bobo, das ist richtig scheiße. Ja, lass deine Mutter nicht sagen, Bobo. Schade, Bobo, Mann. So oft angeguckt von seiner Mutter, der Arme. Wo ist mein Jula? Warum rennt der im Kreis? Weil der dumm ist. Wo ist mein Jula? Ist der nicht drüben noch in das Haus, wo wir eben ausgestiegen sind und geschossen haben? Ja. Ja. Komm, Auto, Leute. Krieg die Ameisen. Warte mal, warum... Hä? Ach, Mann, das ist jeden Tag das Gleiche. Meinst du nicht gerade... Also, wo fährst du hin? Oh, Gott. Na, Huckelumsch. Das ist am Strand. Da müssen wir ein Ding aufbrechen, oder was? Da steht ein schwarzes Schäborek, der ist voller Dom. Wir haben aber heute viel zu tun. Ja, krass eigentlich. Wer verkauft ein Kuldein? Die gelben. Die gelben habe ich da verliebt. Ich würde auch sagen, die gelben, ja. Aber mit denen haben wir jetzt Krieg. Dann haben wir jetzt Krieg gegen die... um das Kuldein. Ich glaube, wir haben einfach so einen Krieg, aber wenn wir ihn gewinnen, können wir einfach sagen, gebt uns alle euer Kuldein und drei Westen. Läuft das auf der Straße, habe ich gehört. Oh, Gott. Och, Mann, also hier ist wirklich... Schwarzes Schäborek. Ja, Pinsel. Wo soll ich hinkommen? Im Huckelumsch. Huckelumsch. Aber wir sind schon da, wir sind schon da. Wir haben den... Ich sehe, ich sehe, ich sehe. Oh, Gott, da sind aber Leute. Ah, ganz unauffällig. Kommt. Huckelumsch, schnell. Parkplatz, schnell. Hier ist der Sigi, der Rocker, den können wir gleich zusammenschlagen. Wo ist denn die Huckelumsch? Mann, das ist so ein Strandpinsel, Mosklenon. Ach ja, okay. Ich kann... Ich glaube, die wollen unser Stoff. Sigi. Ja, das ist doch, das ist Sigi. Ah ja. Jetzt knallt's. Sigi, der nicht Schöne. Hey, äh... Wunderschön. Wer auch immer du bist. Warte, Mann, was... Mann. Was ist los hier? Hallo. Was macht ihr in unserem Turf? Das ist nicht dein Turf, das ist unser... Das ist... Nee, das gehört... Piet, komm schnell, hier, Stress. Huckelumsch, hier, Stress, schnell. Huckelumsch, huckelumsch. Huckelumsch, huckelumsch. Huckelumsch, huckelumsch. Huckelumsch, huckelumsch. Huckelumsch, huckelumsch. Wer schießt auf euch? Das ist Sigi vom Lost. Sigi, 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 Sigi. Was für eine Nase, Mann. Jetzt knallt's ihr gleich. Das ist unser Strand. So gut verjagt vom Strand. Ist denn Sigi? Na, das ist der Präsident vom Lost. Im Ziel. Ui. Das ist aber halt durch. Lass den MC kann doch keiner ernst nehmen. Aber ich mag den. Ja, seine MC kann trotzdem keiner ernst nehmen. Komm, wir sagen den, die sollen dir karren davon. Was sind die? Scheiße. Pinsel ist einfach immer zu langsam. Yo, Pinsel ist einfach so ein Dulli, Mann. Da kommt der Idiot wahrscheinlich. Ja, viel zu spät, Pinsel, viel zu spät. Wir sind abgehauen, Pinsel, wir sind abgehauen. Wir sind da. Wo sind die hängen abgehauen? Wir sind hier. Du musst rein rauslaufen. Scheiße, ich komme. Scheiß drauf, Knackern. Knackern. Scheiß auf alles. Das sind die anderen Fuck, Leute. Das wird sich, oh Scheiße. Nein, nein. Knack die Karre. Nein, nein. Weißt du, was ist passiert? Ich glaube. Hä? Mann, dieses Auto steht alles zu nah beieinander. So asozial. Nimm mal einfach alle raus. Das ist Omas Auto. Ja. Das Problem ist... Ja, das ist meins. Ich glaube, die Walker werden verfolgt. Ich glaube, P-Bild verfolgt. Warte mal, in welchen Koffer habe ich das geöffnet? Ich bin verwirrt. Mach den richtigen auf, da wo es so lecker duftet. Ja? Hä? Versuch's doch. Ich nehme auch schon alles raus. Warte mal, was geht da hinten ab? Warte mal, du hast es... Warte, du musst alles raus jetzt? Ich nehme alles raus, ich zeig's euch nachher. Kai. So, müsste jetzt leer sein. Jo. Hab Eis. Ähm. Warte mal, bist du sicher, dass das die Karre hier ist? Warte mal kurz. Warte. Da waren Drogen drin. Was? Warum laust du da? Jo, der Singe hat grad dicke Ansagen gedrückt. Der hat gesagt, wir sollen uns verpissen vom Strand. Scheiß, du bist so ein Mixer. Ich glaube, die gehen wir gleich mal besuchen, oder? Ähm, die anderen sind schon am Telefon, ne? Die fragen also, ob die schon mal hinfahren sollen. Weißt du? Die Cops sind halt dann den hier im Arsch. Wie du entscheidest. Du bist der Cloudmaker. Okay, Romeo. Pick die Cops, sag ich dir. Ja. Wir gehen jetzt zum Lust. Was? Ja, egal, scheiß drauf. Jetzt geh zum Lust, sag ich dir jetzt oder nie. Soll ich aufschnecken? Okay, bis da. Weißt du was? Knackern für jede Karre auf. Ja, ich knack immer wieder die gleiche Karre auf. Ja, we. Ja. Oh, der hier ist auch offen. Warte mal, soll ich das mal versuchen? Warte, lass mich mal. Warte, könnte alle, die hier sind, könnte ich mal kurz... Leute, ich habe doch alle draus genommen. Wir sind die dumpfen Menschen der Welt. Also, ich vercheck das nicht. Los geht's, Leute! Habt ihr mal! Nee, ich meine, fresse mal Platz da. Warte mal, wir wollen. Wir haben doch die Drogen. Achso, okay. Aber das waren denn so viel? Ja, ich rufe dann gleich mal. Waren denn so viel? Okay. Waren fahren wir? Hä? Ja, wir fahren zum Los. Ich bin so verwirrt, was passiert denn heute? Ja, wir fahren zum Los. Der Strand ist auf jeden Fall scheiße. Ich bin mir so sicher, dass die falsche Karre aufgeknackt hat. Ähm, geht. Mittlerweile geht. Ja, wie. Dann gehen wir das jetzt klären. Okay. Okay. Was hat denn sie gemacht? Ja, der hat uns voll die Ansage gedruckt. Der meinte, wir sollen vom Strander pauen. Oha. Los, Randa. Okay, leider. Let's go. Los, ich weiß ja, wo die sind. Ja, los dem Sie, Mann. Dann. Ich fühl mich wie ein Kennen mit einem Pfeuerzer genannt. Das ist jeden Tag das gleiche. Wir haben die, also wir haben wirklich eine Koordination in der Gruppe von was weiß ich auch nicht. Aber am Ende kommt jeder mal raus, also passt es doch. Ich weiß nicht, ich weiß wirklich nicht, wie ich mit den Leuten Bankrop und Juvenrop durchgezogen habe. Ich weiß immer noch nicht, wie du oben im Norden aus der Bank weggekommen bist. Ich? Ja, an welches Auto bist du gestiegen? Ähm, naja, also ich bin das Auto gestiegen, hatte Arschschmerzen, ja. Dann hatte ich eine kleine Verfolgungsamt, ungefähr 30 Korbautos hinter mir. Also erst die, hm, hab die komplett gefickt und dann bin ich ins Wasser gesprungen. Und die anderen sind aufs Boot gesprungen. Und ich bin daneben gesprungen und dann bin ich irgendwie rausgekommen, weil ich geschwommen bin. Oh, easy. Jo, kann man einmal peepern und fragen, wo das schon ist? Ja, warte. Oh, zum Glück. Oh, boit, oh boit, jojo. Ja, wo seid ihr jetzt? Seid ihr schon da? Ja, okay, ja gut, dann wir sind auch gleich da, bis gleich. Wir müssen der Oma nur ne Masse besorgen und ne Knarre. Na was? Ne Knarre. Wewe hat keine Knarre. Na die Oma. No, ich hab keine. Oh, das ist nicht gut. Die braucht so ne Moskete oder so. Also ich hab auch noch einen Taser. Also ich hab auch noch einen Taser. Da ist doch gar keiner. Aber ich hab die kurz gesehen, der Ding ist da. Tja, was geht dir, die... Pinsel ist da. Warte, wer schieß mit MPs? Wo? Oh Gott, was ist los? Warte mal, Leute, in nem Guardian schießen mit MPs, Mann? Wo? Wo? Scheiße, Pip ist ausgestiegen. Warte, ihr habt deren Reifen plattgeschlossen und dann die mit MPs? Komplett drüber. Boah. Okay. Also du sagst am besten einen Guardian überfallen, der rumfährt. Nur in den MPs holen. Oh Gott, das sind viel zu viele. Na gut, hast du ne Knarre? Ja, uh. Ja, gut. Danke für die Info, hör. Ja, wir nehmen das los jetzt auseinander. Na ja, plus vier ist okay, ja, kommt her. Ja, bis gleich. Jo, die parken. Also, irgendwer in nem Guardian schießt mit MPs, das ist komplett drüber. Oh, da ist doch die Karre. Komm, Ziggy. Du musst da hängen fahren. Hier links oder was? Das ist doch die Karre, oder? Das ist das der Greenwood? Ja, wohl der Ziggy da mal. Ja, ja, ich glaube das ist der. Okay, wir müssen Pieper anrufen, wir verfolgen den. Ich ruf Pieper an. Ja, also wir... Wir auch, wir verfolgen gerade ne Karre, wo wir denken wo Ziggy drin sitzt oder ist er bei euch da am Hof. Okay, der ist nicht am Hof. Ja, wir verfolgen gerade seine Karre, glauben wir. Ja, ich glaube wir haben ihn jetzt. Ja, oh ja, das ist der. War der das? Ja, das war er. Sag Pieper, der soll zu Dr. Chuck kommen. Scheiße, Pieper hat aufgelegt. Ach, da ist irgendwas. Wo ist irgendwas? Weiß es nicht genau. Oh Gott, ich weiß nicht was ich hier rief. Wo hins... Ich hab Pensel dann. Komplett runter und drüber alles. Pensel, wo bist du? Wir sind beim Los. Wir treppen den Grand an. Ja, aber der ist Siegepferd, der... Der ist Siegepferd, der wohnt mal ne Karre. Wo denn? In der Stadt irgendwo, wir haben ihn verloren. Der ist irgendwo Richtung South and West gefahren. Ähm... Also, da kommen immer mehr Rocker. Die haben alle bekommen. Ja. Da kommen immer mehr Rocker, sagt der Pinsel. Ja, die sind immer so viele, die Rocker. Ja, die sind immer so... 10, 12 Leute. Ich hab keinen fullen Smack, man. Was? Ich hab gesagt, ich hab keinen fullen Smack. Oh. Oh, ich glaub... Wollst du dich an? Scheiße. Das war ja voll krank. Was denn jetzt passiert? Ja, aber es macht nie her. Wir haben nie. Wir sind Maschinen, dank ich euch! Okay, scheiße, Polizei, weg, gehen. Weg, gehen, weg, gehen! Scheiße! Und jetzt schau rein! Was ist hier passiert? Oh Gott, was ist hier? Bitte einmal alle stehen bleiben. Was ist hier passiert? 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 Nix, sie haben Hochverbot. war das einvernehmlich ja aber natürlich ganz ganz einvernehmlich wir sind gerade das gekommen will doch was denn überhaupt ach komm kümmern wir uns schon mal um die leute jetzt fahr bevor die gleich aufwachen jetzt bewegt dein arsch oder ich fahrpinsel aber was wollen sie denn machen was wollen sie denn machen der holt gleich ne knarre sag ich dir alle und sheriffs sind auch hier wenn sie folgen wir folgen mir ok ja wir suchen jetzt den siki der fahrt in die stadt rum ja wo ist der warte mal leute leute es fährt ein gardien rum wo leute mit dem pies rausschießen müssen aufpassen und achtet auf den gardien sollen wir uns aufteilen ne lasst es zusammenfallen ok wir finden den schon die oma kriegt gleich nen hertenpfad haben die schöne schlägerei verpasst ja alles verpasst aber das ging auch schnell warte fällt ein jugular schnelltig hallo bobo du musst die darstellungsdistanz mal von deinem links runter machen dann hast du weniger probleme und da da ist der da ist der los aussteigen schlag den zusammen komm die 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 Was ist denn los, Mann? Ihr habt 24 Stunden Hofverbot. Wo, wo bei uns? Oh ja, am Hof. Genau. Okay. Oh, ja. Okay. Okay. Ja klar, okay, ja gut, dann können wir jetzt gehen. Okay. Bis später. Danke für die Info. Kein Problem. Tschüss, Niggi. Was ist hier passiert? Das ist nämlich eine Anzeige, Jungs. Ich bin schon, glaube ich, für euch gute Anzeige. Den haben wir gefickt, oder? Wir haben gewonnen, auf jeden Fall. Gar nichts gemacht. Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Was ist denn los? Die liegen da am Hof, eigentlich. Was sind das für Fache, Alter? Wir haben einen Hofverbot. Das ist der Azimov vom Casinos. Der ist der Idiot, hier. Und ich bin ein Piep. Wer soll denn das sein? Und ich von ihm gehört. Warte mal, sitzt der Piep da am Auto? Ja, ich bin auch dabei. Die haben wir gefickt, Leute. Die haben die Ansage des Lebens bekommen. Oh, ja. So, jetzt noch ein Schöppchen, oh wow. Auf jeden Fall. Okay. Weil wir können eigentlich für die Oma hier eine Waffe kaufen. Oma, kannst du da mal rumgehen? Oh, ich weiß nicht. Wir waren verfolgt. Ich glaube, das sind unsere Leute. Okay. Wir holen nicht Taka ab, ist ja auch okay. Kann jemand Taka am Hof abholen? Welchen Hof? Ja, wir haben Taka zurückgelassen. Dein Lass? Da ist alles voll mit Rockern. Wie will denn... Also, da müssen wir schon alle hoch. Hauptsache, wir steigen ins... Ich steige dann auch einfach aus, wenn alle aussteigen. Finde ich gut. Ich glaube, wir steigen einfach alle aus. Ja, halt den Motherfucker, ich schaff mit 15 Leuten. Den haben wir gerade schon gemacht. Oh, scheiße. Boah, nein. Das heißt, den haben wir gerade schon gemacht. Naja, die Frühschicht war hier. Richtig. Ja, schade. Aber wir sind jetzt in Nachtschicht. Okay, die Cops kommen. Ja, warum kommen... Ja, nee. Wer folgen denn die? Alter! 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 Alter, weg hier! Da weg, der peep hat geschossen! Komm, Oma! Komm, Oma! Der riecht da rein! Lieb dieses klankes Schwein jedes Mal. Nixer, nixer Schaub! Oh Gott, da kommt ein Dings! Aber das ist der Guardian, das ist der Guardian! Das ist der Guardian hinter uns! Der hat einen Peas, der hat einen Peas! Der hat einen Peas! Der hat einen Peas! Der hat einen Peas! Oh Gott, fuck! Der müssen wir picken, der müssen wir picken, sag ich euch! Ja, Peep, aber ich bin deiner Meinung! Komm, wir halten den an! Komm, wir halten den an! Wir brauchen den Peas! Komm, wir halten den an, Pinsel! Komm, wir halten den an, Pinsel! Ich bin am Limit! Du bist noch Städte! Ich hab Angst! Ach du Scheiße, wir sind so tot! Ach, Quatsch! Halt die Scheiß-Kang an, du Wixter! Verpiss dich! Halt die Kang an, du Wixter! Verpiss dich! Ah, ich hab die Kang an! Wow! Oh Gott, ich hab ihn! Oh Gott! Ich hab ihn! Oh Gott, ich hab ihn! Oh Gott, ich hab ihn! Fuck! Ich wurde nicht gut, komm auf! Oh Gott! Oh Gott, wir haben die Oma verloren, Alter! Oh Gott, wir haben die Oma verloren, Alter! Geht's ne gute Gruppe? Get off, get off, get off, Alter! Oh Gott! Ich habe es nicht mehr gesehen. Ich habe es nicht mehr gesehen. Es ist nicht mehr gesehen. Ich habe es nicht mehr gesehen. ja kupon bist du halt geschaffen geschossen wird geschossen ja da kam so ein guardian erst richtung drauf gefallen wir hatten vollautomatische waffen was ja das waren so leute ich glaube das waren die mit den kameras von pd so hinterwäldler meine karre brennt wir haben wir gesehen wir gucken mal danach passen ich suche körper ja ich habe den so weg geknallt in einen typen mann und mila bauchschmerzen weiter nein mein auto das war vielleicht man schinke miller glaube ich bin mir aber nicht sicher ja ja das sieht so aus wenn du bist du wo sind die die polizei ist ja die suchen die alle auf der straße alle auf der straße wo welche straße die mit den empfangen wir sind hier vorne die leute mit den vollautomatischen auch die liegen auf der straße da in der tankstelle von daraus haben die uns beschossen bis hier hin du bist du wir haben das heftige rufen wegen geworfen okay super meine karte ist anbrechen kommen wir müssen der polizei zeigen wo diese leute sind mit den vollautomatischen meine karte ist die nöber ich komm ich komm komm zum taxi-ding ach das waren bestimmt so event charakter boah habe ich den einen weggesmokt ne die erste die zweite war die oma der erste war der eine mit dem ding ich habe doch gesagt dass er zum taxi-ding rum da sind so character die extra für stress oder sowas sorgen also die nur für einen spezifischen gründer im server unterwegs sind und vielleicht für ärger zu sorgen oder für die wände oder so da wollte er mich verarschen wo ist da da bist du auf krein kooper bist du da weißt du wo ich ganz hingewandt ich weiß nicht mal irgendwie ja jetzt wurdest du getroffen die haben mich nicht einmal getroffen das ist so geisteskrank die haben die oma abgeknallt die kleinen schweine scheiße ich hoffe dass die mieter köpfen mich denn noch keine kopf da doch sind ich glaube die sind verletzt jetzt glaube ich erwischt wo sind die kopfmann hallo die haben auch verletzt manche in der hand quinsley bist du das ja was ist hier passiert ist auch diese geistesklang oder wegen den gardien und ich weiße ok ich wollte nicht ich habe mich das ist da mit dem kopf los was denn walker da unten am guardian da liegen verletzte leute ja wir sind auf dem weg wir haben voll automatisch in der hand alter ok kann sie mich mitnehmen pack mir einen streifschuss siehst du das hier rechte schulter man pack den verbandskasten aus und gib mir das desinfektionsbrill machen wir ruf wein damit oh nein nicht das kooper genau ja ich bringe dir da schnell ab oh dein knochen guckt bisseln raus ey doch bisseln du sagst doch sowas nicht ok 1 2 ist das wieder weg ja ja ist da drin ich muss den verband rum machen zum glück war ich bin nicht doktor ich habe doch die titel und in die straße weiter runter weiter runter fahren ok scheiße wo ist pinsel na guck ja genau willst tanken ja guck mal hier ist was los in der nostalien los ich sag dir was hast gar kein vergleich zu zu hause die bist am telefonieren was mit pinsel oh gott was kommt denn da angefahren oh gott was hier haupt was hier okay die haben die oma abgeknallt die haben einfach die alte frau aus dem auto geschossen pinsel die haben die oma aus dem auto geknallt das ist ein mädlers oma ich krieg volle ärger wie willst du das erklären alter ich hab die oma nur einmal stein hören dann hab ich zur seite geguckt oh scheiße war krank scheiße meine karre ich lass dich kurz raus wo sind die die kommen hierher die sind auch noch unterwegs steig kurz ab bis gleich scheiße man meine karte ja die ist ausgebrannt zerschossen kann man die restaurieren das könnte man tun ja also aber ich kann dir sagen das wird so 1500 bis 2000 dollar wird das schon kosten 2000 dollar ey warte warte wir gucken mal rüber siehst du die ganzen einschusslöcher ich wurde beschossen mit vollautomatischen knall warst du da gerade bei Bennys da die ecke ja genau ja ich hab da gerade bei Bennys vor der tür hab ich ein auto weggeschleppt da war dann hast du ja das Feuer gesagt ich hab gedacht ich bin im krieg du pass auf ich geb dir 5000 wenn du den falsch machst du da ah das so viel kostet das nicht du aber den musst du in die Werkstatt nehmen ne ja kein Problem bei der Werkstatt Mimbo Park ne auto exotic ah die besseren ja genau die blauen nicht die roten die Crips ok dann kann ich das sofort zahlen trägst du es ein ich trage das ein pass mal auf deinen Augenblick ich trage das hier mal kurz ein was für ein auto ist denn das Cinkemilla ah Cinkemilla ja schön so das ist so nur ein schönes Wildcats gewesen ah siehste ich geb dir noch ich geb dir noch mal 10% Rabatt ne das ist nett das können wir so aus Kulanz machen pass auf da sind das 1413 Dollar wir machen mal 1500 ok wunderbar ich danke viel ich mach dir eine Rechnung jawohl scheiße muss ich den Feuerwehreinsatz auch zahlen ne ne das übernimmt glaube ich die Stadt so dann musst du einmal deine Karte hier rüber ziehen ja wunderbar dankeschön und du schleppst den jetzt ab genau ich schlepp den ab dann stelle ich den bei uns einfach direkt neben dem neben unserer Firma so ein kleiner Hof ja da stelle ich den rauf der ist dann fertig ok dann möchte ich mich morgen mal alles klar aber der bleibt jetzt noch kurz hier stehen weil ich kann auch ein PD-Fahrzeug abschleppen muss kein Problem den klaut eh keiner naja danke voll cool wenn die jetzt die Fahrzeuge abschleppen habe ich vorhin gesehen dann haben die das Fahrzeug hinten drauf mit so einer Plane voll cool oh man ist da gepult oh mein Gott das war geil die Insel und Koch sind gerade von Kops gefickt worden ich bin bei irgendjemandem eingestiegen scheiße Gott ich glaube der ist auch nochmals verloren der wird gerade von Kops durchlöchert glaube ich oder angeschossen Dr. Chuck ist ein guter der hat mich gerettet gerade Dr. Chuck ist ein Massenmörder und von Polizei weggebracht ja wo ist denn sind die noch da irgendwo in der Westzeit waren die zuletzt also auf dem Dings da eben wo Krieg war war niemand mehr da habe ich keinen gesehen doch da waren die Verbrecher und der eine hatte sogar nur einen Knall aber die Cops sind da ja die sind da ja ich glaube das waren irgendwelche komische Touristen als ich vorhin beim PD war haben die mein Auto fotografiert und meinten so wo amerikanischer Auto aber ich bin mir nicht sicher was sind die amt sollen jetzt MPs durch keine Ahnung wo die die haben aber ich weiß dass ich den einen aus dem Fahrzeug geschossen habe den habe ich voll erwischt ja die sagen gerade alle nicht so gut aus das ist mit Piep äh Bobo den hat Kupac gesagt heute heute Bobo Pinsel Pinsel was ist passiert das das hat das hat im anderen zu was scheiß ich glaube Pinsel schläft hast du schon mal als Schöpfer gefallen Oma ne na komm ach so ich als Beifahrer klar aber noch nicht selber du bist jetzt mein Old Omi aber ich fahr gleich nach Hause das hat so viel Action für mich heute ja so spät ja noch ne kurze Runde vorbeifahren denn du schau das schon da kam gerade ein das wollte man sein ach du scheiße äh er sehe wohl vielen vielen Dank für die Prancer beim 30 Dankeschön Chad müde genau hier war keiner und unten an der Brücke steht der Guardian und da waren äh noch welche verletzt was denn die im Krankenhaus das scheint ja stimmt scheiß im Bus schiffen Pieper wir sind krank alter ich schwör's nicht ich hab die du hast die ich hab die eine nur ja die eine die der Typ da hingeworfen hat sauber wo bist du ich sag's dir es war krank Taxi Taxi 5 Euro okay bis gleich bis gleich der Piep hat nur Uzi geklaut Ui was ist denn hier los oh Gott was geht hier ab in die Stadt ich hab keine Ahnung hallo Chad seid ihr komplett müde ist nur noch Alpino da hm okay wei wei freut mich das neue gemacht ist ein bisschen aufregend heute ne aber man soll dann ausmachen wenn es am schönsten ist ich will mich noch um Mila kümmern nicht auf Bauri ich will mich noch um Mila kümmern ich will mich noch um Mila kümmern ich will mich noch um Mila kümmern ich glaub Pinsel hat erwischt er geht nicht wohners ne wird er wirklich abgekmeckt ich hab grad mit Pinsel telefoniert aber der hat so gewimmert ich glaub der wollte erwischt ja cool hast du schon mitbekommen wir haben eine Uzi abgezogen von denen echt jetzt ja wo ist der Pell wo ist der Hänger an wo ist der Pellner hin verdammte Scheiße was ist denn passiert oh Gott lass mich die einmal halten man lass mich die einmal halten was sag ich dir was ja wir haben halt ein Problem komm mal mit die liegt da drin wie ein Arzt oder ein Verband man Dr. Chuck ist hier ja schau mal hier liegt sie halt wie ja die liegt halt hier so guck ja ja krank oder aber ich sag dir ehrlich wenn ich die richtige Munition dafür hab dann dann können wir die benutzen die können wir besorgen auf jeden Fall das ist hoffen verficken also ich muss hoffen Dr. Chuck ist da vorne ey Piep komm mal bitte ja ich kann nicht mehr bis morgen lass dich nicht killen Mann Piep immer mit seinen Scheißideen irgendwelche Idioten anzugreifen komm um ja das ist mir zu viel Trouble Leute Alter ich hab egal ich zahl dir morgen aus wir müssen dir unbedingt eine Knarre besorgen ja 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 ganz entspannt mich kannst du in deinen Handtisch hin rein machen ja da kommt bestimmt doch keiner rein meinst du eine alte Dame wird durchsucht ne und Schinke Miele hab ich auch bezahlt der ist explodiert ne oh scheiße ja auch naja wollte ich grad sagen wenn die da die ganze Zeit drauf ballern mit ihren Maschinenpistolen aber der wird für eins gemacht ich bin der Kultstier Wahnsinn ja das war ein aufregender Tag ne ja oh hier ist aber hübsch ja hier wohnen wir oh direkt am See schön das ist unser Haus und unser Walnutsbaum oh hübsch und morgen kriegst du einen Schlüssel ja ja oh Miele hat doch den Zaun repariert war der kaputt? ja ich mach dir auf danke oh wirklich ein flauschiger Teppich ja und der stinkende Kartenpübe so da ist die Couch da ist noch keiner hier ist der Kühlschrank ja ja und Miele schläft da drüben und dann geht's auch rein okay bis nachher ja bis ja schlaf gut schlaf gut und wir haben hier nur ein Klo das ist im Schlafzimmer wo du gehst raus im Gartenpinkel okay weiß Bescheid oder Piss im Spüle so Chad Schluss für heute Feuerabend wie jeden wo ist der Knete wie mein Anteil ich mach mir jetzt nur was zu essen ich wünsche euch eine wunderschöne gute Nacht ich hoffe ihr hattet Spaß beim Zugucken danke für alles danke für den Support lasst euch nicht anquatschen bleibt gesund wir raiden heute nochmal den Koopa weil der ist noch ein bisschen drin machen wir schon mal so oder ansonsten Pinsel gucken die sind alle null da oder Piep der streamt auch manchmal gute Nacht bye bye Kuss Kuss und vielen Dank Tschüss Kuss Kuss